Ich danke herzlich in der Dachetage unseres Frittesheim-Kreuzberg-Museums. Viele von Ihnen werden unser FAXB-Museum kennen. Wenn nicht, lade ich Sie ganz herzlich ein, in der Pause oder im Anschluss doch mal durch unsere weiteren Ausstellungsräume zu schauen. Der Blick lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank an den Fachbereichsleiter, Herrn Bauer, an die Frau Drezjak, die gerade das Museum leitet, für diese wunderbare Gastfreundschaft und dass wir heute hier sein dürfen. Bevor ich richtig anfange, möchte ich noch zwei kurze organisatorische Punkte mitgeben. Der eine Punkt ist, zur Dokumentation des Hearings werden wir einen Tonmitschnitt machen. Dass Sie also darüber informiert sind. Der zweite Punkt, wir haben heute zwei Filmemacherinnen hier. Die ein oder anderen von Ihnen kennen Sie sicherlich auch schon aus der Zusammenarbeit. Sie stehen da hinten. Karin und Dirk haben auch schon einen Dokumentationsfilm zum Thema Eastside Gallery gemacht. Und deshalb möchte ich Sie fragen, ob jemand etwas dagegen hat, dass hier heute gefilmt wird. Dann würde ich Sie bitten, das deutlich zu machen, damit entsprechend auch berücksichtigt werden kann, dass Sie dann selbstverständlich nicht gefilmt werden. Deshalb wäre das meine Frage, also wenn jemand damit ein Problem hat, dann bitte jetzt deutlich signalisieren. Das sehe ich nicht, dann können Sie also loslegen. Sehr geehrter Herr Gerdin Wohr, wir freuen uns, dass der Staatssekretär für Denkmalschutz in Europa heute mit uns gemeinsam hier anwesend ist und sich aktiv einbringen wird zum Thema Hearing. Wie geht es weiter mit der Eastside Gallery? Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und da sind. Ganz herzlichen Dank. Das Hearing geht zurück auf eine Initiative unserer Bezirksverordnetenversammlung und daher möchte ich mich stellvertretend als Kulturstadträtin beim Ausschussvorsitzenden Herrn Werner Heck dafür bedanken, dass der Ausschuss und auch er persönlich so engagiert an der Sache sind und ohne diese Initiative hätten wir zumindest eine solche Form des Hearings so schnell auf Bezirksebene nicht umsetzen können. Also vielen Dank auch Herrn Heck und dem Ausschuss dafür, dass Sie diese Initiative ergriffen haben. Wir sitzen hier heute zusammen. Sie sehen das an den Schildern. Ich kann Sie leider nicht alle namentlich begrüßen. Dann wäre schon die nächste Pause. Ich freue mich, dass so viele unterschiedliche Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, Künstlerinnen und Künstler, Vertreterinnen der Verfolgten des ehemaligen DDR-Regimes heute anwesend sind. Dass aber neben diesen Vertreterinnen eben auch die Verwaltungsperspektive mit eingebracht wird, sowohl von bezirkslicher Seite als auch von Senatseite und dass auch die Stiftung Berliner Mauer hier da ist. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Klaus-Mann, dass Sie auch persönlich gekommen sind. Wir befinden uns an einem, wie ich denke, sehr wichtigen Zeitpunkt, um uns zu dem Thema Eastside Gallery auseinanderzusetzen. Sie wissen das. Zur Bedeutung der Eastside Gallery muss man nicht mehr vieles sagen. Aber dann doch aus meiner Sicht schon zwei Punkte hervorheben. Die Eastside Gallery ist Bestandteil des Gedenkstättenkonzeptes des Landes Berlin zum Thema Berliner Mauer. Und sie ist damit, und sie ist ja längst das Stück erhaltene Hinterlandmauer, die wir in Berlin haben, ein zentraler Gedenkort für unseren Bezirk, aber weit darüber hinaus. Für Berlin als Stadt, für Deutschland, aber eben als ein Denkmal seiner internationalen Strahlkraft. Sie sehen das auch daran, dass die Eastside Gallery zu einem Ort geworden ist, den sehr, sehr, sehr viele Millionen Besucherinnen jedes Jahr besuchen. Und er ist damit auch mehr als nur ein Symbol für die Teilung und für das Grauen, das an der Berliner Mauer passierte. Und auch an der Stelle hat es Todesopfer gegeben. Ich finde, das muss man zu Beginn auch deutlich sagen. Wir sind in einem wiedervereinten Berlin. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich von Friedrichshain nach Kreuzberg fahren kann und wieder zurück. Das war vor 30 Jahren so nicht möglich. Und ich denke, es ist unsere Verantwortung, unsere allen, dass wir hier ein aktives Erinnerungskonzept aufrechterhalten oder auch weiterentwickeln. Was Grenzen, was Teilung, was Diktatur und was eine Fehlen von Freiheit bedeutet. Und da hat auch die Eastside Gallery, ist dafür ein wesentlicher Bestandteil. Der zweite Punkt ist aber, dass die Eastside Gallery noch eine andere Facette hat. Die Eastside Gallery hat dann eben, das ist sie, ein Symbol der Freiheit. Der Überwindung der Mauer, der Überwindung von Teilung und eben auch eine künstlerische Form der Auseinandersetzung damit, da eben gerade die Ostseite der Mauer bemalt worden ist. Die Eastside Gallery hat also diese mehreren Facetten und Bedeutungen. Und all das haben wir in der Bezirksverordnetenversammlung miteinander besprochen. Und deshalb ist es wichtig, aus Sicht der Bezirkskulturpolitik, dass man sich also nicht nur einzelne Bestandteile rausnimmt, sondern dass wir heute über die Frage, wie soll es insgesamt, weitergehen. Und da gibt es einfach viele, viele Facetten, von denen ich jetzt einzelne Aspekte ansprechen möchte. Ich hatte es schon gesagt, die Eastside Gallery ist ein Ort, zu dem jährlich Millionen von Besucherinnen kommen. Und Sie können sich vorstellen, mit dieser internationalen Strahlkraft und Bedeutung unserer Bezirksverordnetenversammlung diskutiert gerade, inwiefern man die Eastside Gallery als Weltkulturerbe anmelden sollte. Alleine an dieser Bedeutung merken Sie, dass das für einen Bezirk, für unser bezirkliches Straßen- und Grünflächenamt, aber auch für unser Kulturamt mit etwas über zwei Mitarbeiterinnen hier im Museum, sicherlich eine zu große Aufgabe wäre, diese ganzen Punkte umzusetzen. Und genau deshalb, wegen der Bedeutung, haben wir das Gespräch mit der Landesebene gesucht. Die Gespräche laufen ja auch schon länger und sind jetzt dazu übergekommen, dass es eine Lösung geben soll, dass also nicht nur die Mauer, sondern auch die Grünfläche übertragen werden soll ans Land Berlin und dann auch die Stiftung Berliner Mauer hier beteiligt wird. Das wird sicherlich der Staatssekretär auch nochmal ausführen. Sie konnten das im Sommer wahrnehmen, da hat der Kultursenator das öffentlich gemacht und es spielt jetzt gerade in den Haushaltsberatungen im Abgeordnetenhaus auch eine Rolle. Der zweite Punkt, den ich hervorheben will, neben der kultur- und erinnerungspolitischen Bedeutung, ist natürlich, dass wir, wenn wir uns das gesamte Areal anschauen, wir als Bezirk da auch bestimmte Punkte haben, auch Lehren aus der Vergangenheit, die wir gerne mitgeben möchten und auch müssen aus meiner Sicht. Sie wissen, das Areal rund um das Gelände ist vor Jahrzehnten geplant worden, noch bevor der Bezirk fusionierte und die ursprünglichen Planungen hatten eine komplette Bebauung des Ufers vorgesehen. Wir haben im Bezirk dann auch einen Bürgerinnenentscheid gehabt, der sehr, sehr deutlich sich gegen die Bebauung ausgesprochen hat. Wir hatten sehr lange, sehr intensives Ringen um wirklich jedes einzelne Grundstück an der Stelle und deshalb ist es auch aus bezirklicher Sicht ganz notwendig, dass wir das, was wir erhalten konnten an Nichtbebauung, dass das auch weiterhin erhalten bleibt, dass das öffentlich zugängliche Grünfläche bleibt. Und wir haben noch ausstehend vereinzelte Themen rund um die Stadtentwicklung, wo es auch noch Diskussionen gibt, ob man diese letzten Grundstücke bebauen darf, muss, kann. Aber wenn man das, da liegt eben Planungsrecht drauf und wenn man das nicht möchte, dann bedeutet das Entschädigungszahlen, Ausgleichsgrundstücke zur Verfügung stellen. Und das haben wir als Bezirk leider nicht an Ressourcen. Deshalb ist auch da die Debatte mit der Senats-Stadtentwicklungsverwaltung, die heute auch da ist, sehr, sehr wichtig. Ein weiterer Punkt ist sicherlich die Instandhaltung, Restaurierung, die Erhaltung der Eastside Gallery. Herr Kani Alabi und die anderen Vertreterinnen und Vertreter merken das ja immer wieder an, dass hier mehr getan werden muss. Wie kann das gehen? Wie kann eine entsprechend adäquate Instandhaltung aussehen? Wie sollte das gehen? Wie sollte sowas weitergehen? Es gibt aber auch eine andere Perspektive auf diesen Sachverhalt. Vielleicht etwas provokant hat Herr Christoph Tannert, viele von Ihnen kennen ihn, Geschäftsführer Künstlerhaus Betanien und ehemaliger Aktivist DDR Underground, polemisch in der Abendschau vor einigen Wochen gesagt und hat es so formuliert, alles ist vergänglich, auch die Bemalung der Eastside Gallery. Also auch diese Stimmen gibt es. Wir haben daneben einen Aspekt, den ich heute auch ansprechen möchte und mitgeben will in die Diskussion. Das ist die Frage, wie umgehen wir mit der Westseite der Mauer, die sogenannte Westside Gallery. Wir als Bezirk, gerade auch als Kulturstadträtin, beschäftige ich mich damit schon sehr intensiv. Wir konnten einige Projekte in Kooperation mit Adrian Böhler und verschiedenen Künstlern organisieren, die aber immer stets temporär waren und eine thematische Auseinandersetzung mit dem Thema Grenze hatten. Und diese haben wir nicht alleine entschieden, sondern wurde im Bezirk stets in der Kommission für Kunst im öffentlichen Raum diskutiert, überprüft. Wir sind Vertreterinnen verschiedener Organisationen beteiligt und wir haben auch andere Anfragen. Wir haben auch Anfragen, beispielsweise von kommerziellen Graffiti-Wettbewerbs, die dort durchgeführt werden sollten, von als Kunst getarnten Werbeveranstaltungen oder auch andere Events. Und da haben wir als Kommission und auch als Bezirk immer Nein zugesagt. Und das halte ich auch für richtig, dass wir dem Ort, dem Ort der Erinnerung, des Denkmals auch gerecht werden. Da gehört dann auch die Frage dazu, wie gehen wir um mit Kommerzialisierung oder Eventisierung eines Erinnerungsortes. Und das waren jetzt, ich hätte noch viel mehr Punkte, aber ich bin schon weit über meine Zeit. Ich freue mich, dass Sie da sind und denke, das sind einige Aspekte, die wir heute miteinander besprechen werden. Und halte das für ganz wunderbar, dass so viele unterschiedliche Akteure heute da sind, die ihre Erfahrungen, die ihre Sicht auf die Eastside Gallery und die ihre Wünsche, was damit geschehen soll, auch weitergeben sollen. Uns als Bezirk ist jedenfalls klar, dass wir in diesem Punkt uns auch weiterhin gerne und stets mit Ihnen gemeinsam dafür einsetzen wollen, dass solche Sachen, wie wir sie heute miteinander haben, dass man also auch zu Wort kommt, dass man seine Empfehlungen, dass Sie Ihre Empfehlungen abgeben dürfen, dass das heute nicht das Ende ist und dass wir also so eine partizipative Formen und auch eine Ringen vielleicht, um die Frage Gesamtkonzept Eastside Gallery miteinander fortsetzen. Und ich denke, das ist heute ein sehr, sehr guter Anfang, den wir zusammen machen. Vielen Dank. Und jetzt gebe ich dem Staatssekretär Herrn Gerri Boog das Wort. Ja, ich bin Staatssekretär für Europa mit Beantwortung auch für den Denkmalschutz und arbeite in der Verwaltung für Kulturen in Europa. Und das zeigt dann, dass die Verbindung ganz gut ist, die hier auch bei dem Thema relevant ist, wenn wir über die Eastside Gallery, die Westseite der Mauer sprechen, weil das eben auch Fragen von Kultur, von Kunst aufwirft und weil es auch mit Geschichte zu tun hat, die wir in unserem Hause in diesem Bereich auch verantworten, über viele Institutionen, die sich damit befassen. Und es hat auch etwas mit der Teilung der Leit-Berlins und damit auch mit der europäischen Teilung zu tun. Und vielfach, wenn ich in Europa unterwegs bin und über die Zukunft Europas spreche, kommen wir natürlich auf diese Vergangenheit des Kalten Krieges und wieder zurück, was die Europäische Union heute bedeutet und was es bedeutet, um Grenzen zu verbinden. Von daher ist das eine sehr gute Verbindung, die wir da haben. Ich will zugleich anmerken, dass hier sehr gut im Programm steht Begrüßung. Ich glaube, das war jetzt die Begrüßung, zugleich ein Eingangsstatement. Und ich kann hier kein und soll hier und will auch gar kein Grußwort halten, wie es sonst manchmal bei Veranstalten der Fall ist, sondern verstehe das auch als Eingangsstatement, weil es für wichtig halte, dass wir aber auch schwierige Fragen offen ansprechen und ein paar Leitplanken auf der Diskussion versuchen mal anzuzeigen, zumindest aus unserer Sicht. Das heißt nicht, also wir sind natürlich offen auch für die Debatte und ich bin auch ganz gespannt darauf. Aber es ist wichtig, dass Sie auch die Position, in der wir uns bewegen, auch kennen. Und das will ich auch kenntlich machen an dieser Stelle. Frau Herrmann und Herr Heck, ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung und dass Sie das hier so organisiert haben, weil die Diskussion ja schon auf vielen verschiedenen Podien stattgefunden hat, eine Zeit lang schon läuft. Sie nannten also den langen Planungsprozess. Es sind relevante Senatsverwaltungen auch anwesend und Institutionen des Landes, die hier auch beitragen werden zur Diskussion. Das Stadtgestalterische wird natürlich durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, denke ich, ganz wichtig, noch mal mit auch vorgetragen werden, weil es ja da auch Vorläufe gibt und Diskussionen, klar ist es so eine Gestaltungsdiskussion auch mit Abteuren dort in dem Bereich. Und ich denke, dass das die Diskussion ja auch noch mal mit bereichern wird. Und was mein Haus angeht, ist es so, dass wir insbesondere an das Denkmal natürlich denken, was eine große Symbolkraft für die Stadt Berlin hat, was, das will ich auch noch mal unterstreichen, sowohl für die Teilung steht, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt für die Erinnerungskultur, für das Konzept auch der Berliner Mauer, und dass es aber auch steht auf der anderen Seite für die Überwindung der Teilung, also für die Freude an der Überwindung dieser Situation und auch die Ausdrucksformen, die wir an der Eastside-Galerie ja dann auch vorfinden, die diese Freude dann auch eben dann ausgemacht hat und die sich dann eben ausdrückt in diesen wunderbaren Bildern, die wir dort auch haben. Auch das ist sozusagen ein Denkmalwert, und es ist gar kein Zufall, dass die Galerie seit, also dieses Stück Mauer seit 1991 auf der Denkmalliste eingetragen ist und dort auch einen gewichtigen Platz einnimmt. Es ist von daher aus unserer Sicht ein sehr angemessener Umgang mit diesem Denkmal auch angezeigt, und das bezieht sich dann auch auf die Nutzung, die man dort in dem Umfeld vorsieht, und da sind wir dann bei den sehr praktischen Diskussionen, Sie kennen das sicherlich besser noch als ich, die Schwierigkeiten sozusagen auf der Ostseite der Umbau, die Renovierungsmöglichkeiten, wie wird mit dem Denkmal umgegangen, bis hin zu dem Problem, dass also die Menschen, die sich das ansehen und interessiert sind, ein Foto machen wollen. Also es gibt zwar schon schöne Weitwinkel, aber man muss offensichtlich noch ein bisschen weiter auf die Straße zurückgehen. Also dass man bis zu diesen Themen hin als Bezirk eine gewisse Verantwortung hat, auch das zu gestalten, und da stehen noch einige Maßnahmen an, und ich hoffe, dass das auch so stattfindet, dass also auch die Aneignung dieser Eastside-Galerie besser noch stattfinden kann, als das jetzt der Fall ist. Das muss man ja auch sagen, wenn da Sicherheit mehr da ist und dann die Touristen hier in der Stadt besuchen, das auch sich ansehen wollen, dass sie da auch sicher sind und das genießen können und sich ihre Gedanken machen können. Das ist sozusagen die Frage der Nutzung, die da eine große Herausforderung darstellt. Das ist eine Herausforderung aber an beiden Seiten insgesamt für die Denkmalpflege. Wir haben diese praktischen Fragen auf der Ostseite. Wir haben aber auch sozusagen auf der Westseite, wenn wir auf die aktuelle Ausstellung eingehen, ja auch diese Fragestellung gehabt, eine sehr gute Ausstellung, die auch erfolgreich ist, die Interesse findet jetzt mit den Fotografien, die an die Wand angebracht worden sind, die leider durch den Sturm letzte Woche auch nochmal geschädigt worden sind. Und zugleich ist das schon der erste Punkt, wo ich sage, haben wir natürlich in unserem Hause auch die schwierige Diskussion gehabt, weil wir ja den Denkmalenschutz auf der einen Seite haben und die Verantwortung für Kunst, Kultur und auf der anderen Seite, dass es auch spannungsgeladene Diskussionen natürlich mit sich bringt. Es war eine sehr schwierige Diskussion, dass wir da so, wie geht man mit dem Denkmal um, dass wir da auch darüber sprechen mussten, wie die Bilder eben angebracht werden. Und es war ein Kompromiss, der dann da gefunden worden ist. Aber ich zeige mal an, das ist auch da eine Diskussion gewesen und hat das Ringen von verschiedenen Seiten und auch eine Bewegung, in dem Fall auch eine sehr große Bewegung, ich meine auch der Denkmalschützerinnen und Denkmalschützer, die da in unserem Hause auch sind. Aber das ist sozusagen beispielhaft auch, wie man sozusagen mit einem Projekt umgegangen ist. Andere hatten wir vorher schon angesprochen. Es geht natürlich immer darum, aus unserer Sicht zumindest, dass man auch den Bezug zum Ort, zum Bedenken, zum Anlass, zu diesem Ort findet bei diesen Projektionen. Ich kann das verstehen, es gibt eine andere Herangehensweise. Ich mache es nur als Punkt sozusagen sichtbar, was unsere Position ist. Die Alternative ist natürlich die, dass man sagt, man kann sich natürlich über die Freiheit, die wiedergefunden Freiheit so freuen, dass man sagt, man macht das zur Eventmeile und gestaltet das ganz anders. Das ist eine nachvollziehbare Position. Da sagt man, gut, ich erlebe hier sozusagen die Freude der Stadt, nachdem die Mauer sozusagen niedergerissen ist. Das ist aber nicht der Punkt, den wir sozusagen uns erarbeitet haben, weil wir das Denkmal sehen, auch die Opfer, die genannten dort noch sehen und deswegen den Erinnerungsort. Und wenn dort Kunst stattfindet, soll das auch einen Bezug zu diesem Raum haben. Das ist mit dieser Ausstellung jetzt auch gelungen, denke ich. Aber man muss sozusagen in der Bandbreite auch sehen, welche Gegenposition es geben kann. Und wir haben uns bewusst für diese andere Position eben jetzt so entschieden, dass wir sagen, Bezug zur Mauer. Da sind wir uns auch einig mit dem Bezirk, denke ich, dass das so ist. Und in diese Richtung denken wir auch weiter, was die weitere Entwicklung angeht. Ich benenne noch einmal an den Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung oder den Beschlussantrag, das ist ja erstmal, zur Frage des UNESCO-Weltkulturerbes dieses Vorschlages. Da ist es bei uns so, dass wir aus der Erfahrung der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und auch in Gremien und im Blick auf die UNESCO insoweit eine Skepsis haben, weil wir selbst als Berliner ja das doppelte Berlin einbringen wollen, also das Hansa-Viertel und die Kamax-Allee sozusagen als Projekt auf die Tentativliste. Es ist ja nur zurückgestellt, es gab da Probleme. Man muss sich als Stadt natürlich konzentrieren sozusagen. Also das ist der eine formalen Aspekt, den wir da auch mit berücksichtigen wollen und müssen. Und das heißt dann eine Nachrangigkeit einer solchen Idee, die hier im Bezirk sicherlich auch nach Prinzip anrunden entstanden ist. Aber das würden wir insofern dann eben nachgeordnet sehen, weil wir da andere Prioritäten sind. Dazu kommt noch, dass wir eine Erfahrung haben und einen Blick auf die UNESCO-Strategie, dass es also auch nicht sehr aussichtsreich ist, dass dort die Benennung als Weltkulturerbe irgendwie auf Wörfversprechen schien. Das muss man dazu sagen. Auch von den Kriterien der UNESCO her ist es so, da ist auch zu viel von der Mauer schon zerstört. Es gibt ja auch da unterschiedliche Auffassungen, aber das ist zumindest die Position, die wir da haben, dass wir da eher skeptisch rangehen. Was wir aber als Alternative in der Tat sehen, ist, dass man das als immaterielles Kulturerbe auch verankern kann. Und da gäbe es Wege, auch Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, dass man das dann auch kündig machen kann. Ich denke, dass das auch der Intention derjenigen, die den Charakter dieses Ortes hervorheben wollen, dann auch entsprechen könnte. Aber das wäre ein Diskussionsgegenstand, wie wir es hier an dieser Stelle nur so beschrieben haben. Das Zweite, was ich ansprechen will, den Beschluss zur Sicherung der Grundstücke. Ich will es mal hier gleich am Anfang machen. Der Kollege von Sinsstadt wird dann sicherlich noch mal genauere Ausführungen zu den Planungen, die da stattfinden, machen. Der Gesamtbeschluss zum Ort, da denke ich, gibt es das Festhalten sozusagen, dass es einen Freiraum gibt am Sprengufer, dass es zugänglich ist. Das ist im Planungsrecht, das können Sie sicherlich dann noch mal ausführen, aber soweit ich das gelesen habe, alles gesichert. Und das soll auch so bleiben. Da gibt es gar keine Unsicherheit aus meiner Sicht. Und wir haben die schwierigen Fragen, also wir haben die Fragen der Sicherung der Mauer, auch der East Side Gallery als solches. Und das ist, denke ich, alles auch akzeptiert und wird auch umgesetzt vom Land Berlin selbst. Und auch mit dem Weg, wo Herr Klausmeier auch da ist, mit der Stiftung Berliner Mauer, wo wir dann die Übertragung vorsehen, soll das ja auch in der Perspektive gesichert werden und in besserer Qualität noch, als es vielleicht hier, das ist gar kein Vorwurf, aber als es dem Bezirk auch möglich ist, gesichert werden, dass das qualitativ anders ausgestaltet werden kann. Das finde ich, ist im Grunde genommen auch eine Umsetzung des Beschlusses und der Intention der Diskussion in der Bezirksversammlung. Es bleibt ein schwieriger Punkt, das ist dann die Suche nach den Ausgleichsgrundstücken, wo wir als Haus, als Senatsverwaltung für Kultur in Europa nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben. Wir haben dann den Planungsvorlauf, der hier angesprochen worden ist von Frau Herrmann, zu dem Herr Schwarz sicherlich noch was sagen wird, was aktuelle Workshops angeht, wo ich hörte, aber da ist er sicherlich kompetenter, dass es da auch Verständigungsmöglichkeiten gibt. Ich habe mich nur selbst an die Finanzverwaltung gewandt, um dort auch nochmal in den Prüfvorgang aufnehmen zu lassen, dass man dort das nochmal untersucht und habe selbst dort auch dann erstmal diese bescheidene Antwort und deswegen will ich auch nicht drum herumreden, also wir stehen natürlich als Land dazu, die bescheidene Antwort bekommen habe, dass es dort keine Ausgleichsgrundstücke von Seiten des Landes gibt und dass man die Größenordnung, wie es da geht, also wir reden ja um ein Grundstück sozusagen, zentrale Lage und noch an der Spree, dass es da auch von der Größenordnung des Geldes her, was man wahrscheinlich sieht in Richtung Entschädigungsforderungen, die ich vorhin ja mal angesprochen hatte, wenn man den anderen Weg geht, über das Planungsrecht das sozusagen zu verändern, auch eine, also wenn ich es mal nett umschreibe, eine höchste Zurückhaltung natürlich hat in diesem Punkt. Das ist der Finanzverwaltung da zu teuer und Ausgleichsgrundstücke liegen so nicht vor. Das ist erstmal da die Auskunft. Darf ich ein paar Mal stellen? Ich habe mit dem Herrn Heske-Natalien gesprochen, man hat noch nicht mal mit ihm Kontakt aufgenommen. Darf ich bitte schon was sagen? Also nochmal ganz kurz, das wird erstmal hören, das gibt natürlich eine Diskussion und Möglichkeiten. Also das ist ein schwieriger Punkt, ich will es mir jetzt sozusagen aus unserer Haussicht darstellen, vertrete natürlich auch die Position des Landes und weiß, dass das ein komplizierter Punkt ist. Meine Hoffnung ist natürlich dann immer, dass es sozusagen das, was im Workshop dann besprochen worden ist, mit der Akteur und vor Ort, dass es da vielleicht doch auch Möglichkeiten gibt, sozusagen der Gestaltung, die vielleicht noch verträgt, ich weiß aber um die Bedenken sozusagen und auch die Schwierigkeiten und ich weiß auch natürlich als Vertreter, die im Denkmalschutz verankert sind, dass es schon das jetzige Hochhaus für viele eine berechtigte Zumutung ist und dann eben nochmal ein Haus, dann eben auch nochmal eine Zumutung und das verringert ja auch sozusagen den Freiraum an anderer Stelle. Weiß ich alles, ja. Ich will es mir sozusagen erstmal so angezeigt haben, was da mein Stand ist und was wir unternommen haben von unserer Seite her. Gleichwohl ist die Diskussion um die Zukunft des Areals sehr wichtig und richtig und auch dieser partizipative Prozess, wie er jetzt von Herrn Heck und Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirksamt und der Bezirkswohnungversammlung da noch angeschoben worden ist und ich finde es auch wichtig, dass die Künstlerinnen und Kindeskünstler, die ihre Ideen ja auch verwirklichen wollen, auch da sind und es wird nachmittag ja dann nochmal darstellen, was sie da für Ideen haben und was sie meinen, was man dort gestalten kann. Ich denke auch, das ist das, was wir einmal besprochen hatten, ich glaube, das war als die Initiative ISAT-Galerie-Retten bei uns war, dass wir den Denkmalpflegeplan, der seit langem vorliegt, um die Qualität auch zu sichern, dieses Areat, dass wir den möglicherweise, je nachdem wie die Diskussion ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal akzentuieren können. Das ist aber sozusagen eine Offenheit, die sich dann aus dem Diskussionsprozess ergeben könnte. Das muss man dann sehen, worauf man sich verständigt. Da setze ich aber auch sozusagen sehr auf die Kompetenz der Stiftung Berliner Mauer, was dort sozusagen auch an Vorstellungen da ist, dass man das also in dieser Diskussion nochmal konkretisiert und sagt, da müsste vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustiert werden. Das ist ein Punkt, den man nochmal aufnehmen würde, auf jeden Fall von unserer Seite. Wichtig ist uns auf jeden Fall, dass dauerhaft die geschichtliche Bedeutung der Eastside Gallery herausgestellt wird und dass es dargestellt wird und dass die künstliche Aneignung der Mauer eben auch immer dieses tödliche Grenzregime, wie es ja über Jahrzehnte bestanden hat, auch darstellen muss. Das ist sozusagen der zentrale Punkt der Denkmalpflege, der da ist. Insofern angesprochen ist auch die Berliner Erinnerungs- und Gedenkkultur und das Konzept dazu. Insofern sind wir zu dem Vorschlag ja gekommen, der einen gewissen Vorlauf hat, dass wir der Stiftung Berliner Mauer dieses Gelände dann auch übertragen werden. Wir haben im Haushalt dazu auch die Voraussetzungen geschaffen. Der Prozess der Übertragung läuft insoweit, als wir die Vorlage dazu ausgearbeitet haben im Haus. Die ist noch in der Abstimmung mit den anderen Senatsverwaltungen. Wir können auch hier noch die Diskussion natürlich heute dann auch aufnehmen. Dann sind wir dazu im engen Gespräch mit der Stiftung Berliner Mauer, weil es ja dort immer abbestimmt werden muss, eng. Und wir haben dann immer noch die Stufe, dass wir nach einem Senatsbeschluss in den Rat der Bürgermeister gehen, wo dann wiederum der Bezirk und Nummer U-Mittelbar die Möglichkeit hat, zu diesem Vorgang dann Stellung zu nehmen und seine Interessen dort an dieser Stelle einzubringen. Das ist sozusagen der Status jetzt. Wir halten diesen Vorschlag für den Geeigneten, um dem Ziel sozusagen mit dem Ort umzugehen, am besten gerecht zu werden, weil dann dort die Qualität auch gesichert ist und die Dauerhaftigkeit der Darstellung der E-Set-Galerie und der Sicherung auf der anderen Seite, der auf der Westseite dann auch ermöglicht ist. Und ich weiß auch, aber das wird Herr Klausmeier sicherlich heute Nachmittag noch viel besser ausführen, als ich das machen kann, dass es klar ist, dass die Bernauer Straße eben nicht das Gleiche ist wie sozusagen hier die E-Set-Galerie und ihre Westseite. Es sind also einfach unterschiedliche Orte, aber es ist eben eine Stiftung. Man muss sich schon sozusagen bewusst machen, dass das sozusagen auch Leitplanken darstellen, wie eine Stiftung als solche, wenn sie dann, der Akteur ist dort, auch Verantwortung für das Gelände hat, auch dann verantwortlich dann damit umgehen wird. Ja, das ist dann sozusagen auch der zentrale Ansprechpartner für die Künstler, die eben, wenn es sowas wie eine Ausstellung wieder jetzt gäbe, um das Beispiel aufzunehmen, wie wir sie jetzt gerade haben, dann ist natürlich die Stiftung dann der entscheidende Akteur auch bei allem so wichtig ist. Aber der Diskussionsprozess, den wir jetzt haben, dass wir dort diese Kooperation dann auch haben, dass man sozusagen weiß, was es für Ideen gibt, weil ja die Stiftung selbst sich des Themas Vermittlung, das Thema Berliner Mauer, Grenzregime ja angenommen hat und das ja dann auch an diesem Ort dann auch darstellen wird und zur Bildungsarbeit dort auch einlädt und das organisiert, auch zum Gedenken, aber eben dann noch der Ansprechpartner ist für Kunstformen der Darstellung, die sich dann dort darstellen. Ich denke, dass damit auch ein paar Zielkonflikte aus meiner Sicht angesprochen sind. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man einen guten Kompromiss findet in diesem Prozess. Wir sind da gerne bereit. Ich weiß, dass Herr Haspel ist ja da sozusagen vom Landesdenkmalamt, der wird sozusagen die Position nochmal vertiefst kenntlich machen, sodass wir auch am Ende des Tages so die Bandbreite der Auffassungen dann da auf dem Tisch liegen haben und in etwa auch wissen, wie der Korridor der Kompromissfindung aussehen kann in diesem zentralen Rang. Mein Wunsch ist es, dass wir zu einem guten Kompromiss kommen, dass der Ort dauerhaft und in hoher Qualität für die Berlinerinnen und Berliner, aber auch für die Touristen und Touristen sozusagen zur Verfügung steht. Auf der einen Seite als Bildungsort, natürlich als Erinnerungsgedenkenort, und aber auch als Ort der Aneignung dieser Scheidungsgeschichte und der Geschichte der Freude über die Überwindung der Teilung. Das ist, denke ich, das Zentrale. Insofern danke für die Einladung nochmal und freue mich auf die interessanten Beiträgungen und die Diskussionen heute hier, die ich zuhören werde mit großem Interesse. Herzlichen Dank. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Werner Heck, bin hier der Ausschussvorsitzende im Ausschuss für Kultur und Bildung. Und da Frau Herrmann eigentlich schon das Wesentliche gesagt hat, was ich inhaltlich zu sagen hätte, kann ich dann direkt also in meine Funktion als Moderator rüberwüpfen und Ihnen versuchen deutlich zu machen, wie wir uns dieses Hearing gedacht haben. Ich fange erstmal an. Es wird, glaube ich, für viele von Ihnen schwer erträglich sein, bei manchen Beiträgen zu schweigen und nicht direkt zu sagen, dazu habe ich etwas zu sagen. Das kann ich gut nachvollziehen, das wird mir wahrscheinlich auch so gehen. Aber von der Konzeption haben wir gesagt, wir nutzen diesen Moment, wo wir wirklich mal so viele Akteurinnen zusammenkriegen, auch umeinander mal zuzuhören. Jeden und jeder Initiative, Einzelpersonen, die sich im Prinzip gemeldet hat, die Gelegenheit zu geben, ihre Sicht und ihr Statement erst einmal vorzustellen. Und dann im Anschluss eine offene Diskussion zu machen, die mit einer Stunde angesetzt ist und die Zeit wird ganz sicher nicht reichen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass dieses Gearing hier bestimmt nicht der letzte Ort und der letzte Zeitpunkt sein wird, wo wir uns mit Fragen zur Ich-Zeit-Galerie und des sie umgebenden Areals auseinandersetzen werden. Herr Professor Leo Schmidt, den wir ja auch eingeladen hatten, insbesondere zum Beispiel zum Thema UNESCO-Weltkulturerbe, musste leider absagen, weil er in Vorbereitung ist. Da werden wir natürlich noch mal versuchen, ihn zu kriegen und vielleicht auch mal eine Veranstaltung zu UNESCO-Weltkulturerbe zu machen. Und je nachdem, was sich heute so ergibt, wird es bestimmt noch einige Formate geben. Zum Ablauf, Sie wissen, wir haben Ihnen im Vorfeld mitgeteilt, also Gruppen und Initiativen haben zehn Minuten, die Zeit ist wenig und Einzelpersonen fünf Minuten, das ist auch relativ wenig. Aber ansonsten würden wir heute Abend noch sitzen, was ich nicht schlimm fände, aber ich befürchte, ich kenne das von mir, meine Aufmerksamkeit wäre dann einfach irgendwann weg. Herr Bauer, der Fachbereichsleiter Kultur und Geschichte, wird mir zur Seite stehen bei der Moderation und einen sanften Gong anschlagen, wenn sich die Zeit, das kann man aber noch sanfter machen, sich dem Ende nähert. Und ich werde mich, also normalerweise wütender, zwischen zu quatschen und rabiat zu werden, das kann ich sowieso nicht so gut, aber im Notfall kann ich das auch, also um das anzukündigen. Ich muss Ihnen leider auch mitteilen, dass Frau Poppe leider absagen musste, weil sie kurzfristig erkrankt ist. Und damit komme ich eigentlich zur Konzeption des Hearings ganz kurz. Wir haben am Anfang diesen Block, wo insbesondere die Fragen Denkmalschutz und Stadtplan, also die EZ-Galerie, die steht ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie befindet sich an einem Ort und dieser Ort gehört ein bisschen mit zur, ja, ich denke auch mit zum Denkmal. Deswegen diese Kombination. Der Professor Aspel, der Landeskonservator, der da ist, wird halt den Anfang machen und das im Prinzip einführen als Fachmann. Dann werden Bezirk und Stadt, Bezirk und Land sich zu den Stadtplanerischen Dingen äußern. Und dann im zweiten Block kämen wir dann zu den verschiedenen Schichten im Prinzip. der Mauer. Einmal als Ort der Teilung, einmal als Gedenkort an die Überwindung in dieser Teilung und der Freude oder dieses Ansatzes, dieses Demokratieansatzes und im dritten Punkt als Ort oder möglicher Ort der aktuellen Auseinandersetzung mit Mauern, Grenzen, Flucht und Vertreibung heute. Und ich denke, jetzt kann ich auch Schluss machen und Herrn Aspel anzuprobieren. Ich bedanke mich. Das ist die verkehrte Präsentation, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und für die Initiative, hier mal alle zusammen zu bekommen, die mit dem Thema Istzeitgalerie und diesem Grenzstreifen zu tun haben und dafür Verantwortung tragen. Ich bedanke mich bei Herrn Heck und bei der BVV, dass sie die Initiative ergriffen hat und beim Bezirksamt bei der Stadträtin Frau Herrmann. Es wird durchstehen lassen nicht besser. Also wenn es... Wunderbar. Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Istzeitgalerie ist, das ist hier schon verschiedentlich gesagt worden, sozusagen ein Denkmal im doppelten Sinn. Es ist ein Denkmal an die Teilung, Spaltung, an die Maueropfer, aber auch ein Denkmal der Freude an ihre Überwindung, an ihre Öffnung und damit die Öffnung des Eisenmann-Vorhangs überhaupt. Denkmalkarte steht aber auch unter Denkmalschutz und ist damit Teil von rund 8.000 Denkmalpositionen, die nach dem Denkmalschutzgesetz von Berlin eingetragen sind, Baudenkmale, Bodendenkmale, aber auch Gartendenkmale und städtebauliche Denkmale. Diese Mauer ist bei uns als sogenannte Sachgesamtheit, als Denkmalbereich eingetragen, umfasst also nicht nur die Istzeitgalerie und die dort erhalten gebliebenen Relikte oder Spuren, sondern im Grunde genommen war unser Bestreden im Laufe der Jahrzehnte nach 1990 alles, was materiell Zeugnis ablegt über die Spaltung, Trennung der Stadt und die Überwindung, das in diese Denkmale ist, die mit einzubringen. Es ist sozusagen ein Großsystem Mauer. Und es ist nicht nur, wie man hier annehmen kann, sozusagen ein Baudenkmale, sondern es bezieht teilweise auch Flächendenkmale mit einem Bodendenkmal, die an die Mauer- und Teilung erinnern oder eben auch Gartendenkmale, etwa Friedhöfe, die durchschnitten wurden. Insgesamt umfasst diese Gesamtanlage Denkmalpositionen in fünf Bezirken von Berlin und wir haben alles eingetragen, was nicht, wie hier die Pflastersteinreihe, sozusagen das markiert und daran erinnert, dass die Mauer da war, sondern was aus Mauerzeiten tatsächlich erhalten geblieben ist. Das heißt, was immer noch in der Gegenwart befragbar ist auf die Vergangenheit zwischen dem Mauerbau 1961 und 1989, auch wenn sich da teilweise natürlich Anverwandlungen und Verbremdungen ergeben haben. Um sich das vorzustellen, hier einfach ein Auszug aus der Denkmalliste, wo Sie erkennen können, dass Bodenplatten, Grenzsicherungsanlagen, Vorfeldsicherungen, Lampen, etc., das ist Teil des Denkmalverständnisses. Es geht also, es reduziert sich nicht auf die Mauer, sondern die Mauer ist gewissermaßen das Rückgrat oder das konstituierende Element dieses Denkmalbereiches, dem vielleicht besser als Denkmalstreifen, als Denkmalband, als Denkmalraum definiert, wenn er als einzelnes Denkmal. Dazu gehört auch der Bereich der Eastside-Galerie, die sich insofern eine besondere Position einnimmt, weil die Eastside-Galerie, die Hinterlandmauer auf der Nordseite der Spree war und Sie sehen hier in der Darstellung ganz gut, wie sie sozusagen über diesen Streckenabschnitt quasi an die Nordseite wandert und dadurch ein Stück Grenze im heutigen oder im Bezirk Friedrichshain ist, obwohl die eigentliche Grenzziehung am Südufer der Spree entlang war, aber dort die Sicherungen nicht mehr notwendig waren. Um dieses zu verstehen, einfach hier dieser schematische Hinweis auf den Aufbau der Berliner Mauer, was wir sozusagen als Grenzraum definiert haben, was reicht von der Vorfeldsicherung über die Hinterlandmauer, über die unterschiedlichen Absperrungen, den Kolonnenweg, die Lampen etc., die wir überall dort, wo sie materiell noch greifbar sind, als Teil des Denkmals begreifen und dank der Vorarbeiten der Brandenburgs Technischen Universität Cottbus auch in den 90er Jahren und dann nochmal in den Nullerjahren vertieft erfassen und dokumentieren konnten. Dazu zählt auch, dass wir teilweise Mauerabschnitte haben, die in unterschiedlichen Phasen entstanden sind, also nicht nur das Berliner Bild der Berliner Mauer, das heute in der Hauptsache im Stadtbild gegenwärtig ist, darunter fällt es, sondern da ist auch ältere Schichten, die teilweise nur noch als Relikte, als Stoffen bewahrt sind, Teil dieses Mauerdenkmals sind, wie die Generation oder die erste Generation des Mauerbaus, aber auch die zwischenzeitlichen Stadien. Und der Bereich, über den wir uns unterhalten, zeichnet sich unter anderem, was sozusagen weniger spektakulär ist, aber was historisch unglaublich spannend ist, auch dadurch aus, dass es Teile gibt, die an der Schillingbrücke sozusagen noch auf diese erste Mauer Schicht und Bau zurückverweisen. Sie sehen hier Bilder der Istzeitgalerie oder des Mauerabschnitts um 1990 entlang der Mühlenstraße und können erkennen, dass ein Erkennungszeichen für die Mauern für den Todesstreifen zwischen der Hinterlandmauer, die die Mühlenstraße begleitet hat, und dem Spreeufer war, dass diese Mauer im rückwärtigen Bereich, weil es gestrichen war, wie im Prinzip überall, um Flüchtende oder sich dort Aufhaltende und Bewegende, um sie besser erkennen zu können, ausmachen zu können und nötigenfalls auch, wenn nicht zur Strecke, dann auf jeden Fall aufhalten zu können, eine Grenzverletzung vorzunehmen. Und Sie haben auf der anderen Seite, unten haben Sie nochmal die Darstellung von der Mühlenstraße mit der gegenüberliegenden Mauer. Diese Istat-Galerie zeichnet sich historisch dadurch aus, dass entlang der Mühlenstraße gewissermaßen sich die Protokollstrecke befand, zwischen dem Staatsratsgebäude, zwischen dem Palast der Republik und dem Flughafen Schönefeld. Und um diesen Streckenabschnitt, der notwendigerweise entlang der Mauer führte und entlang des Eisernen Vorhangs führte, etwas von seinem eigentlichen Gebrauch und von seiner eigentlichen Funktion zu nehmen oder das Ganze ansehnlicher erscheinen zu lassen, war dieses immer schon mit solchen Bilderrahmen gewissermaßen gestaltet und begleitete den Weg auch der Staatsgäste, die sich hinterher gefahren haben. Während ansonsten ja die Mauer, die Hinterlandmauer eigentlich in der Stadt gar nicht zugänglich war, weil die Mauersicherung schon weit im Vorfeld einsetzte und teilweise auch die Bewohnerinnen und Bewohner aus der Nachbarschaft daraufhin überprüft und kontrolliert wurden, dass sie zuverlässig genug waren, um nicht von diesem Lagevorteil falschen Gebrauch zu machen und die Mauer überwinden zu wollen. Dieser Umstand, diese öffentliche Zugänglichkeit der Hinterlandmauer und diese Art der Gestaltung, die hat dann 1990 dazu geführt, dass sich in einer unglaublichen Euphorie und in einem Ausbruch im Grunde genommen dieser Wiedervereinigungsfreude Künstlerinnen und Künstler zusammengetan haben, die mit über 100 Bildern und über 120 Künstlern diesen Bandabschnitt gestaltet haben. Ursprünglich natürlich nicht gedacht für die Ewigkeit, vielleicht auch nicht geeignet für die Ewigkeit, sondern als temporäres Kunstwerk installiert, auch gewissermaßen improvisiert. Und dadurch ist die Eastside Gallery nicht nur zum Mauerdenkmal geworden oder zum Grenzdenkmal, sondern zugleich zum, in meinen Augen, ausdrucksstärksten Dokument und Zeugnis und Monument dieser Wiedervereinigungseuphorie überhaupt in der Stadt. Ja, ich behaupte sogar entlang des Eisernen Vorhangs europaweit. Sie haben hier die historischen Aufnahmen über die Eröffnung der Eastside Gallery im September 1990. Und Sie haben hier nochmal eine Darstellung der, ich will mal sagen, der Kultur der Mauerbilder, wie sie in Westberlin ja auch schon existierte, wo zwar die Grenze kurz vor der Mauer eigentlich endete, aber wo es couragierten Künstlerinnen und Künstlern durchaus möglich war, die Westseite der Mauer zu bemalen, wie Sie es hier in Kreuzberg sehen. Im Grunde genommen ist es dann auf der Ostseite fortgesetzt worden mit der Eastside Gallery. Und im Unterschied zu allen oder fast allen Mauergemälden, die wir im Westen hatten, hat es an der Ostseite tatsächlich verdauert. Das heißt, es ist auch sozusagen eine Art Fortlebung dieser Tradition der Mauerbilder und der Mauerbildmalerei. Ich habe unten noch ein paar Stationen mit Benenberg, weil es einfach wichtig ist, um sich die historische Bedeutung, die meines Erachtens diese künstlerische Aktion inne hatte, um sich das zu vergegenwärtigen. Wir haben einige Monate später die Mauer als Denkmal eingetragen und das war überhaupt nur möglich. Deshalb, weil dort diese Galerie, diese Wandbilder sich befunden haben. Wir haben dann einen Prozess bekommen von der OFD angestrengt der Bundesrepublik Deutschland gegen das Land Berlin gegen die Mauer-Eintragung und es gab einen Beschluss im Abgeordnetenhaus, die Eastside-Galerie in die Wuhlheide zu versetzen. Also man kann sich sozusagen nochmal, man muss sich das einfach so vergegenwärtigen, wie die Zeit war und es gab dann Wettbewerbsentwürfe, die im Grunde genommen die Mauer umgelegt haben und sozusagen als Scherbenhaufen versucht haben, das zu dokumentieren. Also der Abschied von der Mauer war sozusagen überwiegende Motivation und vielerorts hat es zu sehr harten Reaktionen geführt. Das ist jetzt die Eintragung der Eastside-Galerie als Denkmal im engeren Sinn. Sie sehen, dass sich winkelförmig hinten noch anschließend ein Teil, der zu dieser Mauerbefestigung gehörte und das ist im Grunde genommen von der Oberbaumbrücke bis gegenüber vom Bahnhof. Im Einzelnen könnten Sie jetzt hier lesen, was als Bestandteil der Mauer eingetragen ist. Ich will es Ihnen in den Bildern einfach kurz dokumentieren mit ein paar Schlaglichtern. Dazu gehört beispielsweise der Postenweg, der im Grundsatz erhalten geblieben ist. Dazu gehören Reste der Mauer, die eingebunden werden in neue Bauverhaben, aber die sozusagen als Relikte an den historischen Ort erinnern. Dazu gehören Teile der Absperrungen und der Befestigung, die Sie bewahrt haben und dazu gehört auch die Bachstation, die mittlerweile eine Anverwandlung erfahren hat als Touristen und Souveniershop, aber die zu diesem Mauerbestandteil gehört. Und es ist immer wichtig, sich klarzumachen, dass zum Mauer oder zu unserem Verständnis des Denkmalbereichs Mauer auch solche Mauerzeugnisse gehören, die auf den ersten Blick gar nicht als Mauer erkennbar sind, wie hier der Mühlenspeicher, wo oben der Posten saß und sozusagen den Fluss überblickt haben und auf der gegenüberliegenden Seite auf der Fabrik am Flutgraben ebenfalls Wache gehalten wurde und dadurch der Uferraum überblickt wurde. Also auch das ist Teil der Mauer. Wir haben seit einigen Jahren ein Gedenkstättenkonzept für die Berliner Mauer und versucht gemeinsam mit der Stiftung Berliner Mauer so gut es geht alle Informationen über die Mauer öffentlich zugänglich zu machen. Also sie nicht in Karteikästen oder in Dokumentenmacken zu verschließen und fortzuhalten, sondern sie öffentlich zugänglich zu machen über das Internet und es gibt heute vielfältige Informationen, um sich ein klares Bild zu machen einschließlich der Verortung der einzelnen Bestandteile. Dieses Gesamtkonzept Berliner Mauer geht aber nicht einher mit einer schematischen Anwendung von einheitlichen Konservierungs- und Restaurierungsstandards, weil die Mauer Bestandteile, das haben sie glaube ich bemerkt, sehr unterschiedlicher Natur sind, sehr unterschiedlich erhalten sind und behandelt werden können und sich teilweise auch in ganz unterschiedlichen oder gegensätzlichen Milieus und Umfeldern zu beweisen. Wir haben eine differenzierte Strategie für den Umgang mit der Mauer, der ortsbezogen reagiert. Ein Beispiel dafür ist die Mauer Niederkirchner Straße, die Sie hier sehen, die ja sehr früh schon sozusagen ihre Handschrift miterhielt durch die Mauer Spächte, die Teile als Souvenir mitgenommen haben, obwohl wir in den 90er Jahren, dann in den Nuller Jahren zusammen mit der Topografie des Terrors als Eigentümer, die das immer dann haben, dann die Strategie entwickelt haben, dass wir wollen, dass die Mauer so erhalten bleibt in diesem quasi fragmentierten oder teilfragmentierten Zustand, weil wir glauben, dass nichts in dem epochalen Vorgang 1989-90 an der Mauer besser zum Ausdruck bringt als diese Art der schadhaft gebliebenen Oberfläche. Das ist ein Balanceakt. Ich weiß nicht, wie lange das hält, immer auch ein Bekeltes. Sie haben auch ein paar Sicherungsmaßnahmen erkennen können, die provisorisch vorgenommen werden. Wir haben dann eines dazu machen müssen, wir mussten die Mauer vor weiteren Attacken oder Souvenirjägern dadurch schützen, dass wir tatsächlich einen Zaun vorgesetzt haben, weil sonst hätte das ganze Denkmalpflegekonzept Schaden genommen und man hätte das wieder torkretieren, abspachteln, freimachen müssen und es sozusagen extra nochmal bewähren. Aber wir gesagt haben, das ist nicht der Umgang mit der Mauer. Also wir wollen ja nicht im Grunde genommen die Mauer verewigen, sondern wir wollen sie als Erinnerungsstück und als Zeugnis und als Möglichkeit der Begegnung Geschichte bewahren und nicht einfach die Geschichte fortsetzen. Wir haben ein ganz anderes Konzept zusammen mit Herrn Klausenmeier und Herrn Schlusche und anderen entwickelt für die Mauer Gedenkstätte, wo die Oberflächen entspachtelt wurden, Korrosionsschutz aufgebracht wurden, Hydrofobierungen vorgenommen wurden und die Oberfläche wiederhergestellt wird und wo regelmäßig darauf geachtet wird, dass dieses tatsächlich auch so bleibt. So wir auch quasi mit Nachzeichen des Mauerverlaufes vorgenommen haben, mit künstlerischen abstrakten Mitteln, sodass man sich eine Vorstellung machen kann, wie diese Mauer war. Und wir haben zum dritten dann, und das ist ein ganz anderes Modell, diese Frage des Umgangs mit der Sanierung Issaal-Galerie. Sie wissen vielleicht, dass 2000 die erste Teilsanierung stattfand, mit etwa 30 Bildern, wenn ich das richtig weiß, und dann 2009 haben wir so etwas vorgenommen, was ich jetzt hier bezeichnet habe als Generalsanierung. Und Generalsanierung meint, dass wir damit Abschied genommen haben. Von Vorstellungen, wie sie Christoph Tanner seit Jahren und Jahr und Tag äußert, dass es sich sozusagen um ein dauerhaftes Provisorium und um einen Ort der ständigen Anverwandelung handelt. Wir haben gesagt, wir glauben, dass diese Bilder und die Bildwand konstituierende Bestandteile der Berliner Mauer sind und dass das Sanierungskonzept deshalb so sein muss, ist, dass es eine nachhaltige Lösung im Prinzip ermöglicht. Was ist passiert? Das sehen Sie hier. Wir haben das gemacht, was wir sonst an keinem Stück Mauer bislang machen mussten, nämlich wir haben im Grunde genommen die ganzen Oberflächen so weit abgenommen, dass wir die Armierung, die Stahlarmierung, dass wir die schützen konnten, dass wir den Korrosionsschutz aufbringen konnten, dass wir neu beschichtet haben, dass wir dann einen Unterbau für den Bildaufbau organisiert haben, um dauerhaft diese Gemälde nun nicht erhalten zu können, sondern nachfassen zu können. Wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen in Übereinstimmung mit den Künstlern und durch die Künstler selber, zumindest 80 bis 90 Prozent der Bilder sind so zustande gekommen. Es ist sozusagen Wert darauf gelegt worden, dass nicht nur die Urheberrechte, sondern auch sowas wie die künstlerische Handschrift verbirgt und verlängert und Kontinuität gestiftet wird dafür. Und für diejenigen, die sagen, das sei vielleicht nicht das Authentische oder nicht die Forschung von Denkmalpflege, die man in aller Orten so hochhält, also wir haben das Prinzip einfach der Hinweis, natürlich ist es so, dass wenn die Bilder erhaltungsfähig gewesen wären in dem Bestand, dass uns das die liebe Alternative gewesen wäre, aber ein Denkmal deshalb preiszugeben, wenn es die Möglichkeit gibt, es zu erhalten und Kontinuität zu stiften, wenn es die Material-Voraussetzungen fehlen, das halte ich für einen schlechten denkmalpflegeischen Ansatz, zumindest bei der Issa-Belle. Und ich zeige hier einfach die Abbey Road, wenn die 2009, wenn ich mich richtig erinnere, einlässlich des 50-jährigen Jubiläums, der Platte, der Beatles, wurden die Abbey Road Studios eingetragen und mit den Abbey Road Studios wurde mit eingetragen der Zebrastreifen, über die, die auf dem Cover gegangen sind. Und es wird ja niemand sich dem Irrtum hingeben, dass dieser Zebrastreifen von 1969 stammt. So ist es auch mit diesen Bildern. Diese Bilder stammen in Koningen aus der Sanierungsmaßnahme von 2009 und sind Teil des Denkmals. Danach hat sich entwickelt der Bereich des Grenzraums oder des Todesstreifens, dass er auf vielfältige Weise angeeignet wurde, genutzt wurde. Auch das muss man ehrlicherweise sagen, war Voraussetzung für die Erhaltung der Mauer überhaupt, dass man sagt, sie erfüllt dann auch eine Funktion. Es ist sozusagen im Todesstreifen so etwas wie ein Erholungsstreifen, manche sagen auch Event-Mail geschaffen wurden und das Gedenken an die Opfer möglicherweise vor Ort schwer erfahrbar oder nachvollziehbar. Es gab die Auseinandersetzungen, die allerseits bekannt sind, die die Bisszeitgalerie vielleicht bekannter und berühmter gemacht haben weltweit als die Aktion der Künstler 1991 und das große Engagement zur Erhaltung der Mauer und gegen die Bebauung oder Teilbebauung des Todesstreifens für einen Teil ist dieses Engagement zu spät gekommen, weil der Bezirk das schon Jahre früher zusammen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erlaubt hatte, für den Durchbruch der Autor-Arena damals genannt, diesen großen Durchbruch zu ermöglichen und dadurch über eine Strecke von mehr als 50 Metern die Mauer zu entfernen. Wir haben damals mit diesem Versuch das sogenannte Bajonett zu schaffen also die Mauerstücke zu entnehmen und dann dahinter wieder parallel aufzustellen versucht sie einerseits zu erhalten aber andererseits diese Öffnung zu ermöglichen solche Chancen gibt es natürlich überall. Unser Interesse ist weiterhin diesen Doppelcharakter oder diese Widersprüchlichkeit zwischen der Eastside Gallery entlang der Straße und des öffentlichen Raumes und dem Todesstreifen unter anderem dadurch kenntlich zu machen dass die Rückseite so behandelt wird wie sie historisch war und wie sie auch 1990 war und gegebenenfalls wiederhergestellt wird das ist das Thema der Weißen Mauer und das ist sozusagen das worüber wir wahrscheinlich noch ausführlich hier sprechen werden. Erlauben Sie mir eine Nachbemerkung nochmal zum Thema Welterbeantrag weil es ja auch hier kam und wir verschiedentlich schon die fachliche Diskussion dazu hatten Natürlich war die Berliner Mauer oder ist die Öffnung der Berliner Mauer ein Vorgang von weltpolitischer Bedeutung und der Bekanntheitsgrad der Berliner Mauer kann er auch für sich in Anspruch nehmen sozusagen von zumindest universell wahrgenommen geworden zu sein. Ich bin skeptisch persönlich was den Erhaltungszustand und die Vollständigkeit dieser Mauerabschnitte in Berlin betrifft aber glaube das ist ein hervorragendes und bedeutendes Denkmal ist. Ich will aber auf eines hinweisen und ich sage man kann weiter über das UNESCO Labeling nachdenken aber es gibt auch näherliegende Überlegungen die ich sehr spannend finde und für fruchtbar halte. Es gibt seit einigen Jahren das sogenannte European Heritage Label was von der EU kreiert wurde um europäisches Erbe auszuzeichnen und dieses Erbe das sich dadurch unterscheidet auch von dem Welterbe dass erstens das zeitgeschichtliche Erbe mit aufgenommen werden kann das heißt dass Schichten jüngere Bauschichten sozusagen mit berücksichtigt werden und dass auch Zeichensetzungen und Auseinandersetzungen mit dem Erbe damit ausgezeichnet werden können es setzt allerdings voraus eine vermittelnde Instanz Sie können sagen sowas wie Geschichtsdidaktik oder Geschichtspädagogik was mit geliefert sein wir haben in der Bundesrepublik 2009 das Netzwerk Eiserner Vorhang das Sie hier in der in der Karte ganz gut sehen das sich zusammensetzt im Augenblick aus zwei Einzelstädten die verteilt sind Herr Klausmeier auf acht Bundesländer oder so wenn ich es richtig weiß und unter anderem in Berlin vertreten sind durch die Mauer Gedenkstätte Bernauer Straße und Marienfelde 2001 fand diese Eintragung statt und 2011 fand das statt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums in Anführungszeichen man muss sich natürlich klar machen dass mit Mauerresten und Relikten nicht nur Berlin gesegnet ist sondern dass sich das auch anderemorts befindet teilweise in der Bundesrepublik teilweise aber auch entlang des ehemaligen reisenden Vorhangs europaweit und es ist deshalb die Frage ob es nicht sinnvoll wäre sozusagen zu einer länderübergreifenden und auch nationenübergreifenden Zusammenarbeit zu kommen um dieses European Cultural Heritage Label um da mehr mit einzubeziehen und ein europaweites Netzwerk zu machen das könnte perspektivisch vielleicht auch dazu dienen um nochmal Welterbeansätze zu machen zumindest solange es der Versöhnungs- und Verständigungsstrategie der UNESCO entspricht Dankeschön Ich bedanke mich sehr sehr geehrte Damen und Herren nach dem anschaulichen und schönen Vortrag wie ich finde der Geschichte hier gut aufarbeitet und den Ansatz der Denkmalpflege komme ich jetzt vielleicht zu einem ganz nüchternen Thema ich vertrete hier an dieser Stelle Herrn Kühne von der Senatsverwaltung Stadtentwicklung aus der Abteilung Städtebau und Projekte der leider auf einer anderen Veranstaltung schon sehr viel länger eingeplant war in Meinung er verbrachte dass ich zuständig bin bei der Senatsverwaltung und das betrifft die bauplanungsrechtlichen Konzertsangelegenheiten also das Bauplanungsrecht ganz trocken gesagt deswegen möchte ich mich jetzt auch hier von Seiten des Senats auf die planungsrechtlichen Fragestellungen engeren Umfeld hier verschränken es gibt in dem Abschnitt um den wir uns ja hier unterhalten einen rechtskräftigen Bauungsplan mit der Kennzeichnung Dolmisch 5 Strich 74 von 16 8 2015 hier wurde dieser Plan rechtskräftig Kraft gesetzt der in diesem Bereich beziehungsweise in dem Bereich des neu gebauten Hochhauses dort ein sogenanntes Kerngebiet MK als Gebietskategorie als Planungsrechtliche festsetzt und in diesem westlichen Bereich eben eine Überbauung zwischen dem Bereich der Mauer und dem Späfufer ermöglicht weiter nach Osten sind die Teile als Grünfläche als öffentliche Parkanlage aus gewiesen und die Baugenehmigungen zur anstehenden Gebäude neben dem bestehenden Hochhaus beziehungsweise weiteres nicht davon sind auch bereits erteilt und gilt auch glaube ich bis 2018 bis 2014 2018 das heißt wir haben eine planungsrechtliche Situation wir haben einen rechtskräftigen Überbauungsplan in diesem Bereich der die planungsrechtliche Grundlage für die Begründigung von Vorhaben bildet und gleichzeitig eine bereits erteilte Baugenehmigung für diesen Bereich es wurde schon angesprochen die Rücknahme einer rechtskräftigen Baugenehmigung würde bedeuten dass man hier in das Planungsschadensrecht eintritt und genauso würde auch die Veränderung dieses Bebauungsplans jetzt das Planungsschadensrecht auslösen in welcher Höhe das ist noch zu ermitteln als von Seiten der Senatsverwaltung muss ich dazu sagen dass zunächst der Bezirk hier für die Planung verantwortlich ist also die Erforderlichkeit ich stelle euch Erforderlichkeit nach § 1 Absatz 3 des Baugesetzbuches einen Bauleitplan hier aufzustellen oder aufzuheben oder zu ändern und zu ergänzen liegt bei dem Bezirk der ist ein Kreuzberg wie Sie kann Herr Schmidt ist ja auch anwesend und wird sicherlich dazu etwas sagen insofern ist die Senatsverwaltung zunächst nicht zuständig für dieses Bebauungsplanverfahren wir sind natürlich unterstützend tätig beratend tätig wenn es Fragen jeglicher Art gibt im Hinblick auf das Planungsrecht und wirkliche Konsequenzen bei der Änderung da muss man dazu sagen der Bezirk hat ja auch schon eine Änderung des Bebauungsplans vorgesehen das ist der Bebauungsplan 5-75-1 die 1 hinten dran kennzeichnet dass man hier eine Änderung dieses Bebauungsplan beabsichtigt das wurde am 20.10.2012 wurde dieses Verfahren gestartet allerdings bisher noch keine weiteren Verfahrensschritte unternommen worden insofern ist das ein Bebauungsplanverfahren das laufend ist und weiterhin gilt eben der rechtskräftige Bebauungsplan 5-74 der eben die Grundlage für die Bebau entlang der Eastside Gallery bildet ja jetzt muss ich leider enttäuschen mehr kann ich leider dafür jetzt nichts sagen das ist im Grunde die planungsrechtliche Situation Herr Schmidt kann das wahrscheinlich jetzt auch noch sagen aber vielleicht noch mal detaillierter beziehungsweise auch die Entwicklungsabsicht des Bezirkes der wie gesagt hier zunächst verantwortlich ist damit möchte ich mich schon bedanken für die Aufmerksamkeit und dann vielleicht später eine Diskussion vielen Dank da auch meinerseits hallo es wurde im Grunde einiges schon dargestellt dem habe ich wenige zuzufügen ich könnte jetzt noch mehr ins Detail gehen was die Frage betrifft wie kann die aktuelle Baugenehmigung die bis zu ja bis Februar nächsten Jahres nötig ist und dann wo eventuell gar nicht mehr verlinkert werden kann wie kann diese umgesetzt werden es ist auf jeden Fall nicht so dass sie sofort umgesetzt werden kann wie eben schon von meinem Vorredner gesagt haben wir einen aufgestellten Bebauungsplan und dieser Bebauungsplan wurde damals zwar beschlossen dieser Aufstellungsbeschluss aber er wurde nicht in den ersten Verfahrensschritt gebracht also die frühzeitige Bürgerbeteiligung mir wurde das jetzt so berichtet so möchte ich es hier auch ganz ausdrücklich wiedergeben dass es an diesem Verfahrensschritt immer eine Mitteilung seit es das Bezirk seinen Senat gibt oder damals auch gab und dieser dann entscheidet oder Auskunft gibt ob dringende Grundsatzinteressen in Landesverlieben betroffen sind und damals wurde dem Bezirk signalisiert dass hier erhebliche Zahlungen zu leisten wären und dass deshalb dieser nächste Verfahren nicht gegangen werden kann das würde jetzt wahrscheinlich eine Detaildiskussion sein ob damals wirklich der Bezirk es dann doch hätte tun können und dann seinen eigenen Haushalt belastet hätte oder ehelich ein Haushaltsrisiko ausgesetzt hätte wir stehen jetzt interessanterweise wieder vor der selben Situation und mein Vorschlag ist und ich will das aber gleich nochmal kurz reflektieren das ist ein bisschen wie in Katalonien Unabhängigkeit aber unter gewissen Bedingungen also wir mein Vorschlag ist wir gehen jetzt den nächsten Verfahrensschritt sofort also wir könnten das quasi übernächsten Dienstag ins Bezirksamt einbringen und dann würde das sein Verfahrensgang über die BVV gehen diese Möglichkeit würde ja theoretisch bestehen trotzdem würde dieser Verfahrensschritt wenn auch dann die Senatsvorweisung zum Beispiel sowas sagen würde ist grundsätzlich denkbar man muss halt noch klären was diese Entschädigung kostet und da wird dann eine Abwägung vorzunehmen sein trotzdem muss man dann dazu sagen dass dieser Verfahrensschritt die aktuelle Baugenehmigung nicht aufhebt aber er würde immerhin wenn es dann abläuft von Monaten und es eben nicht gelingt diese Baugenehmigung umzusetzen also ein Anruf mit seinem Bau zu beginnen dann würden wir tatsächlich eine Zurückstellung vornehmen können eine Veränderungsschreiber und dann eine Zurückstellung auch das alles beklagbar also beklagen wir von rechtlich von richten beklagbar und nicht ganz gewiss wie das dann ausgeht am Ende aber das wäre zumindest ja jetzt ein Weg wie man noch einmal ins Handeln kommt die andere Möglichkeit die hier besteht Sie wissen es werden Autobahnen gebaut wenn eine Autobahn gebaut wird und da ist ein Baugrundstück im Weg und dort ist eine Baugenehmigung erteilt dann tut das nichts zur Sache es kostet dann halt Geld es gibt dort dann die Möglichkeit eine Enteignung vorzunehmen das passiert auch regelmäßig und wir selber haben sogar als Bezirk zur Herstellung des Schleusen des Spregenverwegs in Strahlau dieses Verfahren angewandt einmal und es gab fast alle Eigentümer haben sich dann sozusagen auf dem Verhandlungsweg geeinigt zwei allerdings nicht in Deutschland wurde dann eine Enteignung vorgenommen also Enteignung wird immer so hochgehangen als oh Gott oh Gott jetzt folgen Politik Enteignung aber das ist ja quasi ein ganz üblicher Form aber für so eine Art von Enteignung muss eben nachgewiesen werden dass hier das Wohl der Allgemeinheit in Ausmaß betroffen ist und die Enteignung rechtfertigt und daran ist der Knackpunkt also dieses Instrument anzuwenden erfordert hier eine rechtsrechtliche Argumentation und dann auch einen Bestand vor Gericht das ist eine große Hürde das Plan und das Schadensrecht gilt auch hierfür das heißt auch hier ist Enteignung ja nie man nimmt jemanden etwas weg so wie das in der DDR aber erst mal jetzt zurück in die DDR natürlich es gibt ja immer den Wertausgleich bei Eichnung in der Bundesrepublik und insofern hätte wahrscheinlich sogar der der Eigentümer vielleicht gar nicht so ein großes Problem also damit muss man sagen das große Problem liegt eben hierbei wirklich in der Abwägung des Senats von Berlin und seiner und aller anderen Akteure finde ich weil es ja hier eine öffentliche Debatte ist wie viel ist uns eigentlich die ganze Sache wert und ich finde es auch sehr schade das muss ich ja auch mal sagen seit dem Koalitionsvertrag in dem ja es drin steht des rot-rot-grünen Senats dass wir nein dass das Ziel ist hier eine Lösung zu fünfen dieses Grundstück anscheinend der Senat nicht einmal geprüft hat ob ein Widerbuch das Entschädigungsvolumen ist das scheint passiert zu sein nachdem ich mich schriftlich an den Senat vor das sind schon ein paar Monate ich weiß jetzt nicht genau wann das Datum war ist aber wieder schon einige Zeit her also ich glaube ein Monat oder ähnliches mich an den Senat in Bezug auf die Drucksache der BVV hier in die ähnliche Richtung geht gewendt gewandt habe und auch darum gewandt habe mir den Sachstand mitzuteilen und auch Zusammenarbeit der ganzen Sache die Antwort auf das Schreiben kam gestern vorgestern bei uns an mit eben der Ankündigung dass man jetzt dass die Ermittlung des Entschädigungsvolums noch nicht abgeschlossen ist so gesehen wäre zum Beispiel zu prüfen ist es eigentlich ein großer Unterschied zwischen dieser Vollenteignung und also auch die Baugenehmigung übergeht also die aktuelle Baugenehmigung zurücknehme und der sagen wir mal Zurückstellung ich denke da ist da wird ein Unterschied bestehen also wenn die Baugenehmigung nicht verlängert werden kann und bis dahin kein Baugenehmig stattgefunden hat da wird ein monetärer Unterschied sein ich weiß jetzt nicht in welchem wie erheblich dieser ist das ist auch alles meinerseits kein großer Vorwurf sondern jetzt beschreibt ihn einfach mal die Prozedere ein bisschen mehr im Detail weil ich mich natürlich auch frage wie viel Geld wäre es uns das ganze wert wenn wir uns mal anschauen was bestimmte andere große Infrastrukturprojekte das Land Berlin und andere Institutionen tagtäglich kosten dann ist schon die Frage wie weit dieses Baudenkmal dieses Zeitdenkmal wie weit dieses Zeitdenkmal überhaupt in Geld zu fassen ist ich weiß es nicht oder wie weit hier auch vielleicht der Bund oder andere Institutionen einfach sagen müssen so das wollen wir da legen wir das Geld jetzt einfach mal zusammen und damit haben wir hier eine Bebauung verhindert die ich im Übrigen auch ja ich finde sie gerade so ich finde es eine eine ziemliche Unmöglichkeit dass man wenn man weiß dass in der Stadt im Koalitionsvertrag von einer Regierung aber auch in der in der Zivilgesellschaft und auch vom Bezirk hier eine andere Situation gewünscht ist dass man dann als neuer Erwerber sich dieses Grundstücks ermächtigt und dort versucht diese Nutzung unterzubringen ein Hotel und Luxusrunden ich würde das unmittelbar so wenn es auch ein bisschen schade dass heute der Investor nicht dabei ist der Investor hat sich ja wohl ja zum Liegenschaftskongress eingeladen und er hat dort auf eine sehr für mich befremdliche Art und Weise sozusagen esoterische Argumente aufgeführt mit Energie die man gemeinsam haben muss und ähnlichem weshalb es doch jetzt einfach an der Zeit wäre quasi Recht zu akzeptieren Geldnisrecht zu akzeptieren und natürlich müssen wir uns an Recht und Gesetz halten und ich habe Ihnen ja gerade auch beschrieben wie hier sozusagen die Rechtslage oder wir haben es Ihnen hier zu beschrieben wie die Rechtslage ist aber ich finde auch dass eine Debatte mit einem Investor stattfinden müsste mit der Zivilgesellschaft und dass auch der Senat hier noch auf einer anderen politischen Ebene mit eingezogen wird im Moment haben wir hier neue Abteilungsleiter ist nicht gekommen dafür ist nicht sachbar weil ich glaube ich weiß ja nicht tun ist gekommen und auch der Raum ist ziemlich klein hier und zum Beispiel auch mal ein sehr schöner Auftakt also die Stoßkraft die das Ganze haben müsste damit man mehrere zweistellige mindestens mehr zweistellige Millionenbeträge ein zweistelliger Millionenbetrag ein zweistelliger aufbringt da muss schon auch noch mehr Druck dahinter sein es reicht nicht sozusagen so eine Runde hier aufzubauen sondern es müsste eigentlich ein Aufschrei durch die Stadtgesellschaft gehen und ich bin auch nicht ganz sicher wann der und wie der zustande kommt die Energie die Mediaspray im Mediaspray im Mediaspray versenken sagen wir es mal drinsteckt die war gewaltig die hat im Endeffekt weniger bewirkt als man gehofft hat bis hin zu enttäuschen könnte man sagen und jetzt ist halt die Frage ob wir diese Energie eigentlich noch aufbringen im politischen Zivilgesellschaft das ist ja die erste Anregung die wir dann aufnehmen können und gewiss gewiss ich auch tun will wir kommen damit zum zweiten zu Zukunftspositionen und Visionen ich habe ja eben kurz erlaubt wie wir vorgehen würden und würde jetzt als ersten ich kenne die jetzt nicht persönlich Alexander Arnold von der Gemeinschaft der Verfolgung des DDR-Geschäfts verformt ja ich bin Alexander Hamel ich habe es ein paar die Hörten vorgestellt worden und mir geht es vor allen Dingen um die Nutzung der Westzeit von der Ost-East-Zeit-Gallery es ist für einen Betroffenen der selbst in der DDR groß geworden ist 84 die sich dann von der Bundesrepublik aus der Stasi gehaft freigekauft worden ist ein sehr gemischtes Gefühl zu sehen dass die Mauer da auf der Eastzeit zu einem Event geworden ist was ich auch gut finde insofern weil es ja auch die Öffnung der Mauer feiern soll auf der Seite was aber für die Besucher die da hinkommen auch nicht wirklich bewusst ist weil es verwirrend man kann da wenn man denkt könnte man hätte von Ostseite da rangehen können um das zu bemalen und so weiter ich finde da muss eine Aufklärung hin und vor allen Dingen auch was das für die Betroffenen bedeutet hat diese Mauer und der Künstler Stefan Rohloff hat im Moment da eine wunderbare Ausstellung und hat seit drei Jahren dafür gekämpft dass es eben nicht weiß gestrichen wird wie das Gedenkmalamt das gerne haben würde weil es ist für uns nochmal es soll wieder diese weiße Farbe hat den Sinn dass man die Flüchtenden besser erkennen kann um sie besser erschießen zu können und sich jetzt nochmal sozusagen in der Historie zu machen ist für mich also sehr unbefriedigend und der Stefan hat eben viele Recherchen schon in den nachzahrendjahren über die Absurdität der Mauer gemacht und hat sehr viel Material und beschäftigt sich ja jahren eben auch mit Betroffenen und gibt denen Stimme und ich weiß nicht inwiefern das schon angeguckt worden ist was jetzt im Moment in der Zeitgalerie eine Plakatierung ist da kommen eben unter anderem auch ich Betroffene wirklich zu Wort die erzählen können was in der DDR passiert ist der Sinn aber dass das nicht nur in der Tempo der Ausstellung bleibt sondern ich würde wirklich gerne als Kontrast zu dem Event auf der anderen Seite zeigen wie es in der Diktatur eigentlich tatsächlich im Alltag gewesen ist wir haben Hohenschönhausen das finde ich sehr wichtig Hohenschönhausen ist der Stasi-Knast der ehemalige wo den Leuten gedacht wird die also tatsächlich denn verurteilt worden sind eingesperrt worden sind wir haben die Bernauer Straße die auch sehr wichtig ist finde ich weil an die Leute gedacht ist die wirklich versucht haben über diese Mauer zu kommen und den Mauertoten da gedacht wird aber wirklich ein Denkmal oder ein adäquates Aufarbeiten von dem was in dieser Diktatur gelaufen ist aber wir haben kein Denkmal und zwar wirklich von Millionen Verfolgten die heute überhaupt in keinerlei Entschädigung oder Anerkennung kriegen wenn man nicht länger als zwei Monate politisch im Knast gesessen hat kriegt man da so keine sogenannte Stasi-Rente diese Entschädigung und trotzdem haben ganz viele Familien gelitten bis ins Intimste wir haben Millionen Wege Lebenswege den Menschen zerstört und ich finde diesen Leuten eine Stimme zu geben gerade an dieser Stelle eine ganz hervorragende Idee für die ich ja eben auch kämpfen möchte dass das weiter gemacht wird und der Stefan hat sich angeboten er hat wirklich erstmal genug Kontakte zu Leuten die betroffen sind er ist als Künstler für mich eben auch wirklich der glaubwürdigste anstatt was da irgendwelche Bürokraten mit machen und er hat genug Material in der ich stehe dazu dass da eine Wechselausstellung gemacht wird dass alle Monate mal Texte ausgetauscht werden damit die Leute die Möglichkeit haben was diese Mauer eigentlich für die Leute die dahinter gewohnt haben nämlich in der DDR bedeutet hat und ich merke das ja seit ich weiß nicht zwei Monaten ist diese Ausstellung jetzt da die kommen jetzt gerade von da wir sind gerade wieder am Plakatieren weil der Sturm mächtig viel zerstört hat und wir das wieder neu auffrischen und ich sehe ein Feedback der Leute die bleiben stehen die lesen sich das durch und sind betroffen dass das wirklich ankommt das ist natürlich eine absolut ideale Ortschaft weil einerseits wirklich viele Touristen anlockt durch die Eastside Galerie wie gesagt ich unterstütze das finde das sehr gut dass es auf dieser Seite bleibt aber ich finde man sollte auf der anderen Seite auf keinen Fall mit Weiß anfangen und sozusagen die NVA Doktrinen nochmal neu unterstützen sondern diese Chance nutzen die uns Stefan da gibt und auch mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis ja ich denke mal es geht mir vor allen Dingen darum dass es eben wirklich einfach noch nicht die Anerkennung und die Aufarbeitung gegeben hat die eigentlich diese Diktatur nachherein nochmal aufgearbeitet werden müsste um zu wissen was da eigentlich wirklich hier laufen ist zumal wir mit der politischen Situation jetzt schon wieder zu Diktaturen neigen und man sollte wirklich einfach das Volk reden lassen was die da erlebt haben und jetzt wirklich hier als dieses Projekt zu unterstützen und ich würde dann direkt auf die andere Seite der Mauer zur Eastside Galerie und zunächst Herrn Alabi als Vertreter der Künstler-Ezid der Eastside Galerie bitten und danach das kündige ich schon mal ein drei Künstler-Gemmer und ich darf auch vorstellen wie die Bilder gestatten haben begrüße ich herzlich also im Namen der Künstler-Initiative Eastside Galerie vor mein Name ist Keine Alabi ich bin der Initiator und vorstelle der Künstler-Initiative Eastside Galerie schon seit 90er Jahren versucht die Eastside Galerie authentisch wie möglich einfach auszuheben unser Kampf wurde durch unsere Gründung 96 der Verein der dann einfach mit vielen Künstlern zusammen in meinem eigenen Galerie gegründet wurde zur Rettung der Eastside Galerie zukünftige Eastside Galerie das heißt als wir in 90er Jahre begonnen haben hat keiner uns gebraucht und auch also nicht berücksichtigt als Künstler und gesagt ja irgendwann mal habt ihr gemalt und irgendwann mal werden die gesamte Eastside wieder abgegessen so zu Recht weil es die Gründungstücke die Rückseite sozusagen den Privaten gehört wir haben aber trotzdem nicht aufgehört haben wir weitergemacht und erste Sanierungsmaßnahme wurde jetzt 2000 mit fast ungefähr 1 Million Mark haben wir sozusagen so ein Musterprojekt durchgeführt also das heißt wir müssen dann also so organisieren dass es die Eastside Galerie wieder auch die Künstler eingeladen dass er die Kunstinitiative die Künstler einlädt aus unterschiedlichen Ländern habe ich die nach Berlin geholt dass sie ihre eigenen Sachen genauso 1 zu 1 übertragen haben so mit diesem Musterprozess sozusagen Prozess haben wir dann dargestellt dass die Denkmalämter erstmal nachdenklich wurden dass tatsächlich also dass die Künstler sich bemühen und dann über die Jahre gekämpft mit vielen Bundestagsabgeordneten Gespräche geführt der zumindest also eine gewisse Summebreite stellt deswegen die gesamte Eastside Galerie denn einzigartig ist einfach komplett also sichern also sanieren und einzig anschließen konservieren und wie gesagt da waren sehr viele dagegen und wussten nicht ganz genau dass sie alle Künstler hier an dieser Stelle auftreten da haben wir dann als Künstler Eastside Galerie versichert dass wir wirklich die authentischen Künstler nach Berlin holen dass wir innerhalb einem Jahr komplett also nach den Bausanierungen später die authentischen Bilder drauf sozusagen auftragen und das war eine Anerkennung also Anerkennung und respektvolle Bundestagsabgeordnete die uns wirklich finanziell unterstützt haben also ich will nicht also den Namen nennen aber ich habe jahrelang mit den Gesprächen geführt die sensibilisiert also so weit gebracht dass sie dann gesagt haben tatsächlich also sicher die Eastside Galerie ist eine Geschichte die verbunden ist mit Leid aber Dauer hinaus die Freude wenn wir tatsächlich die Eastside Galerie in den 90er Jahren nicht gemalt hätten da hätten wir in dieser Zeit überhaupt nicht die Eastside Galerie sehen können das heißt also später als wir die Mauer also die Eastside Galerie saniert haben dann haben die Menschen mitbekommen also weltweit Menschen mitbekommen jetzt können wir dann nach so vielen Jahren die Bilder wieder auch so sehen das waren also 90er Jahre waren 90er Jahre sehr viel wir haben mit sehr schlecht Farben gearbeitet Frau Mecklin weiß das wir müssen sogar auch die Farben holen die dann einfach Restfarben waren von Karstadt die dann also wirklich im Keller lagen die wollen wegschmeißen haben wir mit diese Farben gearbeitet ja so also richtige Materialien hatten wir nicht irgendwann mal wurde dann natürlich nach zwei drei Jahren wurden dann die Bilder abgeblättert durch die Abgase durch was weiß du viele umweltschädliche Geschichte wurden dann sehr viele Bilder zerstört also das heißt da musste dann jemand kommen und sagen mich also versäumt alles sicher der Bezirk hätte oder die Senat oder was weiß ich wer war verantwortlich weil hätten die ohne weiteres am Anfang sich kümmern können und dass die Zeit tatsächlich eins zu eins aufheben können also einfach und sichern können haben das nicht verpasst gut gut jetzt jetzt haben die künstler versucht nachträglich haben dann also nachgemalt und nach publiziert dass die bilder zumindest so sehr wenn man jetzt sieht es gab schon oft mal diskussionen es gibt zu viele mails zu viele briefe die ich von ausland bekomme die sind froh dass sie dann tatsächlich diese bilder von der Eastside Garde Trabi diese authentischen bilder sehen können gut also respektvoll an künstler tatsächlich über die jahre sich eingesetzt haben dass die Eastside Garde so eine version erhalten jetzt müssen wir dann überlegen wir müssen sensibler an die Sache rangehen wir können nicht ständig versuchen mit dieser Geschichte rumspielen also ich bin wirklich ich habe respektvoll von den verfolgten der Regie aber das sind die private Geschichte die dann einfach einzelne Menschen haben wir können ohne weiteres also dort Projekte veranstalten die dann mit dieser Geschichte einfach dokumentiert werden aber nicht an die Substanz der Eastside wir müssen versuchen die Geschichte die dort einfach früher statt gefunden zumindest wir haben ja auch erst verdommen 9 eine Auflage bekommen wenn ihr tatsächlich die Fläche weiß belässt also weil da waren also manche Künstler die wollen unbedingt die Lübseite bemalen wir haben gedacht gestoppt die gesagt nein aus historischen Gründen weil dort wurden die leere Menschen erschossen durch diese sozusagen Wachtturm die dann also mit Scheinwerfer auch die weiße Fläche produziert haben dass dann dadurch einfach die Menschen erschossen haben wir müssen versuchen einfach zumindest die Geschichte von damals alle 50 mehr wir haben ja 7 Punkte Plan haben wir vorgeschlafen vor 4 Jahren das muss nur realisiert werden so und wenn wir die Geschichte tatsächlich authentisch behalten wollen dann müssen wir versuchen nicht ständig rumspielen plakatieren weil vor kurzem haben wir mehrere Plakate von vorderer Seite abgerissen und müssen wir wegwischen und ständig versuchen also weil die Rückseite sicher jetzt wie jeder vor ein paar Jahren hat Plakate oder ihre Projekte dort zu realisieren jetzt kommen die 3,5 Millionen Menschen hin jetzt wollen natürlich alle mit dieser Geschichte zu tun haben ist klar sind wir auch froh aber andererseits müssen die Versuchung vielleicht sensibler mit dieser Geschichte umgehen also wir sind immer die Künstler sind die immer also es ist genauso wenn zum Beispiel Rembrandt Bild die Rückseite bemalt wird es gibt zu viele Künstler die wollen das nicht die Rückseite einfach bemalt wird wir müssen versuchen wirklich also sensibler mit dieser Geschichte umgehen dann können wir viel mehr die Menschen die dann tatsächlich interessiert haben dort zu bauen ich kann mir vorstellen in den nächsten paar Jahren kommen die bestimmten paar Unternehmer die legen Millionen vor sagen dass also wir geben euch 20 Millionen gebt ihr euch ein Stück und bauen wir dann wieder auch in einer Hotel also das kann mir vorstellen wenn wir tatsächlich die Geschichte ständig verfälschen meinetwegen plakatieren oder irgendwas zu machen dann wird also ein Anlass sein für die Bauunternehmer dort zu bauen und darüber hinaus die Geschichte sozusagen langsam zu stöckeln und verschwinden lassen und die Künstlerinitiative ist überhaupt nicht interessiert wie gesagt ich habe wirklich voll Respekt an die verfolgten Menschen die dann tatsächlich sehr lange darunter gelebt haben ich bin ein Mensch der genau diese Geschichte wenn sie zum Beispiel die Geschichte die E-Site-Galerie authentisch aufheben dann können die ohne weiteres ihre reelle Ideen tatsächlich den Menschen übertragen und dass die dann glauben können wenn wir die E-Site-Galerie die nächsten paar Jahre langsam zerstückeln oder einfach verändern dann werden die nachkommende Generation tatsächlich sagen das ist ja sowieso alles verfehlt da brauchen wir nicht also wir glauben nicht an euch irgendwann mal irgendwas passiert in den nächsten 40 Jahren da werden die nachkommende Generation bestimmt also nicht glauben und deswegen sagen wir als Verein unsere Künstler sagen immer wieder wir müssen versuchen sensibler also die können gerne ihre Projekte dort durchführen aber nicht an die Substante Istag sie können an die Stellwände als inzwischen zu viele Menschen hinkommen ihre Projekte dort durchführen aber nicht an die Substante Istag wenn sie beginnen dann sehen in den nächsten paar Jahren wenn die Bauunternehmer komplette Istag istag sehr stört vielen Dank Applaus bitte Herr Professor Nasebe J oder Jai ich weiß nicht was wirklich ausspricht die erste Künstler der Bild an der Künstler gewalt ich freue euch dass ich freue euch kennen schon mein Name ist René Jain ich habe 89 das erste Bild an dem ich seit gell gemalt aber unter Künstlern laufen immer noch Probleme die sagen die erste Bild sei die Oscar und da zufällig heute Mecklin ist da und Mecklin ist die Beweise immer drauf dass die erste Oscar will ich später gemalt als meine Vorstellung Zukunft ist seit Jairi folgendes durch ihre Arbeit haben wir alle beteiligten Künstler dazu beigetragen die Isai Gellri bekannt zu machen und zu erhalten er braucht ein Forum in dem alle die Künstler beteiligt sind um die Isai Gellri zu präsentieren wichtig sind regelmäßige Kontakte zu den Medien sowie zu Themen besorene Veranstaltungen dabei sollte jeder Künstler die Gelegenheit haben sein Bild zu erklären Deckmallschuss Mauer Museum Kultur das Senat und das Bund dem gefordert mit klare Vorgabe dieses Denkmal dauerhaft offen und unbeschädigt zu halten von allen Berlin- und Berliner Besucher Ich habe oft Besucher aus dem Ostland die Beschwerde geholt dass zum Beispiel bei Bild Siebenstufe der Erlaustung nicht bisher erkennbar war wegen der Beschädigung dazu dazu braucht es eine feste Etat zu regelmäßiger Reinigung und Pflege diese kann nicht von Jahr zu Jahr neu diskutiert werden sondern muss eine feste betrachten Teil des Kulturetats sein zum Schutz von Vandalismus ist eine dauerhafte Bewachung notwendig Die Vorschläge eine barriere unterstütze ist dabei ausdrücklich hilfreich wäre eventuell auch die Installation von Videocameras Um die Bebauung und Investoren zu verhindern braucht die E-Site Geld einen hohen Schutzstatus Durch die strenge Vorschriften besuchlich eine Bebauung kann diese Schutz aufgebaut werden zum Beispiel könnte eine Verpflichtung verankert werden wonach eine Bauinvestor mindestens 10 bis 20 Prozent sein Investition Volumen zum Schutz übergeben muss aber auch diese Barriere wird nicht jeder Investor abschrecken deshalb unterstütze ich Etablierung die Zeit Geld als nationales Denkmal und im Folge Aufnahme in die Liste UNESCO Leiterisch Dankeschön dann würde ich Frau Berklin hier schon mit antworten die Isai Gali die Isai Gali die es fast nie gegeben hätte es ist nicht bekannt dass der Monti der die Vision die Isai Gali hatte da hat sich im März 1999 zurückgezogen da stand ich allein da ohne Mittel war nichts zu dem Zeitpunkt gab es nur eine Handvoll von Künstlern dann hätte ich sagen sollen schmeiß ich auch hin aber irgendwie an dieses Projekt hat mich von Anfang an gefesselt verzaubert ich kann es nur so erklären es ließ mich los und ich weiß dass viele andere Künstler das auch mitgegeben hatten es irgendwas besonderes an diesem Projekt war und so habe ich weiter gemacht und die Künstler bis zur Veränderung bescheuert und die Künstler durch ihre Arbeit haben das Negatives in was Positives gewandelt und so ist die Isai Gali entstanden diese äußerst wichtige historisches Denkmal ist auf der ganzen Welt anerkannt die Richtigkeit ist anerkannt nur in Deutschland nicht und in deutschen Behörden war es immer so dass die Ministergärten wie eine Belästigung war die waren erredes es stand ein Weg die haben überhaupt nicht geholfen wir waren in dem Weg von den zuständigen Behörden ich nenne zuständige Behörden meine das Bezirksamt die sein kreuz damals war es gut sein und die Berliner Regierung es ist nur dank der Bevölkerung dass überhaupt noch was von der Isai Gali steht und trotz der Regierung ich lebe in Schottland und als ich aus der Ferne erfahren habe dass ein ehemaliger Stasi Mitarbeiter auf dem ehemaligen Todesscheifen einen Luxus Wohnungen bauen dürfte dachte ich was geht hier vor es hätte allein aus moralischen Gründen nie stattfinden sollen und ist es legal genehmigt worden ist es legal gebaut es gibt keine halblegale Sache entweder ist etwas legal oder illegal und was ich erfahren habe dass beim Amtsgericht für dieses Luxury Living Level auf einen Todesscheifen das wird nie gut gehen als ich erfahren habe dass beim Amtsgerät das EDV Katalog für dieses Gebäude gelöscht würde dann frage ich wer hätte das machen können und warum und das bringt wieder negative Energie an die Israel Gallery und jetzt kommt das nächste der will das Projekt GIA 1663 bauen was auch nicht da passt auf den ehemaligen Todesschreifen ich freue mich sehr dass die zuständige Behörden endlich eine Lösung gefunden habe weil die Israel Galdi in die Stiftung Berliner Mauer geben will finde ich für mich das ist keine passende Lösung das ist eine angenehme Lösung die wollen es immer los haben und jetzt haben die jemand gefunden nehmen wir das ab weil die Stiftung Berliner Mauer handelt sich mehr mit dem Schrecken und das hat auch einen Platz wir müssen an die Leute erinnern aber die Israel Galdi ist seit lange kein Platz des Schreckens mehr die strahlt Hoffnung und Freude aus und das ist was die Leute mitkriegen nicht dass sie nicht mitkriegen was dahinter steht man muss die Leute nicht auf den Kopf mit dem Hammer hauen dass die das mitkriegen wie es war die kriegen das auf eine subtile Art und Weise das Problem mit den zuständigen Gehörn wie ich das sehe ist weil die Israel nie respektiert haben nie geschätzt haben haben die sich nie darum bekümmert einen passenden Willen zu finden und die haben die Geld Geld zu holen denken an die Millionen von Leuten die Israel gesucht haben wenn jeder nur Euro gespendet hätte aber es müsste eine offene und ehrige Stelle geben wo die wissen es wird nicht über was anderes entwendet es wird Israel nicht benutzen und das ist was gefehlt hat dieser Respekt und diese Anerkennung der Wichtigkeit ich bedanke mich ich bin extra aus Schottland gekommen um nach 25 Jahren 5 Minuten leben zu dürfen Vielen Dank Guten Tag ich bin Künstlerin der Israel Galerie und ich danke für die Einladung ich habe mein Bild 2010 wiederholt und es ist so dass das erste Bild 1990 abgestrahlt wurde und es war etwas anders in der Farbigkeit aber die Komposition ist beibehalten es ist zwischen dem Spruch von Gerrich Fried und dem Blattcover von Pink Floyd ich habe ich bin in der DDR aufgewachsen und ich war damals im Diplom der Kunsthochschule Burgi Wischenstein und meine Professorin hat also gesagt ja die Berliner die haben die Probleme mit der Mauer und wir sollen Entwürfe machen und ich hatte wie gesagt damals relativ flott den Entwurf gemacht mit mehr Figuren und er ist ausgewählt worden und ich durfte also 1989 dieses Bild malen was ich dann 2010 mit dem Vertrag wiederholt habe da ich damals sehr zu diesem Bild gestanden habe und auch sehr mich über den Fall der Mauer aus als mich hinter der Mauer gefreut habe ist dieses ist das auch ein Gedanke der mich sehr beflügelt Sie sehen hier dann die Weiterführung alles noch ganz bewusst ohne Bebauung und ich habe gedacht dass dieser Gedanke der mich damals so beflügelt hat also umfassender ist und ich muss auch sagen ich habe ein großes Problem mit meiner Urheberschaft weil vielleicht ist es deutlich der Himmel gehört zu meinem Bild und als Künstler ist es halt so dass das auch eine Beschädigung darstellt und dagegen möchte ich gerne vorgehen ich brauche also einen freien Himmel hinter meinem Bild und wenn ich den Spaziergang durch Berlin mache dann habe ich mich sehr oft gefragt warum die Westseite nicht einfach mit einbezogen wird und ich habe mir jetzt Gedanken gemacht die würde ich Ihnen ganz gerne mal ganz kurz vorstellen ich habe also den Hinkel erstmal wieder weg gemacht und ich habe mir gedacht das ist ein Friedenssymbol die ganze Mauer wie auch immer sie ist ein Symbol und sie führt durch Berlin und ich denke es ist wichtig dass wenn wir nach vorn heraus Frieden und Demokratie und was auch immer alles welche Freiheit auch immer erzählen dann kann man dahinter nicht Häuser hochbauen und den Kommerz pflegen ich möchte gern dass das Hinterland ein Ort wird für lebendige Auseinandersetzung für Überwindung von Mauern und ich kann mir auch gut vorstellen dass dort Kunst Natur Natur für den Besucher in einer Form konzipiert wird wo immer der Zusammenhang mit dieser Galerie in der Höhe hauptsächlich im Respekt mit der Höhe der Galerie Fläche ist also 3,80 Meter 4 Meter hoch sozusagen stattfindet ich habe mir also Gedanken gemacht Sie sehen also hier das Puffer der Spree und auch das Planieren und auch wie wenig breit eigentlich dieser Streifen ist hier ist wieder der Hinkel weg Sie sehen wie auch immer ich möchte finde es nicht gut dass das das Bild verstellt und ich stelle mir vor dass die 1,3 Kilometer ganz einfach ein Ort werden von auch Besinnlichkeit auch hochwertiger Kunst und wo auch der Eingang also das Hineintreten aus dem vom Ufer heraus diese Besucher die alle kommen um die Galerie herum flanieren können dass es also ein einheitliches Konzept gibt was im Kontext mit vorn und hinten einhergeht hier kommen nochmal spielerische Elemente wo ich auch gedacht habe dass auch Familien mit Kindern vielleicht zum Sonntag entlang gehen Kunstprojekte Skulpturen Stahlbeton kleinere Sachen größere Sachen auch temporäre Geschichten und hier sehen Sie also mal eine kurze Zusammenfassung von aller ersten Skizzen es kommt es zum Wohl der Friedenszaube und die Angora der Spaziergang und ein Eingang zu einem Museum auch dachte ich an mehrere Möglichkeiten dort an der Spree zu liegen eine Agora der Eingang den Zirk jetzt gerade Atlante und die Agora ist also bei mir offen mit Blick auf die Spree sie geht in Korrespondenz mit der Höhe der Isse Galerie das heißt also wenn jemand draufsteht bildet er damit den Abschluss hier ist eine Agora mit einem Aufsatz mit einem Segel und hier habe ich Präsentationen eines Skulpturen Parkes wie ich mir das vorstelle hier sehen sie Bronzen die also auch im Himmel mit dem Himmel in Kontakt gehen diese Skulpturen sind alle nach Zeichnungen entstanden die ich in Italien mache nach lebendigen natürlichen Bewegungen die Menschen sind im Kontext mit einer guten Situation die fühlen sich also wohl die sind in einer gewissen Beschaulichkeit und diese bilden im Prinzip auch eine Anregung also überhaupt diese Sache bildet eine Anregung an dieser Situation Projekte zu schaffen die also dauerhaft mit einer sehr großen Hochwertigkeit anderer neben temporären Projekten stattfinden oder installiert werden könnte um diese Auseinandersetzung auch zu beenden und auch eine gewisse Akzeptanz und auch über eine Überlegtheit hineinzubringen in diesen Ort damit wir mit dieser ganzen Geschichte sehr vorsichtig umgehen ich habe noch eine Bitte und zwar möchte ich gern die Antwort auf die Frage zur Sicherung nach den Flächen haben und ich bitte darum den Senat ob er die anfallenden Entschädigungszummen übernehmen kann und ist es möglich in dem Übergabevertrag ich bin gleich fertig in dem Übergabevertrag den Passus mit von Einfluss von Bezirk und Künstler und Künstlerinnen mit einzubeziehen ist ja kein Wunsch ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit Vielen Dank und jetzt machen wir in der Geschichte einen Schritt weiter und kommen im Prinzip ja zum Bürgerentscheid und zum Hochhaus was ja da dann plötzlich wieder verschwunden war und würde jemand vom Bündnis Istzertgal retten nach vorne retten ja gerne also ich bin der Herr Robert Nuschitzki hier vom Medizent mit der Sprech bei Sehnten wir haben uns in Luganscheid gemacht zur Mediaspieplanung im Sprechraum und in Kreuzberg Sprechhaus in Rufla das betrifft sowohl die Kreuzberg als auch die Friedrichs an der Seite und die Set Galerie und dieser ehemalige Trugestreifen sind natürlich auch Teil davon und wir haben dann als es hieß da soll das Hofhaus gebaut werden was ja eigentlich mit dem Herrn Schulz war nicht vereinbart dass das Licht kommen soll da führten wir uns auch etwas hinter das Licht geführt muss ich sagen als wir dann erfahren haben dass es doch realisiert werden soll haben wir Bündnis das Israel Galerie retten den Protest dagegen organisiert doch einigermaßen erfolgreich möchte ich sagen international sehr beachtet war dieser Protest gegen der Aufschrei international durch die Medien wie auch schon gesagt wurde international stärker beachtet als national und wir haben dann gemerkt dass da erheblicher Nachholbedarf ist im Verständnis der Istzeit Galerie von Verständnis der Bedeutung sowohl vom Senat gesagt am Anfang das wäre kein gesamtstätisches Problem das wäre Kreuzberg Friedrichshain eine Bezirksangelegenheit mit der Mauer das wäre quasi die Grenze zwischen Kreuzberg und Friedrichshain und wir haben dann gemerkt dass sehr viel Arbeit zu leisten ist einfach an Bewusstseins Bildung was das überhaupt für eine Mauer ist denn das ist nicht Teil der Mauer zwischen West und Ost der Atomkonflikt Menschen gestorben das wurde ja alles schon gesagt und wir haben gemerkt dass das Verständnis überhaupt nicht vorhanden ist in Berlin in Deutschland eher noch in Europa und haben dann wirklich stark daran gearbeitet das Bewusstsein zu bilden und die Politiker gerade auf Senatseite und auch auf Bundesebene dafür zu sensibilisieren was wir eigentlich haben in Berlin nämlich nicht die Mauer zwischen Friedrichshahn und Kreuzplatz sondern eben ein ganz wichtiges Symbol für die Überwindung der Teilung der Friedrichshahn und Teilung des Kalten Krieges und ja haben wir daran gearbeitet und wir freuen uns auch sehr dass jetzt dieses Kiewing hier zustande kommt ich denke mal das ist auch zum Teil mit auf unsere Anlage zurückzuführen weil überhaupt erst mal dieses Bewusstsein entstehen konnte dass es wichtig ist diesen Ort zu erhalten dann möchte ich sagen zu dem Bauvorhaben was da jetzt noch ansteht dieses Hotel mit den Luxuswohnungen war ursprünglich sieben Schluckwerke geplant dann hat der Herr Rohbereit das zur Chefsache erklärt wie die Maueröffnung wie man das möglichst schonend machen kann und sein Kompromiss sah dann so aus dass es jetzt neue Schluckwerke werden statt sieben die Maueröffnung Problematik ist überhaupt noch nicht gar nicht geklärt und ich möchte hier auch immer darauf aufmerksam machen dass der neue Investor mit einer Illustration wirbt für sein Bauprojekt die veraltet ist und seinerzeit schon falsch war denn nicht nur dass da noch die sieben Stockwerke drinnen abgebildet sind statt der neuen sondern es liegen auch Segelboote an der Kaimauer auf der Spree das ist hier eine Bundeswasserstraße Segelboote sind dort gar nicht zulässig schon gar nicht mit hochgeklappten Masten das ist eigentlich eine Täuschung der potenziellen Käufer seiner Immobilie sollte von daher mal verfolgt werden denke ich denn das geht ja auch nicht dass man die Menschen da irgendwie vorgaukelt sie würden hier ein Segelbootrevier beziehen wenn sie dann eine Immobilie erwerben die Mühlenstraße wird natürlich auch nicht zuletzt durch den Bau und auch durch die gegenüberliegende Bau dieses Mercedes-Benz Areals sich ganz anders darstellen in Zukunft die Häuser werden natürlich mit dem Wind arbeiten oder mit den Häusern eine recht stürmige Angelegenheit werden in viele Farben ist die Straße ohnehin die Feinstaubbelastung wird erheblich steigen wenn dieser Hotelriegel der übrigens 120 Meter lang werden soll die Häusernstrauferke hoch 120 Meter lang das ist so lang wie der Allianz Tower hoch ist also die Allianz Tower hingelegt und dann auch mal doppelt so hoch wie er breit ist dann kann man sich das ungefähr vorstellen was der für Plotz hin soll und dann wird das also von Atmosphäre her die Straße natürlich nicht mehr dieser Ausstrahlung haben die die Istzeit Galerie mal hatte sag ich mal bevor das Hilding Levels gebaut wurde es geht auch um die Paragraph 10 Denkmalschutzgesetz wo ganz klar drin steht dass die Umgebungsbebauung ein Denkmal nicht so in der Wirkung beeinträchtigen kann dass sie sich nicht mehr entfalten kann es wäre praktisch wie wenn man vor das Brandenburger Tor ein Hochhaus stellt da wollen wir auch sagen ja die Sichtachse aber man kann jetzt hier die Siegesäule nicht mehr sehen genauso ist das an der Istzeit Galerie mit diesem Hochhaus von den Hinkeln hätte nie genehmigt sollte meiner Meinung nach auch zurückgebaut werden aber ein bisschen andere Geschichte so viel jedenfalls zu diesem geplanten Neubau der aus meiner oder auch aus unserer Sicht dringend verhindert werden müsste wo auch Mittel bereitgestellt werden müssten vielleicht auch auf europäischer Ebene denn es ist mittlerweile durchgedrungen dass die Iset Galerie nicht die Grenze ist zwischen Kreuzberg und Friedrichshain sondern zumindest ein mindesteuropäisches Symbol für die Überwindung des Kalten Krieges was international große Anhandlung findet es gab einen Artikel Klascher ist der generell jetzt auf Platz 1 in Deutschland oder wie war das? das ist vorbei ja es war auf jeden Fall das meist fotografierteste auf Instagram das meist fotografierteste Bauwerk Deutschlands also es ist genau es ist auf jeden Fall ganz weit oben bei den Touristen im Bewusstsein angekommen ein letztes was ich noch sagen will ist wir hatten mal die Antregung gegeben die Piraten hat das auch in der BVV schon mal vorgeschlagen die Mühlstraße die vom vom Strahloer Platz bis zum bis zur Oberrung von der Mühlstraße heißt um zu benennen in Amt-Rodis-Streifen das halten wir für eine sehr gute Idee denn so eine Namensgebung würde unterstreichen die Bedeutung der Issa-Galerie dass es eben keine Bilder Open-Air-Galerie ist sondern dass es wirklich mal eine Grenzanlage war und ein Behinder die Mühlstraße deshalb unser Vorschlag Mühlstraße als Amt-Rodis-Streifen um zu benennen und ein letztes noch ich persönlich würde mir wünschen dass einige Schaubilder aufgestellt werden würden mit Fotografien die zeigen würden wie dieser Ort ursprünglich die DDR-Zeichen war ausgegeben ich gehe jetzt mal hier hin weil wir eine kleine Planänderung machen würden wir merken eine gewisse Unruhe und ich merke dass ich auch gleich mal auf Toilette müsste deswegen würden wir vielleicht nach der nächsten Initiative der Initiative Monument to Joy eine kleine Pause von 10 Minuten machen und danach dann das wäre auch ein guter Auftakt mit einem Video von dem Verein Kunst auf alles und Stefan Rohloff die Reise in die Gegenwart quasi fortsetzen und jetzt würde ich also dann die Initiative Monument to Joy nach ich weiß die Pause das Versprechen der Pause war sehr verbrochen ich kann das verstehen mir geht es auch so mein Name ist Reto Tumiger ich bin einer von drei SprecherInnen für die Initiative lebendiges Denkmal an die Freude keine Angst wir teilen uns die 10 Minuten an der Stelle möchten wir uns auch bedanken für die Organisation dieses Hearings und dass wir hier sprechen dürfen eingangs möchten wir klarstellen dass die Übergabe der E-Site Gallery und der Grünfläche dahinter an die Stiftung Berliner Mauer unseres Erachtens keine gute Lösung ist die Stiftung Berliner Mauer steht für eine Erinnerungskultur die nicht unseres Erachtens nicht zur E-Site Gallery passt wenn sie an eine Stiftung übergeben werden soll wünschen wir uns dass es eine eigenständige Stiftung sein wird und eine Stiftung der einer positiven Erinnerungskultur verpflichtet ist was wir genau darunter verstehen wird uns nun mein Kollege Jörg Berlitz erläutern Mitglied in der Initiative E-Site Gallery im Monument to Joy Jahre zuvor war ich zuerst beim oder bin ich immer noch beim Bündnis E-Site Gallery Retten aber wir haben halt den Gedanken oder haben uns den Gedanken der Freude auf unsere Farm geschrieben ich will kurz erzählen warum ich soll Ihnen jetzt hier erklären wie das funktioniert mit der Freude an der E-Site Gallery nach vier Jahren kann ich Ihnen sagen im Bündnis E-Site Gallery Retten dass das sehr schwer ist sehr schwer und vielleicht sogar unmöglich weil jeder das für sich selbst erfahren muss ich kann vielleicht erzählen wie das bei mir gewesen ist oder wie wir das im Rahmen des Bündnisses seiner Zeit erfahren haben wir haben uns also gefragt warum was hält und bringt uns dazu dass wir über so einen langen Zeitraum beständig an dem Thema arbeiten wir konnten es uns nicht erklären weil wir gehen jetzt fast ins fünfte Jahr das ist für uns eigentlich ungewöhnlich anfänglich haben wir über Freiheit sinniert denn Johannes kam auf die Idee oder hat verwiesen an die Erzählung von Christa Wolf der geteilte Himmel das fanden wir auch sehr passend an der E-Site Gallery weil sie verschattet sehr eigenartig und wenn man leider Gottes ist der Blick heute nicht mehr möglich wegen den Gleswels an dieser Stelle hat die E-Site Gallery den Eindruck der Unendlichkeit also noch der Geschlossenheit der Berliner Mauer und an dieser Stelle konnte man halt erfahren was es bedeutet in den geteilten Himmel zu gucken heute ist es wie gesagt nicht mehr möglich aber auch das hat uns nicht zufriedengestellt hat nicht erklärt was uns wirklich bewegt hat und ich möchte da an einen Moment erinnern bei einem Freund der ist Geigenbaumeister und er sagte ich soll mal vorbeikommen und wir müssen mir was zeigen und er hat mir etwas überrascht die Ode an die Freude vorgespielt und wir haben zusammen den Text gelesen und in dem Moment muss ich ihm sagen war mir klar was uns für dieses Monument streiten lässt ich bin bewegt Sie merken das das hat auch einen Grund wir haben dann weiter recherchiert Sie können es gerne selber nachvollziehen googeln Sie mal die Neute Symphonie oder die Ode an die Freude im Internet Ode to Joy Monument to Joy Sie werden sehen dass es dort wahrscheinlich über 100 Videos gibt von kleinen Flashmobs wo Menschen in Regionen der Welt die unterdrückt sind wo Unterdrückung herrscht das Bedürfnis haben genau diese Ode zu spielen und ich denke da schließe ich mich meinen verschiedenen Vorrednern an das wird hier in Berlin oder in Deutschland leider verkannt Berlin sollte dankbar sein diesen Ort zu haben und eingangs wurde das ja auch von Ihnen Herr Haspel erzählt dass Sie sagen die Issa Galerie sei ein besonderer Ort und wahrscheinlich in Europa und entlang der als eisernen Form einzigartig der Meinung sind wir auch jetzt bin ich ein bisschen durcheinander aber vielleicht noch ein kurzes Zitat aus der Ode an die Freude alle Menschen werden Brüder steht dort geschrieben und deine Zauber binden wieder was die Mode streng geteilt ich denke es ist genau die Freude die hier in der Nacht des Mauerfalls gespürt haben die die Menschen in dieser Nacht zu Brüdern und Schwestern worden ließ wenn wir uns die Bilder in die Augen rufen als die Mauer aufging hat es keine Rolle gespielt welchen Stand man hatte oder welche Kleidung man trug man hat sich einfach gemeinsam gefreut und diese Freude ist halt genau das Element was auch in der Lage ist Konflikte zu lösen Brücken zu bauen Mauern zu überwinden vielleicht sogar die Mauern in unseren Köpfen und ich bin schon über die Zeit möchte vielleicht nur noch kurz sagen dass es nicht 1989 der einzige Moment war wo so etwas stattgefunden hat sondern dass es immer und wieder passiert und wir müssen uns auch immer wieder erinnern was dort 1989 stattgefunden hat die Freude fühlen damit wir sie gegenwärtig haben und die Menschen weiterhin zusammen stehen und an der Überwindung von Mauern arbeiten und friedlich Mauern überwinden und Brüdern und Schwestern sind im Idealfall Dank das Leben gesehen habe, beschloss ich, dass die Welt Gewaltfreiheit verändern wollte. Die Erwachsenen sagten zu mir, du bist zu jung, Traum zu viel. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht mehr zu jung. Ich bin nur eine ältere Frau, aber ich treibe weiter. Es gibt mystische Momente in unserer menschlichen Geschichte. Am 5. Oktober 1988 kehrt die Demokratie nach Thiel zurück. Es war ein grauer und trauriger Moment für uns, in unserer Kindheit. Aber an diesem Tag haben wir die Solidarität, die Freude und die Hoffnung um die Menschlichkeit geführt. Ein Jahr später fällt die Berliner Mauer. Am 9. November 1989. Wir haben die gleiche Freude gehabt. Ich weiß, es waren auch graue und traurige Momente für euch. Aber wie man das in diesem Bild sieht, sieht man Farbe. Es ist die Hoffnung wiedergekommen. Freude, Allegria, Joy, Joker und so weiter. Das kann ich nicht mehr sagen in anderer Sprache. Deshalb bin ich hier, weil ich finde, die Iskalerie ist ein Berliner Denkmal. Aber es ist auch ein Denkmal, das der Welt gehört. Deshalb bin ich als Chilenik hier. Es ist ein Symbol, den es mystischen Moment in der menschlichen Geschichte. Es ist ein Symbol der Hoffnung und der Freude. Die Iskalerie muss bleiben und sich weiterentwickeln. Danke schön. Wir als Initiative setzen uns für den Erhalt des Freiraums auf der Rückseite der Iskalerie ein. Der Himmel über der Iskalerie muss unverbaut und frei bleiben. Entlang der Iskalerie dürfen keine Bauten entstehen, die ihre Wahrnehmbarkeit als ehemalige Grenze beeinträchtigen. Konkret heisst das, keine Bauermassnahmen höher als die Mauer selbst. Der Raum hinter und um die Iskalerie sollte für die Menschen erschlossen, sowie für die Künstler im Allgemeinen geöffnet werden, um die Erinnerung an die Nacht, als die Mauer fiel und die Freude, die dabei so eine wichtige Rolle spielte, lebendig, authentisch und facettenreich zu transportieren. Die Menschen sollen sich eingeladen fühlen, dort friedlich zu kommunizieren und sich zu bilden. Ziel ist es, ein Ort entstehen zu lassen, an dem real existierende Mauer, so wie Mauer in unseren Köpfen sich friedlich überwinden lassen. Für dieses lebendige Denkmal an die Freude wünschen wir uns ein selbstständiges Entscheidungsgremium. In Gestalt eines runden Tisches, an dem sich die Verwaltung, engagierte Bürgerinnen und Bürger, Gruppen, und Künstlervereine gegenüber sitzen, auf Augenhöhe an der Zukunft der Iskalerie mitgestalten. Im Fazit. Wir schlagen das Konzept eines lebendigen Denkmals an die Freude vor. In Anlehnen an die Nacht des Mauerfalls sollen sich die Menschen heute und morgen inspirieren, den Dialog zu suchen, gewaltfreie Mauern in der Welt und in den Köpfen zu überwinden und Brücken zu schlagen. Wir finden, das ist sehr, sehr notwendig heute und wird wahrscheinlich in dem kommenden Jahr noch viel wichtiger sein. Und an der Stelle, und jetzt wirklich zum Schluss zukommen, möchte ich nochmal das Wort an jene Personen richten, die die Zukunft der Eastside Gallery jetzt in den Händen halten. Die Eastside Gallery, also der Freiraum hinter der Eastside Gallery darf nicht überbaut werden. Der Raum soll bitte künstlerisch in einer positiven Erinnerungskultur genutzt werden. Und es soll bitte zu einem Denkmals von unten werden. Vielen Dank. Und dann zeig ich das mal so, dann gebe ich ihn jetzt allen bis halb drei frei. Ausstellungskräfte Ausstellungskräfte der Rückseite wieder hergestellt wird, haben wir Sturmschäden. Er wird das kurz einleiten, dann gibt es die Studio. Und dann würden die Künstlerinnen, also da sind ein Künstler, der auch dort schon zwei Ausstellungen gemacht hat, oder zwei Interventionen, Karl Liebenhöfer, hier nach vorne entgegen und sein Projekt, nochmal vorspürt, stellen, und dann eine kleine Abweichung von der Tagesordnung, weil wir bei den Künstlern sind, die gerade die Westzeitkelle, die für die Rückseite verhandeln. Es gibt ja unten, wie Sie vielleicht alle gesehen haben, und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, es lohnt sich nachher in der nächsten Pause oder auf dem Rückblick, der Hilfe nochmal hinzuschauen, ein nachgebautes Mauerteil, was gemalt worden ist, mit einer Patrik, quasi in die Zukunft. Da würde ich natürlich auch gerne um die Vorstellung der Künstlerinnen und der Macherin bitten, die dann wieder durch viel Arbeit nur für uns reingesteckt haben. Danach kommt dann noch das Assisi-Mauer-Pasetrauber und zum Anschluss. Du gehörst zu den Künstlerinnen. Und dann haben wir nochmal eine Pause und danach würden wir dann die Diskussion einziehen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Ich habe das Projekt gemacht, was im Moment an der Westzeit zu sehen ist. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Und zwar, aber aufgrund einer kurzen Einleitung, die sich auf dieses Projekt bezieht. Es ist jetzt, sind sehr viele Leute dort hingekommen, die haben sich das durchgelesen, die stehen auch wirklich voll konzentriert dabei und sehen sich diese Texte an, egal in welchem Regenguss mit Regenschirmen und so weiter und so fort. Selbst jetzt, wo von dem Orkan 60% weggefegt worden sind, stehen diese Leute da und gucken sich das an. Das ist ein Respekt, diesem Thema auch gegenüber, was da drin ist, obwohl für mich als Künstler das Thema genauso wichtig ist wie die visuelle Umsetzung. Jetzt hat es mich gewundert, dass genau diese Leute, die dort also von mir porträtiert wurden, und die in dieser Ausstellung ihre Geschichten, die sie mit der DDR erlebt haben, erzählen, angegriffen worden sind, auf Facebook, von dem Direktor eines daneben gelegenen Museums. Ich möchte diesen Direktor aber nicht als Einzelnen hier herausziehen. Da gibt es keinen Grund dafür. Es gibt sehr viele Leute, die hier persönliche Interessen an diesem Mauerstück haben. Ich möchte dieses Video bitte zu verstehen geben, als ein Symbol dafür, wie wirklich die Auseinandersetzung abgeht um dieses Mauerstück und dann in der Hoffnung es präsentieren, dass sie in der Zukunft etwas besser abgehen kann und dass die Leute wirklich sich untereinander verständigen und dass sie wirklich einander respektieren. Ich persönlich habe nichts gegen die Eastside-Galorie. Warum auch? Ich habe auch nichts dagegen, dass ich lange vor 1990 selber Graffiti an der Mauer gemacht habe, unter viel komplizierteren Umständen. Alles zu seiner Zeit. Und ich möchte Sie bitten, diese Konversation, die in diesem Video ist, sich anzugucken. Und wie gesagt, bitte nicht nur an diese Leute dabei zu denken, sondern das, was es wirklich darüber hinaus in einem größeren Zusammenhang darstellt. Ich danke Ihnen. Das ist kein Audio. Ein Audio. Stopp. Nochmal von vorne, bitte. Ich möchte Ihnen das Video ausprobieren. Vielen Dank. Kani Alavi sagt, die Plakatierung der Eastside Gallery als Westside Gallery durch Grün im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wird die Geschichte von Berliner Mauer Eastside Gallery verfälscht und ist Anlass für die Bauunternehmer dort Hotel zu bauen. Kamio Baccarelli sagt, ist schon schlimm, dass die Roten im Stadtbezirk ein historisches Denkmal für ihre politischen Zwecke missbrauchen, aber leider haben sie die Hoheitsrechte auf dieser Seite. Vielleicht sollte die Wasserseite auch durch Künstler bemalt werden, denn in einer groß angelegten Aktion. Kani Alavi antwortet, wenn du die Geschichte aufbewahren willst, darfst du nicht ständig mit denkmalgeschützter Eastside Gallery spielen. Leider machen die Grünen in dem Bezirk wiederholt immer noch die gleichen Fehler. Kamio Baccarelli antwortet, naja, der Stadtbezirk und die Sprayer machen doch auch, was sie wollen und das nimmt die Gallery weit mehr mit. Ich rede da von echten Bauschäden am Beton. Kani Alavi antwortet, solange mein Lieber ihr schweigt, werden die sogenannten Sprayer am besten weiter die Eastside Gallery verschandeln. Felix Rohnert sagt, an alle ihr, ihr Lieben habt ja aber etwas in den völlig falschen Hals bekommen. Der deutsch-amerikanische Künstler Stefan Rohloff, der dieses Projekt an der Westside Gallery installiert hat, ist alles andere, als sich vor einem parteipolitischen Karren spannen zu lassen. Ich bin selbst einer von den dort Porträtierten und Stefan musste drei Jahre kämpfen, uns Verfolgten des DDR-Umrechtsstaates dort temporär eine Stimme zu geben. Mit Geschichtsverfälschungen oder einer parteipolitischen Aktion von Grünen oder Links hat das nicht das Geringste zu tun. Felix Rohnert sagt, Leute, erst mal informieren, was das ist und um was es da geht, bevor hier so ein Unsinn verbreitet wird. Das ist keine Plakatierung vom Bezirk, Grünen oder Linken, sondern eine lang erkämpfte künstlerische und temporäre Ausstellung des Künstlers Stefan Rohloff, der politisch verfolgten Ex-Häftlingen der DDR dort eine Stimme gibt. Eine sehr gute und unterstützenswerte Aktion, die mit Hotelplänen oder Parteipolitik nicht das Geringste zu tun hat. Kerstin Winkler sagt, auch ich schließe mich voll der Meinung von Felix Roland an. Ich bin selbst auch einer der Porträtierten in dem Kunstprojekt von Stefan Rohloff und ich bin dankbar, dadurch meine eigene Geschichte als Verfolgte des DDR-Umrechtsstaates erzählen zu dürfen. Kani Alawi sagt, dann verfälsche deine eigene Geschichte weiter. Eines Tages schaffst du dich vom Schlafen zu wecken. Seit 1990 kämpfen wir für den authentischen Eastside Gallery und die Geschichte, auch von dir, damit du und die anderen Ahnungslosen gut nachvollziehen können, wie früher aussah, liebe Kerstin. Stefan Rohloff sagt, Kerstin erzählt eine authentische, unverfälschte Geschichte, ebenso wie die anderen, die ich porträtiert habe. Du solltest ihre Geschichten lesen, bevor du dich in so eine unsensibler Art darüber äußerst. Und diese Installation gilt leider nur an dem Ort, nirgendwo anders. Die Mauer gehört zunächst den Verfolgten und dann der Öffentlichkeit, sonst niemandem. Kerstin Winkler sagt, Ich habe nur diese eine Lebensgeschichte und die anderen verfolgten ebenfalls, denn wir werden morgens damit wachen und gehen nachts damit schlafen. Ein Leben lang. Kani Alavi sagt, Stimmt, aber du machst die wichtigsten Geschichten der Welt kaputt, um deine private Geschichte hier zu präsentieren. Man könnte auch in Bernauer Straße gut realisieren. Aber nein, dort gab es keinen Grünen und Linken, die mit x Senatoren unsensibel sind gegenüber dieser Geschichte. Kerstin Winkler sagt, Was ist dir eigentlich wichtiger, Kani? Die menschlichen Schicksale oder die Politik? Peter Chris Bürger sagt, Kani, was bist du eigentlich für ein empathieloses A? Nicht dein Projekt ist das Alleinseigmachende. Andere Menschen haben auch das Recht, ihre unverfälschte Geschichte zu erzählen. Die Mauer oder die Eastside ist nicht dein Eigentum. Kani Alavi sagt, Danke, Peter. Ich bin ein Mensch, der die Wahrheit erzählt. Eben die Künstler 90er Jahre mit ihrer eigenen Kraft die Eastside Gallery erschaffen haben, dass du jetzt die Berliner Mauer für so eine Länge erleben kannst. Und auch seit 90er Jahren kämpfen wir für den Erhalt. Jetzt möchtest du damit mit dieser Geschichte spielen. Dann soll man gleich alles abreißen. Wir sind nicht dagegen, dass die Künstler dort ihre Kunstprojekte und ihre grausamen Schicksale erzählen, aber nicht an die Substanz der Eastside Gallery. Die Bilder sind unseren Eigentum, wenn du auch nicht wahrhaben willst. Wenn wir Künstler nicht drauf gemalt hätten, hätte die Mauer nicht existieren können. Du hast Glück. Dann für Bewusstsein sorgen. Peter Chris Bürger sagt, komm runter von deiner Selbstbeweihräucherung. Wie ich schon sagte, ohne uns Menschen hättest du kein Projekt Eastside. Kerstin Winkler sagt, die Mauer ist unser Thema seit 13. August 1961 und nicht erst seit den 90er Jahren. Kani Alavi sagt, lieber Felix, wenn die Substanz der Eastside Gallery angegriffen wird, sind wir die Künstlerinitiative Eastside Gallery dagegen. Wir haben im Jahre 2009 den Senat und dem obersten Denkmalamt vereinbart, aus historischen Gründen muss weiß bleiben. Ansonsten hätten die Eastside Gallery Künstler auf ihrer Rückseite voll gemalt. Die Historie war viel wichtiger für uns. An dieser Stelle wurden 10 Menschen bei Flucht erschossen. Diese Plakatierung kann man überall machen. Die Grünen haben in den letzten Jahren viele Fehler gemacht. Sie müssen endlich begreifen, wir sind gegen alle Parteien, wenn die Eastside Gallery private Zwecke genutzt wird. Felix Ronhardt sagt, Lieber Kani, so wenig es bei deinem Hinweis auf die 10 erschossenen Menschen um private Zwecke geht, so wenig hat diese temporäre Kunstaktion etwas mit privaten Zwecken zu tun. Gerade wenn es dir um die Historie und das Leid geht, das mit dieser Mauer in unmittelbarer Verbindung steht, erwarte ich dann eher eine klare Solidarisierung mit dieser Aktion, auch im Namen der Mauer-Toten. Hier kommen Überlebende dieser Diktatur zu Wort, an deren Beispiel man entlarvt, wofür und wie man in der DDR unterdrückt und eingesperrt wurde. Auch ich würde mich dort keiner parteipolitischen Aktion anschließen und habe es in der Bundesrepublik eigentlich immer auch als wohltuend und richtig empfunden, dass die Anerkennung für politische Opfer der DDR über parteilichen Konsens findet. Umso erschrockener bin ich über diese verfälschte Darstellung hier im Netz und das Nicht-Erkennen eurerseits, das in der Historie und den Opfern mit solchen Äußerungen kleinkariert in den Rücken fällt. Nochmal, es ist eine temporäre Kunstaktion im Namen, mit und für die Opfer dieser Mauer. Philipp Latscher sagt, Kani Halabi, ich muss mich doch wundern über deine Aussage, dass Stefan Olof sich bei seiner temporären Ausstellung der echten Betroffenen des DDR-Regimes aus politischen Gründen engagiert. Du selbst hast dir 2009 beim Berliner Senat den Alleinstellungsanspruch auf die Eastside Gallery gesichert. Und das ging sicher nicht, ohne dich bei den entsprechenden Politikern anzubiedern. Ich gebe das zu bedenken, bevor du Stefan Olof mit seinem Projekt, welches die echten Schicksale der Menschen unter der DDR zeigt, angreifst und unlautere Machenschaften unterstellst. Politisch motiviertest und es gibt keinen besseren Platz als den östlichen Teil der Mauer, da wo diese Menschen lebten, unterdrückt und auch getötet wurden. Was ist denn deine Intention? Hast du Angst um deinen Ruf als Künstler und deine wohl ziemlich große Eitelkeit? Angst vor Konkurrenz, die keine ist und schon gar keine sein will? Eventuelle finanzielle Einbußen, weil sich Menschen für eine authentische Ausstellung interessieren, die dir nichts bringt? Und noch etwas würde ich gerne anmerken. Du kommst aus dem Iran. Woher nimmst du dir das Recht, über Deutsche herzuziehen, die sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen? Wer sonst hätte denn das Recht dazu, als die Betroffenen auf beiden Seiten der Mauer selbst? Dein Handeln ist selbstsüchtig orientiert und ist dann aber ganz nicht zu überbieten. Felix Orenert sagt, Lieber Kami, noch eine kleine Anmerkung. Der historische Grund, dass die Mauer aus der sogenannten Westzeit in einem einheitlichen Reich gestrichen wurde, diente der besseren Erkennung und Absetzung eventueller Flüchtlinge, um sie besser erschießen zu können. Es wäre doch sehr wünschenswert, wenn durch die temporäre Aktion von Stefan Roloff es noch ein paar Nachzügler über die Mauerschaften, die so einige noch im Kopf zu haben scheinen. Mario Röllig sagt, Kani Alavi, wir sind uns schon mehrfach bei Workshops mit Schülern zum Thema Deutsche Teilung, Mauer in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin begegnet. Ich hielt sie aufgrund ihrer Statements dort für einen äußerst sensiblen und empathischen Menschen, dem das Thema als Künstler bis heute nicht loslässt. Was ich hier allerdings von Ihnen lese, schockiert mich doch sehr. Sie haben sich vor ihrer massiven Kritik nicht mal die Mühe gemacht, sich mit dem Projekt mit dem Künstler Stefan Roloff auseinanderzusetzen. Ein Blick in den Katalog dieses Kunstprojektes, der direkt vor Ort erhältlich ist. Eine Nachfrage bei der Denkmal-Schutzbehörde oder beim Senator für Kultur hätte Ihnen vielleicht die Augen geöffnet, um was es hier eigentlich geht. Dem Künstler Roloff oder dem porträtierten Verfolgten der DDR, deren Geschichten an der Wettbewerb-Galerie in diesem Kunstprojekt erzählt werden, zu unterstellen, sie würden sich ausgerechnet für die Linke oder die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg instrumentalisieren lassen oder mit ihnen zusammenarbeiten, ist der, wo der Gipfel der Unverschämtheit hat. Wenn Ihnen die Erhaltung der Bausubstanz dieses ehemaligen Mau-Abschnittes so wichtig ist, vermisse ich bis heute eine Initiative auch von Ihnen, warum der Abkurs einzelne Beurteilte der IS-Zeit-Germin 2013 für einen Wohnhochhaus mit Eigentumswohnung mit dem Investor Hinke, einem ehemaligen DDR-Stasispitze, im Berliner Senat bisher nicht untersucht und aufgeklärt wurde. Warum und wie konnte so etwas geschehen? Nach den vergeblichen Demos gegen den Abkurs 2013, an denen auch ich aus Solidarität teilnahm, habe ich nichts mehr gehört. Leider nicht mehr so hochachtungsvoll. Mario Rolik die IS-Zeit-Gallery verfälscht, plakatiert, abreißet, rasiert die Geschichte. Hätten die grünen und linken Akteure vorher uns eingeladen, hätten wir gerne hingegangen. Leider Frau ex-grüne Senatorin will leicht Geld verdienen und damit die IS-Zeit-Gallery völlig im Osten steht. West-Zeit-Gallery Europa machen Sinnlos. Kerstin Winkler sagt, Kani, verstehst du es immer noch nicht? Für dich ist die IS-Zeit-Gallery das fachso-wichtige Kunstprojekt, wofür ihr seit den 90er Jahren kämpft. Aber welches kommerziell bis als letzter ausgequetscht wird? Für uns existiert die Mauer seit 61 und hat eine ganz andere Bedeutung, die du anscheinend nicht nachvollziehen kannst. Berlin ist meine Heimatstadt, mein Herzblut, meine Geschichte, seit vor meiner Geburt. Und so geht es vielen anderen Verfolgten des Unrechtsstaates DDR auch, die leider nie die Möglichkeit haben werden, ihre Geschichte zu erzählen. Und das hat wirklich nichts mit der heutigen Politik zu tun, sondern mit der Menschlichkeit. Achtung und Respekt. Ich bin sehr enttäuscht von deinen Ausführungen hier. Und ja, Beyond the Wall interessiert ganz Europa und geht in die ganze Welt. Und ist nicht nur für Berliner, weil es eben kein Kommerz und keine Politik ist. Ja, ich bedanke mich. Und würde dann Kai, der zwei Projekte vor dieser Ausstellung realisieren. Ich habe mich jetzt nicht kurz vorbereitet. Ich habe das eben gar nicht mitgekriegt, dass ich reden sollte. Ich mache das jetzt aber doch kurz. Zunächst geht es hier mal immer um die Kultur des Gedenkens und der Erinnerung. Da sind wir ganz groß. Aber ich denke, das Wesentliche ist eigentlich, dass dem Denken zu wenig Platz eingewäumt wird. Man legt Grenzen nieder und damit ist eigentlich die Pflicht des Erinnerns und des Gedenkens getan. Die Verpflichtung aber, die eigentlich aus dem Unrecht der Vergangenheit erwächst, da zähle ich jetzt nicht bloß die DDR eigentlich dazu, sondern auch den Nationalsozialismus. Das fällt meistens eigentlich aus. Man kümmert sich nicht drum. So zum Beispiel jetzt ist in einem Senayatsen-Geschenknis in Syrien. Da wurden 13.000 Leute aufgehängt. Der Sicherheitsapparat, der es durchführt, ist komplett von der DDR installiert und ausgebildet worden. Als ich 1991 Student war in Damaskus, war jeder sechste Einwohner in Damaskus ein informeller Mitarbeiter vom syrischen Geheimdienst. Deshalb würde ich also anregen, dass man sich mehr mit den heutigen und jetzigen Problemen auseinandersetzt und die Geschichte der Berliner Mauer als eine Reflexionsfläche benutzt. Ich war sehr viel in Kriegen unterwegs und eine von den ersten Lektionen, die man eigentlich hat, ist, die Toten kann man nicht mehr aufwecken und das, was geschehen ist, direkt vor einem. Kann man euch erinnern. Man kann sich um Verletzte kümmern oder man kann versuchen, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Und in diesem Sinne sollte man eigentlich auch künftige Nutzungen und Ausstellungen auf der Mauer dazu benutzen, Denkprozesse anzuregen, um sich mit diesen Realitäten, die heute existieren, auseinanderzusetzen, von denen unsere Politiker eigentlich meist sehr weit entfernt sind. Wie wir es jetzt eben in den Flüchtlingen aus Syrien gesehen haben, für jeden, der in Syrien im Krieg unterwegs war, war diese Flüchtlingskrise oder Welle, wie man das dann beschreiben will, eigentlich mehr als absehbar und zwar völlig klar, wenn man da war. Damit kommen wir heute schlichtfort zu Realitäten. Wir haben diese Auseinandersetzung hier über die Weisse Mauer. Ich habe, wie gesagt, zwei Ausstellungen auf der Berliner Mauer gemacht, also auf der sogenannten Westside Gallery. Und das waren, also die Fläche ist etwa 1200 Quadratmeter, die wir beklebt haben bei jeder Ausstellung. Und ich kenne also, das ging insgesamt gegen die zwei Ausstellungen über sechs Monate, also ich kenne jede Art von Spraylack und Eddingstift, ob das Acryl oder was für basierte Farben das auch immer sind. und die Forderung, also dass die Mauer weiß bleiben soll, ist völlig realitätsströmend. Man kann genauso gut ein Kind vom Weißblatt Papier setzen mit ein paar Farbstichten und es wird halt anfangen zu malen. Das ist einfach so. Und damit, ich habe auch mit Leuten in der Kulturkommission geredet, im Senat, die verwehren, sie verwehren sich einfach dagegen. also wir haben zum Beispiel Papierteste gemacht, da haben wir die Panoramen dann praktisch einmal drei Meter angeklebt, dann ging aber die Zeit aus und dann kam noch mal eine andere Papiersorte und dann habe ich zu Jocke gesagt, ja Jocke, mach einfach das weiße Papier hin. Aber statt jetzt nur einmal drei Meter zu kleben, hat er dann diese ganze zwölf Meter Rolle geklebt und mit den Bildern, die wir geklebt haben, gab es sieben, acht Wochen kein Problem, also weder von Regen noch von Schmiererei noch irgendwas mit dieser zwölf Quadratmeter Fläche, das ging einen Tag, dann ist er hingegangen und hat drauf geschrieben, Mama, I painted on a Berlin wall thanks for the empty space Mr. Bratwurst und jetzt nicht nur so, sondern über die ganzen zwölf Quadratmeter. Also das ist irgendwie zur weißen Fläche, sie fordert natürlich sofort auch auf, was zu tun. Und ich denke auch, dass jetzt, also was jetzt das Konservatorische betrifft, ist eigentlich eine Papierbespielung, das beschädigt die Mauer nicht, sie ist auswechselbar und sie ist eigentlich der beste Schutz vor Vermunsthaltung der Mauer. Und es ist auch so, wenn die, abgesehen, dass man, okay, man kann mal drauf sprengen oder so, aber das kann man dann eigentlich auch relativ leicht wieder abmachen, also in der Zwischenzeit kann man gar nicht zumindest. Und es ist auch, sagen wir jetzt auch irgendwie mechanisch jetzt gegen die, gegen Bilder vorzugehen, der, die Hemmung ist doch relativ groß, weil wenn ich etwas runterreiße oder so, es sieht ja jemand anders. Natürlich kann jemand in der Nacht kommen oder irgendwas machen, aber das ist eigentlich sehr, sehr selten passiert, dass jetzt eher so mit der Ausstellung jetzt mal wieder mit den Widerigkeiten der Wetterung zu tun. Also nochmal zu dem Gedenken zurück, was das Gedenken betrifft oder die Freude über den Mauerfall, in diesem zu konservieren, halte ich das eigentlich fast für unmöglich. Am 10. November 1989 bin ich nachts mit einem Kollegen in seinem Pöscher 205 GTI, sind wir von Essen nach Berlin gerast und wir haben morgen zum Trimpanpolst am Platz, als da die Mauer fiel und es war wirklich super und ich habe nie wieder so eine Freude in meinem Leben erlebt, so war das aber die nächsten vier Tage noch. Aber schon der Tag der Wiedervereinigung, wo ich auch da war, am 3. Oktober 1990, das war nur noch ein Abklatsch von dem, was eben im November 1989 passiert ist und ich denke, ich kann da wie mit Goethe sprechen, der bei der Kanonale von Walnink, das war so, der Kampf der französischen Revolutionsarmee gegen die monarischen europäischen Herrscher und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen, konservieren lassen sich solche Momente eigentlich nicht, das geht einfach nicht. Und das Problem von Abschottung und Grenzen und Ausgrenzung wird uns über die nächsten Jahrzehnte weiter sehr stark beschäftigen, vor allem wenn man sich jetzt in Afrika unterwegs war oder so, da werden einfach Dinge auf uns zukommen, die uns tägliches Leben betreffen werden und wie wir es jetzt auch in Katalonien zum Beispiel sehen oder mit den EU-Außengrenzen und ich denke, die Berliner Mauer ist eigentlich die beste Reflexionsfläche, um sich mit diesen Problemen zu beschäftigen und er hat sich den Stößer zu beten. Das ist irgendwie eine angenehmere Anhörung als die von 2012 Also 2012 oder so, wo grundsätzlich darüber geredet wurde, ob man das überhaupt darf. Also ich genieße das schon, dass hier auch eine Frage der Bebauung nochmal thematisiert wird. Und ich habe mich sehr über Florian gefreut, das kann ich auch sagen. Ich glaube, wir können nochmal anders darüber hoffentlich sprechen. Also im Dezember 2013, da hatte der Bezirk fünf Jahre diskutiert und hat anschließend beschlossen, das einmalige Potenzial der spreezugewandten Seite der Hinterlandmauer für den zeitgenössischen, künstlerischen Blick auf das Thema Mauer zu öffnen. Anders als die Eastside Gallery, die die Bemalung von 1990 als Ausdruck des historischen Moments der Öffnung oder der Freude konserviert, sollten am Postenweg aktuelle und temporäre Ausstellungen möglich sein. Wenn ich hier spreche, merke ich, also im Unterschied zu den vielen anderen Vorrednern, fand alles ganz wichtig, was heute gesagt worden ist, aber ich bin dem Ort verpflichtet. Ich bin der Kunst an diesem Ort in erster Linie verpflichtet. Und ich glaube, es würde der gesamten Stadt Berlin inklusive ihrer ganzen Facetten an Erinnerungskultur ganz gut tun, eine zeitgenössische Galerie zu haben, die ohne Eintritt, wo man lange verweilen kann. Die Frage von Texten ist wirklich ganz wesentlich, aber nicht als eine Verlängerung der Bernauer Straße, nicht als ein weiterer in die Vergangenheit gerichteter Ort, sondern es müsste a priori ein Ort für die Kunst sein. Und jetzt sage ich mal an die Adresse von Herrn Klausmeier, Herr Hasel ist ja schon weg. Es ist ein Ort für die ernste Kunst, weil ich weiß, in Ihrem Gespräch, wir hatten ja schon alles sozusagen vorbereitet, und dann gab es ein Gespräch in der Verwaltung, und da hieß es, kann nicht stattfinden, widerspricht unseren Denkmalschutzplan von 2014. Und da wurde auch der Gedanke der Disländisierung von Ihrer Behörde jedenfalls ins Spiel gebracht. Also ich sage jetzt einfach mal ernst. Wir haben gelernt in den letzten 20 Jahren, dass eigentlich vor allen Dingen die Kunst das Gedächtnis auch wach hält, an Kriege, die wir uns nicht mehr so gerne erinnern. Es gibt eigentlich nur noch Künstler, die sich zum Beispiel an die Frage von dem Bosnischen Krieg erinnern. Die Politik, die Medienlandschaft ist darüber hinweggegangen. Ich finde, dieser Ort, also wir haben ja, ich habe sie nochmal alle zusammengezählt, die Hinterlandmauer sollte nicht ein weiterer Gedächtnisort für deutsche Opfer werden. Ihnen wird an verschiedenen Orten in Berlin gedacht, Dokumentationszentrum Bernauer Straße, Hohenschönhausen, Erinnerungsstädte, Notaufnahme Marienfelde, Informations- und Gedenkort Rommesburg, Stasi-Museum, Forschungs- und Gedenkstädte, Normanenstraße, Tränenpalast. Jetzt noch einen zusätzlichen Ort, der sozusagen in die Vergangenheit geht. Und nicht, dass als ein Privileg auch in diesem Ort, der Freude, der Überwindung, auch als ein Moment von Auseinandersetzung mit der Gegenwart von Mauern auf dieser Welt, das finde ich einfach eine fatale Chance für eine Metropole wie Berlin, eben nicht alles in Richtung Walt Disney zu entwickeln, was ich zum Beispiel ganz kritisch sehe beim Checkpoint Charlie und seiner Umgebung, sondern ich würde es begrüßen, wenn die Hinterlandmauer ein Ort mit der Aufgabe sein würde, den Gedenkkanon ins Gegenwärtige, ins Heute zu erweitern, empfindsam für die leidvollen Folgen gegen die Grenzziehung, ein Ort der Konsequenzen aus den Geschehnissen zieht, ein lebendiger Ort, der Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der weltweiten Gegenwart eines Drinnen und Draußen von Trennung, Begrenzung, Ausgrenzung, Ausschlusskontrolle, Macht und Ohnmacht die Mauern bedeuten. Es ist also ein, im Wortsinne finde ich, ein Vermächtnis, nicht so verdrängend, der Berliner Mauer, nicht so verdrängend, dass mit dem Fall der Mauer eben die anderen weiterhin bestehen, weltweit, und ich habe deshalb bei der letzten Ausstellung, das ist mir leider gar nicht gelungen, ich wollte neben dieser Ausstellung, die Stefan Roloff macht, einen Gedanken in die Zeitgenossenschaft hineinbringen, die mit syrischen Tänzer, die mit einem israelischen Choreografen zusammengearbeitet haben, dort auch an der Mauer sich, die haben Bezug genommen auf die Mauer, das ist leider von den Opferverbänden schwerst kritisiert worden, bis dazu, dass die Künstler bis heute nicht bezahlt werden. Das finde ich eine schreckliche Erfahrung. Die Idee des Denkmalschutzes, die Hinterlandmauer weiß zu lassen, ist, das ist schon mehrfach gesagt worden, nun wirklich realitätsfreund. Es dauert genau 24 Stunden, man kann es aber auch schon drunter haben. Und wie bei allen, das ist auch, verbreitet sich sofort unter den Deckern, und ich gebe Kei-Recht, da gebe ich aber auch dem Unternehmen aus Hannover, was sich durchaus eine goldene Nase verdient, mit dem immer wieder streichen, zu sagen, dass die Substanzermauer durch Ausstellung am meisten geschützt wird und auf alle Fälle auch ein Ort der Würde gegenüber dem Text und auch der Riedel, was ich irgendwie merkwürdig finde, dass sich das Denkmalschutzamt nicht monkiert oder das zulässt, dass Riedel da so eine Art, weiß ich nicht, Pommesbude draus macht, das verträgt sich meines Erachtens auch nicht mit dem Gedanken der Hinterlandmauer. Der Zeitpunkt für die Ausstellung, das ist mein Petitum, im Sommer, drei Monate, vielleicht gar nicht zwingend zwischen dem 13.8. und 9.11., aber um diesem, also damit diese beiden Zeitpunkte nicht so deterministisch wirken, aber doch der Sommer, das Material, Papier, fragil, temporär, aber natürlich keine Videoprojektion, weil das kann man gar nicht, also kann man ja nachts dann um 12 Uhr machen. Wir wissen, diese Lichtbögen jetzt, die gerade überall in der Stadt sind, mit riesigen Problemen, ich muss auf, naja, noch zwei, ich brauche noch zwei Sätze. Das Material, Papier, fragil und temporär, der ist extrem wichtig, weil das ist auch eine Erfahrung, dass die Leute wirklich stehen bleiben und wirklich etwas wissen wollen. und ich denke, dass wir jetzt mit der dritten Ausstellung, was wir eigentlich ganz Schönes geschafft haben, im Zirka gut involviert, wir hatten eine politische Rückendeckung, Bethanien und die Säuberung der Mauer, also das hat es auch eine Verbindung gegeben zu Bethanien, wir hatten erstmals einen auskömmlichen Etat, haben erstmals mit den Kulturprojekten gearbeitet, dazu, dass es auch eine große Öffentlichkeit gab und erstmals mit der 10.000 Kirche etwas zusammengemacht. Es muss aber meines Erachtens dringend der Sprung in die Gegenwart geschafft werden und für die jetzige Auseinandersetzung oder das Vorhaben würde ich mir wünschen, dass der Bezirk ein Mitspracherecht behält, auch dann, wenn die Mauer ins Stiftungseigentum übergeht, dass tatsächlich die Frage der Bebauung neu überdacht wird und dass wir deutlich machen, dass es so etwas wie eine Ausweitung des Stiftungsauftrags geben muss um einen Gegenwartsbezug. Und ich würde vorschlagen auch, dass die Kulturprojekte involviert sind und dass die Hinterlandmauer, das kann man, glaube ich, sehr gut verbreiten, ein bedeutender Ort für zeitgenössische Fotografie wird, die sich mit den großen Fragen der Welt beschäftigen und ich würde auch darum bitten, dass nicht die Stiftung quasi das Kuratorium stellt oder die Kuratoren aussucht für Ausstellungen, sondern das sollte schon ein der Kunst verpflichteter Ort sein. Und ich würde mir auch wünschen, dass es so etwas wie ein Hinweis, also wirklich bildlich und inhaltlich mehrsprachig gut gemacht, auf die Hinterlandmauer gibt, Hinterlandmauer gibt mit dem Weißen. Und ich würde mir vorstellen, dass jede Ausstellung, die dort ist, anschließend die Aufgabe hat, die Mauer für einen kurzen Zeitpunkt wieder weiß zu machen, sodass man sich daran erinnern kann, aber nicht so tut, als würde sie dann weiß bleiben. Danke. Ja, vielen Dank. Da wir jetzt bei den aktuellen Künstlern sind, würde ich gerne mich noch bei dem aktuellsten Künstler der nachgebauten Mauer unten bedanken. Ist Alfredo da? Möchtest du was sagen? Ich bin seit eigenen Monaten in Kontakten, die Verein und durch die ganzen Inputs, die ich bekommen habe, bin ziemlich schnell auf die Idee gekommen, so ein Grundstück, genau, hinter den Berliner, die ist seit Galle, und genau, diese Option nutzbar machen für Erwähnte und verschiedene Aktionen, man braucht, auf jeden Fall Infrastrukturen. und bin auf die Idee gekommen, so eine Art von Agora oder Amphitheater, oder wie gesagt, wie jetzt heute formuliert, aber so eine Exagora. Und genau, ich habe ein Modell geschafft, kurzfristig, und das ist eine erste Visualisierung von einer möglichen Infrastruktur für die Nutzung von dieser Fläche. Und natürlich, man braucht dazu, und ich hoffe, wir bekommen bald auch andere kreativen Architekten, die auch Lust am Mitmachen und das Projekt bestattet. Danke. Ich habe hier eine Handykarte vermissen. Na gut, können wir noch fragen, ob jemand einen hat? Und ich bin jetzt aufgerufen. Ja, wir gehen jetzt weiter in die Zukunft. Es gibt bei uns, also es gab das Anliegen, dass das CISI-Morror-Kamera war, was im Moment noch Checkpoint Charlie ist, einen Ort bei uns hier im Bezug zu finden, aber ich denke, Herr Richter wird da kompetenter Ausgaben. Wie wird er zählen? Also wenn jemand ein Handykabel hätte, dann würde ich mir hier die Verteilung der Broschüren ersparen. iPhone-Handykabel, dann drücken wir das, die Bilder wieder rüber. Nein. Was? iPhone. Ah, ich hier. Gut. Also machen wir es komplizierter. Ich gebe doch mal hier ein paar Broschüren in die Richtung. Viele kennen die Broschüren schon, die geben Sie bitte weiter, das sind nämlich nicht ausreichend. Aber die anderen, meine Broschüre habe ich mir nur ab. Daher kann ich das vielleicht benutzen. So, ganz kurz, wer ich überhaupt bin. Ops, irgendeinen Mund hatte ja dieses Pakat. Mein Name ist Alexander Richter, ich bin vom Beruf aus eigentlich Städteplaner und Architekt und kenne Kreuzberg sehr gut aus der Zeit der 70er Jahre, weil ich selber daran gelebt habe und auch mitbekommen habe, so die ganze Situation mit der Arbeit. Oh, also ist er schief. Ich kenne auch, ich bin sehr gut befreundet mit Jannika Assisi. Wie gesagt, das bin ich im Auftrag von Herrn Assisi hier, sondern ich führe das gleich aus, wie ich dazu komme, überhaupt hier zu sein. Und ich kenne also Herrn Assisi sehr gut, bin mit ihm gefreundet und wie ich meine, hat er ein hervorragendes Bild dieser Zeit der 70er, 80er Jahre in Kreuzberg geschaffen und damit auch erzählt, wie eigentlich Kreuzberg aus der heutigen Sicht und damit auch Friedrichshain, da ist es nämlich übergelappt, als alternativer Lebensstandort zustande gekommen ist. Dieses Bild ist zusammen mit der Black Box vor fünf Jahren, gestern war fünfjähriges Jubiläum, vor fünf Jahren an den Checkpoint Charlie gerutscht, um so ein bisschen ein Gegenpol zu dem Gruselkabinett, so wie es ich immer nenne, von Frau Hildebrandt zu geben. Und das Bild zeigt ja sozusagen mehr den selbstverständlichen Umgang mit der damaligen Situation, mit der Mauer auf beiden Seiten eigentlich und nicht so sehr die, weiß ich was, Todesdemarkationslinie und so weiter. Ist natürlich auch zu sehen, aber das ist, sage ich mal, nicht das Wesentliche. Dazu gibt es eine Ausstellung mit vielen Bildern zu der damaligen Zeit, die meisten oder viele, werden schon dort gesehen haben, gewesen sein und dann sich ein eigenes Bild davon hart machen können. Das war damals vorgesehen, dass es ein Jahr oder zwei Jahre maximal dort bleiben kann, weil dann die Bauabsichten, die immer noch da sind, den Platz erobern werden oder zurückerobern werden, am Checkpoint Charlie. Deswegen gab es sehr früh mit dem Baustadtrat, Herrn Pannow und Herrn Assisi, bereits Gespräche über die Idee, dieses Panorama für Kreuzberg-Friedrichshain zu sichern, als ein, nennen wir es mal Gedenkstätte, aber als eine besondere Form der Erinnerung und die ja sehr stark auch genutzt wird und sie wird sehr stark besucht am Checkpoint Charlie, wobei ich immer sagte, oder immer dachte, damals auch schon, der Checkpoint Charlie ist kein geeigneter Standort mit den vielen Buden dort und der Erinnerungskultur dort von der Fellmütze, russischen Fellmütze bis zu irgendwelchen Orden, sicherlich nicht, erreicht es sicherlich nicht das Publikum, das ein solches Panorama sucht, als künstlerische Form der Betrachtung. Dann waren auch davor so viele Buden, dass man es kaum erkennen konnte, da musste man das plakatieren oder wurde plakatieren, also das Bild auch, das das Panorama dort dann von sich gegeben hat, ist eigentlich nicht das Beste. Also, es ging um die Suche nach einem neuen Standort und da kam ich ins Spiel, da hat mich Herr Krüger von Berius damals, der am Moritzplatz seinen Sitz hatte, angesprochen, der wusste, ich kenne Herrn Assi sehr gut, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das an den Moritzplatz vielleicht sogar zu holen. Und dann gab es auch viele Gespräche und dann gab es Bezirksverordnetenversammlungen, Kulturausschussversammlungen, Frau Goerkamp hat das vorgestellt und dann gab es einen Beschluss, dass dieses Panorama für den Bezirk und die Stadt Berlin erhalten werden soll und dafür einen Standort im Bezirk besucht werden zu werden. Nun ist das nicht so leicht, das Panorama hat 30 Meter Durchmesser, hat eine Höhe von rund 18 Metern, 20 bis 20 Meter, 18 Meter eigentlich und ein Standort in der Stadt, der doch vor allen Dingen zugänglich ist für Touristen oder Besucher und auch Berlin-Besucher, ist nicht so leicht. Dann gab es ein Gespräch mit dem damaligen Kulturstaatssekretär Herrn Renner und der hatte eigentlich als erster die Idee, Mensch, bring es doch an die Wisszeitgalerie, da passt das thematisch hin. Dann haben wir das Ganze untersucht, wenn Sie jetzt die Broschüre so ein bisschen durchblättern, sehen Sie also vorne das Bild, dann sehen Sie ein bisschen Einführungstext, das können Sie später lesen, dann gibt es eine Würdigung von Herrn Honnitz, es gibt auch eine Würdigung von Peter Schneider, es gibt also viele Würdigungen, es gibt auch viele Besuche, es wird auch sehr genutzt für Staatsakte, wenn ich es mal so in Anführungsstrichen an Frau Obama war da und so weiter. Also kurz und gut, es gibt hier ein Bild von der Eastsidegalerie, die hier etwa beginnt und dann haben wir mal einen Kreis eingetragen, die die Größe des Panoramas bedeuten würde. Nun, dieser Grünstreifen ist ja im Moment hier so ein bisschen bepflanzt, das würde es nicht betreffen, dann ist da ein Weg, das würde es auch nicht betreffen, es betrifft also am Anfang der Galerie diesen Bereich, der da auch die Breite hat, dass das Panorama dahin passen würde. Ich weiß, dass das jetzt im Widerspruch mit Höhe und so weiter, aber tatsächlich ist ja dahinter diese massive Bebauung, also im Übergang würde das vielleicht nicht ganz so widersprüchlich wirken, wie das von Einzelnen gesehen wird. Das Aussehen des Panoramas am Checkpoint Charlie sieht so aus, ich habe da noch mal ein anderes Bild, es kann aber auch so aussehen in Wittenberg, das Luther-Panorama, also die Aussicht, die Ansicht liegt nicht fest. Auch das Betreiben sollte nicht fest, ich spreche hier wirklich nicht, dass Herr Assisi würde jetzt gerne sucht ein Standort für sein Panorama. Wer das betreibt, dass die Stadt ist, ob das eine Stiftung ist oder wer auch immer, das ist damit überhaupt nicht gestellt. Ich meine nur, es wäre ein geeigneter Standort für die Istzeit, die Istzeitgalerie ist ein geeigneter Standort, es passt thematisch zusammen und ich will appellieren daran, auch wenn ich weiß, dass es verschiedene Widersprüche gibt, Grünflächenamt wird sagen, es muss grün bleiben, Denkmalschutzamt sagt, es verträgt sich nicht, aber ich glaube, da gäbe es überall Wege, wenn man das will und ich plädiere dafür, dass man es will. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, auch hier reden zu können, mit in einer Situation, dass ich für eine Stiftung stehe, die, wie Sie alle wissen, lange im Thema arbeitet, lange sozusagen auch mit der gewissermaßen Entwicklung des dezentralen Gedenkstättenkonzeptes betraut ist, also das, was die Grundlage für unsere Arbeit auch für unsere Existenz ist. Und insofern möchte ich auch nochmal ganz kurz in die Genese zurückgehen. Unsere Stiftung wurde bereits im März 2013, einige von Ihnen waren dabei, als am 5. März 2013 die Löcher in die Galerie gerissen wurden. Wir wurden ungefähr am 8. März, hat der damalige Staatssekretär Schmitz erstmalig die Stiftung Berliner Mauer ins Spiel gebracht und hat gesagt, dass auf der Basis des dezentralen Gedenkstättenkonzeptes es doch eine gute Idee sei, dass dieser Ort unter die Obhut unter das Dach den Schirm der Stiftung kommen soll. Warum? Eine Grundlage dieses Gedankens ist eben das mehrfach erwähnte 2006 verabschiedete dezentrale Gedenkstättenkonzept. Ich habe hier nun nochmal zwei Sätze mitgebracht, die ich in Erinnerung legen will. Warum? Was ist das? Was ist in diesem dezentralen Gedenkstättenkonzept definiert über die East Side Gallery? Die Bemalung der Mauer, ich zitiere jetzt, durch Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt war Teil der befreienden Aneignung der Grenzanlagen. Sie hatte ihr Vorbild in der Mauer Kunstwärts, das haben wir alle schon gehört, das hat Herr Haspel ausgeführt und Bildprogramm sind ein zeitgeschichtliches Dokument des historischen Umbruchs und der Aneignung. Erstens. Zweitens, das schreibt man 2006, heute muss man die East Side Gallery kommentieren, da sie nicht mehr genau zu datieren und zu deuten ist. Besucherinnen und Besucher sollen auch hier Gelegenheit dazu haben, etwas über die tatsächliche Situation vor dem Mauerfall, das Grenzregime an dieser Stelle und über die Bemalung und über die Bemalung nach 89, 90 zu erfahren. Zitat Ende. Und damit habe ich beide Denkmalqualitäten auch schon definiert. Worum geht es? Es geht um die Zeit der Mauer bis zum 9. November und es geht um das Tatsächliche, um den Akt der Aneignung durch die Künstler. Das sind die beiden Schichten, die hier definiert sind. Ganz klar. Das vielleicht noch mal als Hintergrundinformation. Natürlich ist die Frage, warum gerade die Stiftung Berliner Mauer, was hat Staatssekretär Schuss, aber was haben sich auch viele andere damals dann im Nachgang dazu gedacht? Ich habe mit vielen gesprochen und natürlich haben wir auch selber unser Bild, denn ganz im Sinne der Denkmalpflege verfügt unsere Institution über eine allgemeine, und das sind jetzt einfach auch mal Denkmalpflegebegriffe, die ich Ihnen hier nennen will, über eine allgemein anerkannte Expertise im Sinne der Bewertungssicherheit, also der Benennung der Denkmalqualitäten, Denkmaleigenschaft und der Denkmalwürdigkeit, also eine für den verantwortungsvollen Umgang mit einem eingetragenen Denkmal zwingend erforderliche ultimative Kriteriengenauigkeit, um die Grundfeste des zukünftigen Umgangs zu definieren. Es geht ebenso um die Professionalität und um den professionellen Umgang nicht nur in der Vermittlung der Denkmalwerte und der Geschichte des Objektes, sowie im Bereich der historisch-politischen Bildungsarbeit, und Frau Müller, ich muss Ihnen sagen, dass die historisch-politische Bildungsarbeit implizit und immer nur dann gut ist, wenn sie Aktualitätsbezug macht, das ist unsere Kernaufgabe. Wir müssen Brücken ins Jetzt schlagen, denn sonst brauchen wir diese Arbeit gar nicht zu machen. Also, wir müssen uns aber trotzdem, der Ausgangspunkt ist die materielle Geschichtsquelle, damit geht selbstverständlich eine Amtsautorität her, für deren Durchsetzung die gesetzlichen und sozialen Rahmenbedingungen gegeben sein müssen. Das ist für uns entscheidend. Wenn wir im Sinne der Denkmalpflege argumentieren, dann geht es gerade nicht um variable soziale Relationen, sondern um die klare Benennung der Denkmaleigenschaften. Daraus resultiert ein klarer Erhaltungsauftrag, der auf Regeln für einen zurückhaltenden Umgang mit dem Objekt nahelegt. Das heißt nicht, dass der Ort steril sein muss. Ausdrücklich nicht. Es geht nicht um die berühmte Käseglocke, denn wir wissen längst, dass es auch unter der Käseglocke regnet und dampft. Vielmehr aber sind der Bewahrungsauftrag und die Freistellung der zugewiesenen Denkmalqualitäten deutlich großgeschrieben. Insofern kann die Frage nach der Einordnung der Eastside Gallery, also die Frage oder die Antwort auf die Frage, womit haben wir es bei der Eastside Gallery überhaupt zu tun, nur im Sinne des Denkmalschutzes beantwortet werden, denn schließlich ist die ESG und darüber brauchen wir gar nicht groß diskutieren, sie ist ein eingetragenes Denkmal und jede Veränderung am Denkmal ist anzumelden und muss genehmigt, zumindest aber geduldet werden. Und die Frage kann nicht im Sinne der Fortschreibung einer kontinuierlichen sozialen Anordnung durch unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen beantwortet werden. Man könnte auch sagen, ein Ort für stetig wechselnde Kunstinszenierung im Sinne eines Ortes für Wechselausstellungen von Streetart, die immer wieder fortgesetzt und überschrieben wird, ist die Eastside Gallery ausdrücklich nicht. Sollte man sich aber dafür entscheiden und sie so definieren und einordnen, dann, gebe ich Ihnen völlig recht, ist die Stiftung Berliner Mauer ausdrücklich die falsche Institution, denn es geht darum für uns gerade nicht. Das heißt nicht, dass wir gar nichts dort zulassen können, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir müssen uns klar darüber sein, welche Verantwortung wir damit übernehmen und ich will jetzt gar nicht reden über beispielsweise Sicherheitsfragen, die damit einhergehen. In dem Moment, wo man Eigentümer dieses Areals ist, kommt man in so langweilige Dinge wie beispielsweise Haftungsfragen und das muss gewährleistet sein. Das will ich nur sagen, so viel vorneweg als grundsätzliche Voraussetzungen und Vorüberlegungen. Zum Zweiten, grundsätzlich ermöglicht unser Stiftungsgesetz die Erweiterung der Stiftung sowie die Aufnahme zusätzlicher Standorte, auch das ist ganz langweilig, muss aber geregelt werden und dazu muss die finanzielle und personelle Ausstattung adäquat sein und den Stiftungsauftrag, auf den ich jetzt komme, auch tatsächlich umsetzen zu können und nicht zu gefährden. Darauf achtet unser Stiftungsrat und der Stiftungsrat stimmt dem nur zu, wenn diese Ausstattung gewährleistet ist. Dafür aber sorgt das Land Berlin, das hat dafür Vorkehrungen getroffen, aber der Stiftungsrat muss es trotzdem genehmigen und da ist der Bund dabei und das sind verwaltungstechnische Fragen, mit denen ich Sie nicht länger langweilen will. Maßgabe bei allen unseren Tun ist unser Stiftungsgesetz, das den Auftrag klar definiert. Ich will es Ihnen vorlesen. Die Erinnerung an die Teilung der Stadt, um die Geschichte der Berliner Mauer zu bewahren, zu erforschen, zu vermitteln, die Standorte im Sinne der Denkmalpflege zu bewahren, sowie den Opfern kommunistischer Gewaltherrschaft ein würdiges Gedenken zu ermöglichen. Und gerade da ist wieder der Gegenwartsbezug in den Fragen der Vermittlung gefragt. Alle politische Bildung, ich sagte es bereits, hängt daran. Wir haben uns damals im Jahre 2013 mit dem Senat zusammengesetzt, um eine mögliche Perspektive für diesen Ort zu entwickeln, denn natürlich ist es entscheidend zu definieren, welche Strategie man für die Stadtgeschichte und auch internationale Geschichte so bedeutend im Ort hat, der überhaupt nur erhalten bei ihm ist und das will ich nochmal sagen, weil sich Bürgerinnen und Bürger hier dafür eingesetzt haben. Es geht also auch um Nachhaltigkeit. Aus diesen Überlegungen heraus entstand der Denkmalpflegeplan, der 2014 fertiggestellt wurde. Und wie jeder Denkmalpflegeplan ist er nicht für die Ewigkeit gemacht, das hat kein Denkmalpflegeplan zum Anspruch, sondern er bedarf einer regelmäßigen Befragung, das wurde auch von Herrn Woh bereits angedeutet, gegebenenfalls Erweiterung oder Anpassung, an sich verändernde Rahmenbedingungen. Klar definiert und für uns bindend ist hingegen die Definition der Hauptdenkmaleigenschaften, die auch schon mehrfach benannt sind, die die historische und kulturelle Bedeutung dieses Orts ausmachen, den Charakter definieren und zu förderst den Umgang mit diesem Denkmal vorgehen. Ganz klar. Die Denkmalschicht der Zeit der Mauer habe ich schon genannt, um den Charakter der Machtdurchsetzung des SED-Staats zu verdeutlichen und damit bin ich auch bei den Opferverbänden ganz nah dran. Darum geht es. Wie kann ich die Machtdurchsetzung dieses SED-Staats deutlicher machen als mit der Mauer? Sagen Sie mir ein Beispiel, komme ich gerne in die Diskussion. Erstens. Zweitens, die Geschichte der künstlerischen Aneignung und die Künstlerinitiative von damals ist die zweite Bedeutungsebene. Das sind die wesentlichen Geschichten, die erzählt werden müssen, um diesen Wort zu verstehen. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, die Mehrzahl dieser Touristinnen und Touristen aus aller Welt verstehen diesen Ort nicht. Sie verstehen weder, dass auf der falschen Seite der Mauer gemalt wird, sie verstehen die Lehre nicht und so weiter. Der Ort braucht Erklärung. Legt man nun unseren Vermittlungsauftrag, daneben ist die Sache relativ einfach. Neben dem schlichten Erhaltungsauftrag also keine zusätzliche Eventisierung, sondern vielmehr Herausarbeitung und Stärkung dieser beiden Hauptdenkmaleigenschaften, die ich gerade benannt habe. Uns geht es primär um die Umsetzung eines längst überfälligen Konzepts zur politischen Bildung, das ist nämlich unser Auftrag und damit geht Aktualisierung einher, ich habe es gesagt, und diesen Ort mit seinen beiden wesentlichen Denkmalwerten adäquat zu vermitteln. Dazu kommt die Geschichte des Ortes und eben die Aneignung des Prozesses durch den künstlerischen Vorgang. Somit geht es um die Vermittlung des Areals als einzelnen Mauerstreifen mit einer zurückhaltenden Ausstattung mit historischem Informationsmaterial, etwa mit einigen wenigen großformatigen Bildern oder Stählen und einigen wenigen multimedialen Stationen. Dazu gehört perspektivisch eben auch die Einrichtung einer Anlaufstation eines Art Besucherzentrums am Standort des einzigen Grenzkontrollpunktes, dem heutigen Kiosk, also diesem Laden in der Nähe des Speichergebäudes. Es soll, und ich will es, kann es gar nicht deutlich genug sagen, es soll ausdrücklich und ganz deutlich keine zweite Bernauer Straße werden. Sind doch Charakter und Botschaft gänzlich verschieden? Auch wenn entlang der Inside Gallery rund zehn Menschen hier leben lassen mussten, einfach weil die Grenze existiert. Dennoch geht es um wesentliche Informationsvermittlung, denn die Masse dieser Besucher, ich sagte es bereits, versteht diesen Ort überhaupt nicht, er muss erklärt werden. Regelmäßige, zielgruppenorientierte Führungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten müssen entwickelt werden, mobile Webseiten oder Apps wie sonstige Bildungsformate, die noch in die Welt kommen müssen, um diesen Ort zu erklären. und das schließt es ja auch ein, um möglicherweise eben auch unbedingt zwingend Rücken ins Jetzt zu machen. Vor diesem Hintergrund ist die vollständige Übertragung von Mauer und ehemaligen Grenzsteifen für die Stiftung Grundvoraussetzung, denn die Stiftung muss in die Situation versetzt werden, das Denkmal allein verantwortlich zu bespielen und über sämtliche dort anzumeldende Veranstaltungen, Installationen und so weiter zu entscheiden. Deshalb muss es für die Stiftung auch darum gehen, also darum muss es gehen, ist sie doch kein Immobilienverwalter und kein Facility Manager für andere, sondern hat einen klaren, das habe ich erwähnt, einen klaren Stiftungsauftrag. Und um es deutlich zu machen, wenn die Stiftung Berliner Mauer Eigentümer dieses Areals ist, sind auch die Eigentümerbefugnisse nicht verhandelbar. Auch wenn wir natürlich für sämtliche Gespräche wie dem heutigen offen sind. Ich würde sogar dazu plädieren, das regelmäßig einzurichten, aber es geht, ich habe es, auch wenn es verwaltungstechnisch unendlich langweilig ist, es geht um Haftungsfragen, es geht um Organisationsfragen, die ganz klar geregelt sein müssen. Das ist für mich elementar und trotzdem bin ich für Diskussionen natürlich offen. Und diese Erfahrung, ich kann es Ihnen mitteilen, wir verwalten in der Langauer Straße ein Areal, das exakt genauso groß ist wie die Eastside Gallery. Und was dort an Fragen, an Anrainerproblemen, an Herausforderungen in der alltäglichen Verwaltung anstehen, können Sie sich vielleicht vorstellen. Dass die Eigentumsfugnisse damit einhergehen, ist ansonsten auch unhinterfragte gängige Praxis, denn natürlich entscheiden die jeweiligen Verwalter eines Areals immer über die dort stattfindenden Nutzen. Ansonsten wäre nämlich der Betrieb auch nachträglich beliebig und könnte von anderen Einrichtungen sehr wahrscheinlich besser durchgeführt werden als von uns. Fazit, und damit bin ich am Schluss. Richtlinien für ein Engagement der Stiftung sind für uns der Denkmalpflegeplan und unser Stiftungsauftrag und es wird für uns darum gehen müssen, die politische Bildungsarbeit ebenso auf neue Füße zu stellen, wie die Organisation des technischen Unterhalts, damit die benannten Denkmalqualitäten herausgearbeitet und eine zusätzliche Eventisierung verhindert wird oder werden. Damit einher geht auch das städtebauliche Umgebungskonzept, das auch darauf ausgelegt ist, den Ort zu organisieren und zu beruhigen und nicht zusätzlich aufzulagen. Mit der Übertragung der Eastside Gallery an eine staatlich finanzierte Einrichtung wie der unsrigen wird nicht nur Sicherheit in der Bespielung des Ortes erreicht, sondern wie an vielen anderen Orten auch, wird der durch bürgerschaftlich Engagement gerettete und gestaltete Ort an eine Institution übergeben, die den Ort professionell managen kann und den Ort auch nachhaltig zu retten. Diese zwei Geschichten, Todesstreifen der einzigen Berliner Mauer einerseits und die künstlerische Anreignung andererseits zu erzählen, ist unsere Aufgabe und ebenso wie diesen Ort zu erhalten. Vielen Dank. Ja, ich darf mich an dieser Stelle bei einem Moment. Erstmal erkläre ich, wie es geht. Erstmal sage ich Danke an alle Rednerinnen und die sich, die hier ein bisschen lang beigetragen haben. Und wir kämen jetzt in die Diskussion. Da würde ich ein paar Regeln vorgeben. Das sind also keine restriktiven, sondern es hat hier damit zu tun, wenn Sie einen Beitrag haben, der sich an uns alle richtet, ist das natürlich nicht notwendig. Aber wenn Sie zum Beispiel jemanden gezielt ansprechen möchten, würde ich darum bitten, dies dann auch direkt am Anfang vielleicht kenntlich zu machen, damit die Person auch die Chance hat, sich direkt auch kurz bereit zu antworten zu müssen oder zu dürfen, würde sie alle auch in Anbetracht der Zeit natürlich darum bitten, zu gucken, nicht zu lange zu sprechen. Weil sonst schaffen wir es doch bis 24 Uhr. Und das funktioniert heute leider nicht, weil doch einige noch weiter weg. Ich würde halt versuchen, Ihre Meldung dann aufzugreifen und abzunotieren und dann jemand aufrufen. Deswegen lasse ich auch erstmal einen Moment hier stehen. Haben wir einen Scheinchenkofen oder was haben wir nach waren? Ich würde nicht sagen. Gibt es ein Krischab oder so? Ich würde nicht auch sagen. Wir haben einen Mann, die wir gesprochen haben müssen vielleicht nicht gleich. Ihren Namen weiß ich nicht. Johannes Wittler. Ja, danke. Ich habe jetzt richtig Frau Böhler, Herr Alabi und Johannes... Wir haben doch schon gesprochen. Bitte? Wir haben doch gerade schon gesprochen, die beiden. Es darf auch öfter gesprochen werden, weil das waren Ihnen Beiträge. Sie dürfen auch ein zweites Mal. Ich habe im Wesentlichen die Frage, wie dieser leere Gedanke mit der Niederlandmauer weiß bleiben soll, wie das realisiert werden soll, weil ich kenne den Ort ziemlich genau und ich weiß länger als 24 Stunden dauert es nicht, bis er wieder getaggt ist und zwar meistens relativ schlecht. Das ist das eine. Das zweite, ich habe gerade so halb privat erfahren, dass in Marienfelde gerade eine zeitgenössische Ausstellung stattfindet, also ganz weit vom öffentlichen Ort, von der öffentlichen Wahrnehmung und ich würde, habe ich das richtig verstanden, dass Sie sagen, wenn wir das übernehmen, bestimmen wir, was auf den Tisch kommt, wir bestimmen, was die Kunst ist, wir bestimmen, was die Zeitgenossenschaft ist und wir bestimmen auch, was wir richtig finden und nicht. Und die Frage ist, wer wird da Zugang haben? Das ist ja die Frage. Der Denkmalschutzplan, der mit, gut, dass Sie nochmal André Schmitz erwähnt haben, der hatte natürlich eine Idee von Denkmal, was komplett hermetisch und komplett abgeschlossen war, da war nichts von zeitgenössischer auseinandersetzung. Ich würde gerne wissen, wie Sie die Zeitgenossenschaft gewährleisten wollen und wo auch der künstlerische Sachverstand bei Ihnen im Hause ist dafür. Ich würde sagen, wir haben direkt die Stücke an die Stiftung reinkommen, ja. Also immer noch so drei, vier Meldungen. Also ich habe eine Frage an Herrn Klaus Mayer. Wenn die Eastside Galerie einfach in die Stiftung reinkommt, gibt es eine Möglichkeit, dass man diese Unternehmer dort ein Hotel bauen will, einfach die Ecke gekauft und ausbezahlt und rausschmeißt. Ja, wir haben damals diese Geschichte losgetreten mit dem, wir haben den Investor, der gegen den Willen des Bezirks das Grundstück für fünf Millionen erkauft hat im Handschlag. Mit einer Zeit hatte der Vorbesitzer erpresst und dann hat er irgendwie das gebaut, diesen gitterlichen Betonpimmel, verzeiht mir. Und also ich kann nur sagen, Hinterlandmauer ist ein ganz blödes Wort, von Herrn Wobereit benutzt. Die Hinterlandmauer, das ist keine Hinterlandmauer, das war die Grenze zwischen die Welten getrennt hat. Ich bin mal rübergefahren zu Westseiten, das hat vier Stunden gedauert, um da an dem Platz zu stehen an der Warschauer Brücke von mir aus Kreuzberg. Also, in Berlin ist der Weltfrieden begraben. Der Sieg über den Faschismus 1945 in Berlin mit unendlichen Opfern hat zu einem kurzen Schulterschluss der Weltmächte geführt. Viermächte-Status. Und das ist zerbrochen und an dieser Narbe ist die Mauer entstanden. Das ist die historische Lage. Und als diese Mauer fiel, hatte ich vor allem Schrecken, weil ich sagte, das ist der Endsieg des Kapitalismus. Jetzt gibt es keinen Gegenspieler mehr. Und das haben wir im Spähraum erfahren wie nirgends wo anders. Mercedes-Benz, O2 World, wer nicht alles hat sich da breit gemacht. Wie lang wollen wir uns noch von Glücksrittern und Regressspezialisten von Hedgefonds erpressen lassen hier? Dieses Grundstück wäre der richtige Ort, um zu beweisen nach dem Staatsopfer hier in der Berlin. Ich möchte wirklich ein F drüber malen über die Staatsoper. Ohne dem Herrn Baren wollen wir jetzt irgendwas hin. Das war ein kleiner Club, der die durchgibt mit 20 Millionen, wollten die dabei sein, die öffentliche Hand bezahlt, die 400 Millionen. Wenn wir das angucken, kann dieses Grundstück gar nicht zu teuer sein. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage. Mir ist im Moment noch unklar, wer es beschlossen hat, dass die E-Zeit-Galerie in ihrer Obwut gegeben werden kann. Und wie ist dann an der Stelle die Sachlage? Ist das schon komplett beschlossen Sache? Oder gibt es noch Alternativmöglichkeiten, über die man eventuell noch mal nachdenken könnte? Danke. Ich fange mal hinten an zu der, ich entnehme Ihrer Frage, dass ich Ihr Vertrauen noch nicht gewonnen habe. Nein, es ist, der Senat hat das verfolgt, er hat haushalterische Vorsorge getroffen, damit die von uns definierten Aufgaben auch erfüllt werden können. Und es ist aber noch nicht entschieden. Wir haben im Dezember, während der in dem letzten Bescheid, das wird im Rahmen der Haushaltsbehandlung darum gehen, ob die Mittel gewilligt werden, ja oder nein. Das ist eine erste Hürde, die ist da. Und zweitens ist es so, dass wir haben zu Anfang des Hearings eben auch gehört, dass wir weiterhin noch, das hat Herr, ich glaube, Herr Broch haben das gesagt, dass nach dem Senatsbeschluss, der erst gefällt werden muss, muss es noch durch den Rat der Bürgermeister gehen. Das heißt also, auch da muss es politische Zustimmung geben. Das ist die nächste, das ist die Senatsebene und das Dritte ist eben, dass es auch in unserem Stiftungsrat überhaupt noch genehmigt werden muss. Der Stiftungsrat, der eben insbesondere wird sich, also der ist, also das ist unser politisches Entscheidungsgremium, wo die Zuwendungsgeber Land und Bund drin sitzen und wo insbesondere der Bund sehr wohl darauf achten wird, dass die Ausstattung der Stiftung der Aufgabe angemessen ist, weil ansonsten wird er nicht zustimmen, weil der, um es mal platt zu sagen, weil der Bund verhindern will, dass das Geld, was der Bund beispielsweise in der Darmauer Straße und in Marienfelde investiert, schadend nimmt oder gefährdet wird, weil sich die Stiftung möglicherweise an der Eastside Gallery überhebt. Also insofern, Sie haben noch Hoffnung, die ist berechtigt und das ist durchaus noch nicht, da ist noch nicht sozusagen alles in Sack und Tüten. Aber immerhin, die außeratirischen Voraussetzungen sind jedenfalls angemeldet. Ich muss, ich will auf die politische Dimension, die Sie dargestellt haben, über die Allherrschaft des Kapitalismus gar nicht groß reden. Aber der Begriff Hinterland, Sicherungsmauer ist nun mal der historisch korrekte. Steht in jeder Akte, wenn Sie nach Freiburg ins Militärarchiv fahren, wo die Akten der Grenztruppen sind, werden Sie das auf ungefähr sechs Kilometern Akten, und das ist nicht übertrieben, sechs Kilometer Akten in jeder Akte finden. Das ist der historisch korrekte Begriff. Also von denen, die die Bauer gebaut haben. So ist es. Das will ich doch nur sagen. Ja, also darüber können wir nicht streiten, das ist Gesetz, dann müssen Sie auch andere Begriffe grundsätzlich in Frage stellen. Kanja Lawi hat gefragt, ist die Stiftung oder wird die Stiftung in die Lage versetzt, mit Mitteln ausgestattet zu sein, um den Unternehmer gewissermaßen oder den Investor auszukaufen. Dazu haben wir vorher was von Herrn Vogt gehört und auch hier aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Es laufen Anfragen und es wird gemessen und gerechnet, wie hoch das ist. Unsere Stiftung hat verfügt über kein Stiftungskapital im Sinne einer klassischen Stiftung. Ich muss Sie klar mit Nein beantworten. Wir sind auf Zuwendungen, in dem Fall des Landes Berlin angewiesen und wenn das Land Berlin die Mittel nicht aufbringen kann, können wir es auf keinen Fall. Also das ist auch eine klare Antwort. Wir haben nicht so und so viele Millionen auf der Bank liegen als Stiftungskapital. Das ist bei uns nicht der Fall. Frau Göhler hat, ich glaube, vier Fragen über die Zeitgenossen, also unter anderem eine Frage zur Zeitgenossenschaft. Ich würde vorschlagen, dass wir uns da mal zusammen mit unserer, ich glaube, gemeinsamen Freundin Gabi-Dolf-Bohnekemper zusammensetzen, über die Frage von Zeitgenossenschaften zu diskutieren, denn das ist ein Thema, was wir hier jetzt nicht vollständig abarbeiten können. Aber es ist insbesondere die Zeitgenossenschaften, es ist ja auch die Grundsatzfrage, die dem Ganzen hier zugrunde liegt, ist die Frage nach dem, was erbt die Stiftung Berliner Mauer? Und wem gehört dieses Erbe? Und welches Erbe treten wir an? Und welche Zeitgenossenschaften übernehmen wir damit automatisch? Nämlich die Frage danach, und treten wir damit ein Erbe an, was uns möglicherweise gar nicht gehört, durch das wir möglicherweise hier nur qua Amt sozusagen praktisch in Besitz versetzt werden? Also das ist eine Grundsatzfrage, durch die Übertragung, die Frage, welche Zeitgenossenschaften sind plötzlich mit bei uns im Portfolio drin? Ich kann das nur insofern beantworten, oder möchte das hier im Moment nur insofern beantworten, dass ich, wie ich schon auch während meines Kurzvortrags gesagt habe, darauf, dafür offen bin, Diskussionen wie heute zu führen, aber für mich die sozusagen Verpflichtung und die gewissermaßen Verwaltungshoheit klar bei uns liegen muss. Das funktioniert sonst nicht. Ich könnte etwas Gleiches beispielsweise in der Bernauer Straße nicht machen. Ich könnte die Bernauer Straße nicht organisieren, wenn ich kontinuierlich beispielsweise mit 15 anderen Interessengruppen darüber zu entscheiden hätte, was auf unserem Gelände passiert. Das funktioniert nicht. Sondern es müssen klare Linien definiert werden in Gesprächen, die man vielleicht ein, zwei Mal im Jahr festlegt. Und dazu kann ich mich auch nur offen zeigen. Aber das, die, und insofern, das mag Sie enttäuschen. Aber wir können es nur so organisieren für uns, ansonsten kommt es für uns auch nicht in Frage. Realisierung weiße Mauer, wie soll das gehen? Wir haben für die Durchsetzung, für die regelmäßige, sozusagen das Neustreichen haben wir Mittel beantragt. Das ist, das heißt, unsere Kalkulation sieht vor, dass mindestens zweimal in der Woche nachgeweißelt wird. Also dafür ist Vorkehrung getroffen. Können Sie mal eine Summe nennen? Rechts und links, also ich sehe ja immer die Aufpulser schon an der Eastside Gallery. Das sind etwa 30.000 im Jahr. So, das ist beantragt, das sehen wir vor und dafür liegen auch Angebote vor. Das ist durchaus realistisch. Zugang. Sie haben nach dem Zugang gefragt. Wie stellen Sie sich den Zugang vor? Meinen Sie damit den Zugang zum Gewände? Oder was meinten Sie genau damit? Da muss ich nachfragen, das habe ich nicht... Es geht einfach um... Also Sie haben mir das Gefühl gegeben, das ist eine ziemlich hermetische Angelegenheit, deswegen geht es in die Stiftung und dann hat die Stiftung gesagt, die macht einfach gesagt, ich habe das Recht und ich werde das auch alleine entscheiden. Wir können manchmal noch ein bisschen sprechen, aber... Und Sie haben auch gefragt nach der sozusagen Kompetenz in der Stiftung, in der Bewertung von künstlerischen Arbeiten. Ich selbst bin promovierter Kunsthistoriker. Aber trotzdem kann man natürlich darüber nachdenken, möglicherweise... Ich will jetzt nicht sagen, weil dann kommt man nämlich in genau die gleiche Geschichte. Wir müssen im Vorfeld vor der Übertragung klare Richtlinien festlegen, wie die oder welche Installationen, welche temporären Aktionen zerstörungsfrei in diesem Raum möglich sind. Und wenn wir das nicht klar regeln, wird es schwierig, weil das ist im Alltag einfach ansonsten nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ich kann nur aus der Erfahrung mit der Wernauer Straße sagen, dass wir pro Woche etwa, naja, sagen wir mal, zwei Angebote für künstlerische Inszenierung auf unserem Gelände bekommen. Und wir haben da sehr klare Richtlinien, nach welchen Kriterien wir etwas zulassen, genehmigen, wie oft in Ihren... und so weiter. Also hier geht es beispielsweise um Zurückhaltung und Respekt gegenüber dem Ort, gegenüber dem Denkmal in seiner Größe, in der Frage nach... Ja, eben, also Repensibilität, ein weiterer Begriff, der entscheidend ist in der Denkmalpflege und so weiter und so weiter. Das liegt vor... ...Kunst? Eine. Ganz klar. Ja. Unser Auftrag ist vorgegeben. Also das ist... Die Bernauer Straße ist was anderes. Ja, das denke ich auch. Ja, das ist was anderes. Aber wenn wir die Kriterien veröffentlichen, also ich meine, die sagen, wir wollen jetzt... Die sind noch nicht fest. Die sind noch nicht fest. Aber Sie haben ja noch relativ klare Vorstellungen von Reversibilität. Also schließt das zum Beispiel ein, dass man mit Papier arbeitet. Ich habe einen Begriff von Zerstörungsfreiheit, der das nicht einschließt. Sie wissen, dass im Vorfeld der Aktion jetzt oder der Installation, die jetzt gerade ist, wir uns darüber auseinandergesetzt haben und ich ein Verfechter war, diese Mauer freizuhalten. Und zwar zerstörungsfrei. Wir haben über Projektionen auf die Mauer gesprochen und es ging auch um die Frage von tageszeitlichen Begrenzungen und so weiter. Aber so weit sind wir nicht. Wir können dann im Vorfeld der potenziellen Übertragung genau diese Kategorien definieren. Also die Wortmeldung, die ich noch hatte, jetzt sind ja verschiedene Projekte hier vorgestellt worden und ich finde es ganz wichtig, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern sieht, dass wir in irgendeinem Konsens kommen. Und es geht auch nicht um die vollständige Nutzung zum Beispiel von der Mauer oder von der Rückseite, von der Westseite durch die Ausstellung, die jetzt Stefan Rochen macht hat. Es geht um einen Teilabschnitt. Was mich ausschließt, dass es zum Beispiel auch tatsächlich auch Hinweise auf aktuelle Sachen gibt. Aber man kann nicht sagen, wir haben schon hier noch für die Ex-DDR-Leute getan. Da gibt es hier noch Sachen und das hat dann nichts mehr zu suchen. Also das finde ich wirklich ganz schlimm. Hat das jemand gesagt? Ja, so habe ich das verstanden. In der Pause hat mich die nette Pressesprecherin von Ihnen versucht zu überzeugen, dass vielleicht die Stiftung doch die richtige Wahl ist. Ich danke Ihnen sehr für diese sehr ehrlichen Worte und dass Sie auch so klar sprechen. Also ich finde das auch sehr, sehr gut. Da lässt man keinen Zweifel. Also wenn die Ex-DDR-Galerie an Sie, beziehungsweise an die Stiftung, übergeben wird, dann sind Sie Eigentümer. Eigentümerrecht entscheiden Sie. Es gibt vielleicht Hearings, aber die werden darauf hinauflaufen, dass sich die Sachen anhören und wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach erklären, worum es nicht geht. Gut. Also für mich heisst das, dass wenn Sie die Ex-DDR-Galerie bekommen, eine künstliche Weiterentwicklung nicht mehr möglich ist. Und in dem Sinn komme ich wieder auf dieses Statement zurück, ist die Stiftung, wie Sie das ja auch sagen, nicht die Richtige. Und ich hoffe, dass man nach diesem Hearing, Seiten von Bezirken oder von den Verantwortlichen zum Schluss kommt, dass es wirklich nicht der richtige Weg ist. Und ich hoffe auch, dass Sie zum Schluss kommen nach diesem Hearing, dass es vielleicht besser ist, wenn nicht Sie es übernehmen. Der Punkt, den ich noch anführen will, weil es geht nicht nur darum, ob es die richtige Erinnerungsgutung ist oder nicht oder Konzepte, wie man das führen will. Die Isart-Galerie ist Gemeingut. Und wenn es zu Ihnen im Besitz übergeht, ist es komplett jeglicher demokratischen Einfluss entzogen und somit kein Gemeingut mehr. Wenn es so ist, verstehe ich. Als Ergänzung vielleicht oder ein Widerspruch dazu, wir verwalten Orte, die im Jahr von einer Million Menschen aus der ganzen Welt besucht werden. Insofern glaube ich, dass wir einerseits da in diesem Zusammenhang Expertise haben, andererseits ist aber eben gerade sozusagen allgemein, wir verwalten ja auch nicht nur einen wesentlichen Teil von Berliner Geschichte, sondern von deutscher, europäischer und Weltgeschichte. Deshalb kommen regelmäßig nicht nur hohe Staatsgäste zu uns, sondern vor allem, und das wissen wir, mehr als 65 Prozent unserer Besucherinnen und Besucher sind international und jung. Jung heißt in dem Fall so ungefähr unter 35, ohne die sozusagen bewusste Erinnerung an die Geschichte der Teilung. Insofern verwalten wir im Interesse, im öffentlichen Interesse Orte und bespielen die. Und dass wir natürlich dort in Positionen versetzt sind, um das, nennen Sie mir doch mal Orte, die sozusagen komplett selbstverwaltet funktionieren. Nein, wo es eine Institution gibt, ob es hier der Berliner Senat oder der Bezirk ist oder so, wo die öffentliche Hand im weitesten Sinne gewissermaßen nur Freiräume in dieser Größenordnung, in dieser Größenordnung freigibt. Ja, das ist doch... Ich kritisere nicht Ihre Arbeit an der Berner Haustraße. Nein, nein. Aber was Sie sagen, jetzt sprechen Sie von Verwalten, Vorhands, von Besitzrechten. Das ist eine interessante Änderung der Worte. Nein, Entschuldigung, das gehört zusammen. Wir sind durch diese Übertragung eigentumsrechtlich einfach in der Situation, dass das in unser Stiftungsvermögen übertragen wird. Also ist es eigentumsrechtlich so. Und zugleich... Nein, ich meine, das kann man jetzt blöd oder nicht finden, aber in dem Moment, wo man Eigentum übernimmt, hat man Verpflichtungen. Das ist ganz einfach. Wenn Sie eine Wohnung erben, müssen Sie sich kümmern. Und wir wollen uns kümmern und wir übernehmen die Verantwortung dafür. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber dann muss man das auch irgendwie so... Es gibt auch nicht halbschwanger. Also dann ist es wirklich klar, dass wir voll in der Verantwortung sind. Und damit muss man eben sozusagen rumgehen. Das muss dem Bezirk klar sein. Das ist dem Senat klar. Und das ist eine politische Entscheidung, was man will. Und es ist eben deshalb sind wir hier zusammen. Und ich fand den Dialog sehr fruchtbar. Es ist eine politische Frage und auch eine künstlerische Frage sehr wahrscheinlich. Was ist die Eastert Gallery? Ist sie ausschließlich und nur ein Denkmal, was nach denkmalrechtlichen Kriterien zu bewahren ist? Das ist es im Moment. Da können wir bis morgen früh definieren. Verwaltungsrechtlich ist sie es. Und verwaltungsrechtlich ist es einfach so, dass jede Veränderung an einem Denkmal angemeldet werden muss. Oder zumindest genehmigt bzw. geduldet werden muss. Und insofern kommen wir automatisch in ein Genehmigungsverfahren. Können wir blöd finden, ist aber so. Denkmalpflege ist ein Verwaltungsakt auch. So, und jetzt ist in dem Moment, wo wir letztlich sozusagen entscheiden, das ist jetzt gar kein Denkmal mehr. Können wir ja entscheiden. Die Kolleginnen vom Landesdenkmalamt kennen Fälle, dass die Objekte, dass denen die Denkmaleigenschaft aberkannt werden. Dann werden sie aus der Denkmalliste rausgenommen. Und dann sind sie beliebig. Und dann kann man machen, was man will. Aber dann sind wir nicht mehr zuständig. Das brauche ich nicht. Ich bin kein Immobilienverwalter. Wir haben einen politischen Auftrag. Und jetzt sind wir wieder da. So, Punkt. Das können Sie blöde finden, ist aber so. Aber die Sache kann man irgendwie da hin. Nein, ich muss das nicht stellen. Ich habe es schon. Herr Dichter hat mich auch schon. Ich schreibe mal Klamotnis rein. Genau. Also Herr Dichter ist jetzt das? Nein, wir haben es jetzt. Johannes, dann Georg. Das kann ich jetzt ab. Vielleicht steht das Hände, das kann ich noch ein. Das wird alles gesetzt. Ja, also ganz kurz. Ich will mich auch kurz halten. Das dauert ja schon sehr lange. Mir geistert jetzt hier immer ein Begriff im Raum herum, der heißt Zerstörungsfrei. Und daran werden so viele Dinge bemessen. Also was heißt das Zerstörungsfrei? Im Moment ist es so, dass das so ein bisschen zum Pissoir da hinten verkommt. Und dann wird auch schon da gedealt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass es ungenutzte Flächen sind. Für mich heißt es doch Zerstörungsfreiheit nicht eine Mauer, um die Mauer zu ziehen, sondern es heißt doch im Endeffekt, das zu beleben. Und im Gegenpol zu der kommerziellen, gegenüberliegenden Seite kann das nur bedeuten, kulturell belegen. Und dieses kulturell belegen ist ja ein sehr weiter Begriff. Und der muss doch erst mal definiert werden, was der alles beinhaltet. Und darüber höre ich zwar viele Ansätze, aber das ist doch durchaus auch zu vereinen, glaube ich. Also wichtig ist, dass viel dort passiert und dass die Leute auch hinter die Mauer gezogen werden und nicht nur vor der Mauer verweilen. Und dann, glaube ich, ist auch dieses Zerstörungsfrei nicht mehr der Angstbegriff, der hier immer zitiert wird. Ja, mich würden zwei Aspekte interessieren. Einmal die Frage, ob das Denkmalkonzept für die Eastside-Galerie bzw. der Denkmalsstatus überhaupt heute noch korrekt sind. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass das 1990, also ziemlich früh nach dem Mauerfall, festgeschrieben wurde. Und ich finde da vor allem auch nicht den Gedanken von David Monti, der die Eastside-Galerie seinerzeit initiiert hat wieder, der auch die Westseite bespielen wollte. Und ich glaube, das war auch damals mit der Rufa-GbH so, die ja seinerzeit das Schaffen an der Eastside-Galerie finanziert hat, weil er darüber finanziell bankrott gegangen ist. Also die Frage ist, ist das Denkmalsstatus der Eastside-Galerie, wie die 1990 formuliert wurde, vielleicht nicht mehr zeitgemäß? Und das andere ist vielleicht ein moderner Gedanke von innen und Exklusion. Also ich denke, die Eastside-Galerie, das ist von mir jedenfalls für mich, der Zauber, den sie ausmacht, ist eine weltweite innere Inklusion. Ja, also das Überwinden von Mauern, Schlagen von Brücken, Menschen werden Schwestern und Brüder. Also Inklusion hoch drei. Wenn ich Sie leider, Herr Professor Klausmeier, richtig verstehe, sehen Sie, die Eastside-Galerie nur als Immobilie, die zu verwalten ist. Und das Verwalten definieren Sie als explodieren. Und das ist für mich ein Widerspruch. Und vielleicht noch eine anschließende Frage spontan an die Senats- und Bezirksverwaltungen, wie man überhaupt zu dem Schluss kommen konnte, dass die Stiftung bei Ihrem auch geeignet sei. Vielen Dank. Also was wenige hier wissen, die Grundstücke sind mit den Latifunien verkauft worden. Also die Mauer ist mitverkauft worden mit einer Denkmalschutzauflage. Deswegen wohnen zwei Herzen in meiner Brust, Herr Klausmeier. Ich würde mir natürlich Rechtssicherheit wünschen und Verhinderungen des Baus von dem Hotel, um endgültig das zum Gartenzaun zu machen, den getrennten Himmel nicht mehr erfahrbar zu machen. Aber das kann Ihre Stiftung gar nicht allein ziehen. Und der Bezirk kann es natürlich noch viel weniger mit allseitig leeren Kassen. Ich will auch mich jetzt nicht festlegen auf irgendeinen nackt antikapitalistischen. Wir können ja nicht einfach aus unserer Haut, das hat jemand sehr gut gesagt, warum können wir uns das Ende der Welt bald besser vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Also ich bin offen, aber ich sehe keine Möglichkeit für so ein Rondell, wo man in das Weltbild noch reingeht, was man ein Panoramen hat, eine lange Vorgeschichte. Das halte ich für keine adäquate Nutzung. Und ich gebe dem Charlie völlig recht, dass das enge und verantwortungsvolle Nutzungskonzept, die Menschen kommen dahin ganz privat, die machen Liebesfoto von Partnern miteinander vor der Mauer. Es ist ganz absurd, das Privateste wird da ins Öffentliche gebracht. Das sollten wir uns klar machen. Und wenn wir das nicht auch integrieren können, dann haben wir das Thema verfehlt. Das haben Sie völlig richtig gesehen. Dankeschön. Gut, ich sage dann, die Zeit drängt ein bisschen, weil Herr Klaus May, Sie sind vor vielen Fällen und Frau Hermann und Müssen, da wird man dem Netz noch weg. Deswegen würde ich jetzt die drei Menschen, die ich jetzt noch auf der Rednerinnenliste habe, kurz zu Wort kommen lassen und dann nochmal die Möglichkeit zu antworten. Und dann müssen wir gucken, vielleicht machen wir unter uns weiter oder vertragen uns auf ein anderes Mal. Gut. Ja, ich wollte jetzt als jemand, der wie Karin und ich so ungefähr fast zehn Jahre das jetzt als unabhängige Filmemacher begleitet haben, einfach mal einen Satz zur Ehrenrettung von Kani besonders aussprechen. Und auch hier, ich glaube, der Künstler, der das zu verantworten hat, ist ja auch eigentlich gleich gegangen, der Herr Wohloff. Wir haben zur Arbeit, wir machen gleich mit Mauer. Ja, ist gut, aber das war trotzdem, ich will das mal hier zu Protokoll geben, dass ich diese Nummer wirklich eher sehr kontraproduktiv fand. Und ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen so ein springender Punkt. Ja, also ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht. Und ich möchte in diesem Zusammenhang, wenn solche Konflikte auf dieser Ebene nämlich ausgefochten werden, dann sehen Sie ja sozusagen, wo da wirklich der Hund begraben ist. Ja, also ich will auch noch mal sagen, es sind hier Künstlerinnen anwesend heute. Und auch mir sind es ja im Laufe der Jahre ganz viel Geld dann in den Kopf gegangen. Aber eins bleibt einfach bestehen. Ohne diese Künstler und Künstlerinnen gäbe es die Easter Galerie in dieser Form nicht. Es wäre auch kein Denkmal. Und das haben alle anderen, die mit auch welch legitimen Interessen, wie auch immer, meinen, sich dort auch verwirklichen zu müssen, verdammt noch mal zu respektieren. Und diese, und die Ansprüche zu sagen, einfach auch vom Tisch zu wischen mit noch so moralinsauren Argumenten, da muss ich wirklich verwahrt sein. Frau Rechli, als Vertreter von den Verfolgten der DDR, ich hoffe, das wissen Sie. Ja, gut. Frau Alin, sauber, kraft aber. Also, der Denkmalschutz ist eben angesprochen worden. Ich möchte als Vertreterin des Landesdenkmalsamts und diejenigen, die auch einige Jahre mit der Easter Galerie befasst waren, auch einiges noch dazu sagen. Und zwar ist es ja auch nicht ganz unentscheidend, der Denkmalschutz zusammen mit den engagierten Bürgern und Künstlern zu verdanken, dass wir uns überhaupt heute über dieses Objekt unterhalten können. Das ist jetzt erstmal der erste Punkt. Und der zweite möchte auch dazu sagen, dass sozusagen die Denkmalpflege nicht ausschließlich der Amtsschimmel jenseits jeglichen Zaubers dargestellt wird. Also, wir haben hier auch mit einem Erbe zu tun, das eine unglaublich breitgespannte Begründung hat, die man dort an diesem Denkmal verwirklicht hat. Und wir agieren als Landesdenkmalamt auf der Basis des Denkmalschutzgesetzes. Das heißt, alles, was wir tun, müssen wir begründen. Und alles muss auf der Basis von objektivierbaren Argumenten entstehen. Und das ist auch sozusagen in der Vergangenheit so gewesen. Und ich möchte auch einen Aspekt noch sagen, es sind ja auch über Jahre denkmalpflegerische und restauratorische Leistungen an dieser Eastside Gallery gewesen, die dort verbracht wurden. Zum Beispiel sind ja 2009, das wurde schon genannt, auch nicht unerhebliche finanzielle Mittel für ein Konzept, das man genau abgestimmt hat, eingesetzt worden. Und auf der Basis, wir würden dieses Konzept ja über den Haufen werfen, damit ist es eigentlich weiter, 2,3 Millionen höre ich jetzt gerade, also jede Investition würde natürlich auch daraufhin gefragt werden, ob wir das jetzt alles in Frage stellen sollen, oder ob wir das Konzept völlig umschmeißen. Und wir agieren also auf der Basis eines Konzepts, das mit einem großen Aufwand mit allen oder vielen beteiligten Künstlern abgestimmt wurde. und was eine Aktion war, die damals von der Stern-Chema betreut war und die Leute, die dabei waren, können sicherlich bestätigen, dass es ein riesiger, einmaliger Aufwand und Kraftakt gewesen ist. Dann würde ich noch gerne sagen, dass wir leider nicht die Wahl haben, zwischen positiver und negativer Erinnerungskultur zu unterscheiden. Wenn man die Kulturtechnik sieht, dann müssen wir leider uns beide Seiten ansehen, Herr Klaus May hat es auch gesagt, dann erinnerst wir auch nochmal, diese Geschichte hat beide Seiten und so schön wie die Freude ist und wir mögen sie auch alle, müssen wir uns mit diesen beiden Beiträgen weiterhin befassen. Warum wird dann seit Jahren §10 Denkmalschutz ignoriert? Dort steht drin, das Bauen an der Istatgalerie ist verboten. Also ich höre hier immer nur Gesetze, Gesetze, Gesetze und dort steht explizit drin, es ist eine Ist-Vorschrift, die lässt überhaupt keine Messen zu. Vielleicht nur zum Abschluss noch, man muss natürlich bei der gesamten Entwicklung unterscheiden, statt entwicklungspolitische Entscheidungen, die dort betroffen worden sind. Wir haben eine Anzeige gemacht, das ist heute von keiner Behörde bearbeitet worden. Bis heute ist das Gutachten, das können wir bei uns auf der Webseite nachdenken, das haben wir auch nicht, haben kein Aktenzeichen erhalten. Und wir hatten neun Behörden angeschrieben. Ja, ich muss gleich los, deshalb will ich, ich habe um 17 Uhr noch mit Frau Popp einen Termin, also insofern muss ich mich da gleich entschuldigen und rüber radeln. Ich denke, es ist ein wichtiges Format, was wir heute gehabt haben und Streit gehört dazu. Der Streitwert dieses Objektes ist immens und enorm und fruchtbar. Und so sehe ich das auch, denn sicherlich komme ich daher als jemand, der schon verwaltungsorganisatorisch und technisch sehr konkrete Vorstellungen hat. Das bringt aber meine tägliche Herausforderung mit sich. Ich muss mir über gewisse Spielregeln jeden Tag Gedanken machen, weil ich in der Verantwortung bin. Und das wird mit der Übertragung eines neuen Ortes genau so sein. Weil die Frage nach dem, was dort passiert, eine öffentliche ist und gerade keine private, allein irgendwie sonst wie, sondern wir sind und deshalb sind wir alle hier im öffentlichen Raum für diesen Ort gemeinsam verantwortlich. Aber irgendwie jemand muss es machen. Und wenn die Entscheidung gefällt wird, in dem Prozedere, den das sowohl Herr Wob als auch ich vorhin noch mal aufgerufen habe, da müssen wir uns über gewisse Dinge verständigen. Die können wir alle blöd finden, irgendwie, weiß ich nicht, kapitalistisch und konservativ und irgendwie können wir alles sagen. Wenn wir uns entscheiden und wenn das Rotum kommt, okay, wir entlassen diesen Ort aus dem Denkmalschutz und das ist ein Ort der freien Kunst, dann ist er das. Da kann ich mit leben, da habe ich kein Problem. Alles gut. Ja, nein, Sie können das, Frau Göhler, Sie können es nicht trennen. Sie können es doch nicht trennen. Das ist doch ein Objekt. Und wenn wir die geschichtliche Bedeutung, Sie wollen doch diesen Ort auch bespielen, weil es nicht irgendeine Mauer ist, sondern weil es die Berliner Mauer ist. Darum geht es doch. Und durch die Qualität und die geschichtliche Bedeutung als Berliner Mauer ist dieser Ort so unglaublich aufgeladen. Interessant. Weltbedeutend. Und deshalb wollen Sie dort agieren, oder nicht? Sonst können wir in dieser Stadt irgendwo Mauern für Sie finden, die Sie bespielen können. Und das wollen Sie nicht. Sie wollen diese Mauer haben. Mit dieser Bedeutung. Und für uns ist die Interpretation genau. Und das habe ich versucht, deutlich zu machen in der Vermittlungsarbeit im Sinne der historisch-politischen Bildungsarbeit. Sicherung vor Investoren. Und Sicherung vor Investoren ist dann die nächste Ebene. Und weil wir über den gleichen Ort und mit gleichem großem Engagement für diesen Ort streiten, steht der Streitwert auch großgeschrieben da. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Ich finde das toll, dass wir das jetzt in dieser Form gemacht haben. Ich möchte dem Bezirk auch da nochmal danken. Und ich weiß jetzt nicht, wie schnell eine nächste Runde realisierbar ist, aber ich nehme das wirklich sehr bereichernd auf und nehme das mit. Und natürlich stellen sich für mich, aber auch für unsere Einrichtung, auch für unsere Gremien, mit denen ich das alles zu verhandeln habe, Fragen. Und auch Fragen danach, ist denn das, was wir uns bislang überlegt haben und wofür wir Mittel eingestellt haben, ist das der einzig gangbare Weg? Oder, wo können wir, an welchen Stellen schrauben, haben wir noch Luft? Und das kann ich Ihnen versprechen, wollen wir gerne ausloten. Und dennoch muss ich, und da bin ich wieder ganz langweilig, unser Stiftungsgesetz respektieren. Und das ist ganz klar, das ist meine Basis. Vielen Dank für Ihr Adresse und ich springe mich auf mein Rad. Danke. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es ist jetzt schon vieles ganz richtig gesagt worden, deshalb möchte ich das nicht wiederholen. Aber für mich stellt sich schon klar dar, nach den gemeinsamen Stunden, die wir miteinander verbracht haben, und das war ja ehrlich gesagt auch ein bisschen so angelegt, damit auch die unterschiedlichsten Initiativen, mit ihren unterschiedlichsten Perspektiven auf die Eastside Gallery und die Westside Gallery hier zu Wort kommen, dass es in diesem Zusammenhang auch nicht immer deckungsgleiche Interessen zu slagen gibt. Das kann man ja auch mal klar hier aussprechen. Es wird auch nicht möglich sein, alle ihre Vorstellungen umzusetzen. So stark wir uns auch bemühen werden, dass man zu Kompromissen kommt, dass man Dinge miteinander verbindet, man kann nicht alles machen. Und da muss man sich dann auch entscheiden. Und deshalb fand ich das, was zumindest zum Schluss von Herrn Professor Klausmeier auch noch mal gesagt worden ist, fand ich schon auch zentral. Es geht hier um ein Stück Berliner Mauer. Es geht hier um ein Stück Berliner Geschichte. Wir hatten die Bilder ganz am Anfang von Herrn Haspel an der Wand. Wir hatten auch die Debatte hier, dass es letztlich nicht nur um eine Grenze zwischen Friedrichshain und Kreuzberg geht, nicht nur um eine Grenze, die Ost und West Berlin geteilt hat, sondern dass es um eine weltpolitische Bedeutung geht, Kalter Krieg, Sie haben die Europakarte gesehen, die Welt gespalten. Und Sie haben aber von allen Seiten hier auch gehört, und das eint uns. Die Eastside Gallery hat den Teil Teilung, hat den Teil Tod, Grenze, brutaleste Grenze, Lebenszerstörung, kann man ja auch mal so deutlich sagen, und sie hat dann aber den anderen Teil Freude. Und dass das beides Elemente sind, die vielleicht nicht immer ganz einfach miteinander zu verbinden sind, ist auch klar. Aber dass man, glaube ich, sehr wohl Konzepte finden kann, und so hatte ich die Stiftung Berliner Mauer auch verstanden, nämlich beide Aspekte hervorgehoben hat. Und genau das möchte ich auch als Bezirk noch mal betonen. Und in welcher Situation sind wir denn jetzt gerade, in der wir uns befinden? Sie alle sind unzufrieden. Sie alle sind unzufrieden. Und ich bin es auch, als Verantwortliche. Kann ich auch mal offen und ehrlich sagen, wir hatten hier die Europakarte. Glauben Sie, dass die Kulturstadträtin von Friedrichshain-Kreuzberg jetzt diejenige ist, dieses europäische, weltweite Erbe miteinander verbinden können wird und dafür sorgen wird, dass das zum Weltkulturerbe oder zum europäischen Erbe wird? Glaube ich nicht, dass das die richtige Ebene ist. Wir befinden uns momentan in einer Situation, wo sowohl die Künstlerinnen und Künstler unzufrieden sind mit dem Zustand, wie die Instandhaltung funktioniert oder nicht funktioniert. Wir sind auch in der Situation, in der wir das Denkmal haben. Und da kann ich Ihnen ja auch mal sagen, Frau Göhler weiß das ja, alles muss einzeln entschieden und geduldet werden, was da auf der Westseite passiert. Und ich finde es richtig, dass wir jetzt die Diskussion führen, was sind denn Richtlinien, unter denen wir uns das vorstellen können und was sind es nicht. Und ich habe da meine kulturpolitischen Vorstellungen am Anfang gesagt. Es muss aus meiner Sicht einen Bezug haben und das sind eben die beiden Bezüge, Grenze und es ist auch Überwindung, Freiheit. Und natürlich stellt für mich, das nicht nur eine rein retro-perspektivische Debatte dar, sondern das ist doch lebendige, moderne Erinnerungskultur, dass man die Bezüge zieht und dass man gerade die Verantwortung hat, zu zeigen, dass solche brutalen Grenzen bewirken und dass es eben immer auch eine Frage ist, einen Bildungsauftrag zu haben, der genau das vermittelt, das darf es nicht geben auf der Welt. Und das hat natürlich zeitgenössische Bezüge. Und das alles sehe ich zumindest dazu, da komme ich zumindest zu dem Fluss, dass hier alle nicht zufrieden sind mit der Situation, wie es momentan ist, weil machen wir uns nichts vor, ich habe das gesagt, ein Grünflächenamt hat nicht die Aufgabe, so ein Denkmal zu erhalten oder kulturpolitisch zu bespielen, kann es auch gar nicht, ein bezügliches Straßen- und Grünflächenamt. Und deshalb denke ich, es lohnt es sich auch, dass wir, ich nehme ja hier auch den Unmut mit, dass der Weg in die Stiftung der Niedermauer vielleicht nicht bei allen hier der bevorzugte Weg ist, aber zumindest kann ich festhalten, dass alle nicht ganz zufrieden sind, dass wir bestimmte Parameter haben, die wir auch noch klären müssen, dass wir aber auch Gemeinsamkeiten haben, die ich sehr wohl sehe, dass eine Stiftung Berliner Mauer, die abdecken kann. Das ist die Frage Pflegeinstandhaltung der Bilder, das ist die Frage Gesamtkonzept, gerade mit einem Bildungsauftrag, mit einem Vermittlungsauftrag, weil wir alle miteinander festgestellt haben, die Leute, die da hinkommen, können das eigentlich gar nicht so durchschauen, an welchem Ort sie jetzt hier stehen. Und das ist schon eine zentrale Aufgabe, die die Stiftung Berliner Mauer übernehmen kann. Und dann haben wir, und das ist richtig, noch ein paar Themen, über die wir streiten werden. Und Streit kann ja auch was Produktives sein, sofern es zu produktiven Ergebnissen führt. Da habe ich am Anfang, glaube ich, deutlich gemacht, was zumindest unsere, meine Parameter sind, öffentlich zugänglich, Grünfläche muss erhalten bleiben. Und ich habe was dazu gesagt, zum eben auch Bespielen, der Westzeitgalerie sollte aus unserer Sicht in einer adäquaten Form auch möglich sein, aber nicht permanent, sondern temporär. Und ein anderer Punkt ist aus der Perspektive eben auch nochmal diese ganze Debatte, die ich am Anfang mit Eventisierung, Kommerzialisierung, dass es nicht zu einem kommerziellen Ort werden darf, sondern eben wir da auch einen Bildungsauftrag und einen Kulturauftrag haben. Und das sind meine Prämissen, mit der ich in die Debatte gehe. Und ich bleibe da, zumindest auch nach dem Hearing erstmal dabei, dass ich merke, und das ist ja auch gut so, das ist ein Thema, in dem es unterschiedliche Positionierungen gibt. Wir können aber auch Gemeinsamkeiten miteinander finden, dass wir noch über die Frage, was ist die beste Lösung, miteinander streiten, dass wir da auch noch ringen, dass wir aber uns einig sind, dass zumindest so wie es momentan die Situation ist, nicht diejenige ist, mit der wir allumfassend zufrieden sind. Und deshalb kann ich zum Abschluss mich auch nur noch einmal zu einem bedanken, dass Sie heute gekommen sind, so zahlreich, dass Sie sich eingemischt haben, dass Sie lautstark und engagiert bei der Sache waren, möchten Sie einladen, das auch weiterhin zu tun. Und für mich ist klar, wir werden das für uns auswerten, wir nehmen das in den weiteren Prozess mit. Und ich bin froh, dass sowohl die Senatsverwaltung als auch die Stiftung Berliner Mauer genau das, was uns als Bezirk das Wichtigste ist, nämlich, dass das heute nicht nur eine einmalige Debatte war, sondern dass der Prozess auch davon lebt, dass wir eine lebendige Debattenkultur haben und eben bestimmte Sachen auch noch Fragestellungen sind, die wir natürlich miteinander besprechen. Ich sage jetzt nur mal das Wort Richtlinien und was sind Kriterien zum Thema Bespielung der Westzeit? So viel vielleicht von meiner Seite, ich möchte mich auch entschuldigen, auch ich habe um 5. den Anschlusstermin, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und auf bald. Applaus Applaus Vielen Dank.